In der heutigen Geschichte geht es um einen kleinen Jungen, der eine Nachbarin hat, die seltsame Zeichen an seine Türe malt. Schnell bekommt er den Verdacht, dass sie eine Hexe ist. Ehe er sich versieht, wird er in eine Welt voller dunkler Kreaturen gezogen. Ein Kampf ums Überleben beginnt. Glaubt ihr, dass Hexen wirklich existieren? Schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt, viel Spaß mit der Geschichte. An einem Samstagmorgen, als ich zwei Jahre alt war, wachte ich so hungrig auf, wie nie zuvor. Am Ende des Flures hörte ich, wie meine Eltern ihren Kater von gestern Abend wegschnarchten. Sie würden frühestens gegen Mittag aufstehen. Ich erinnere mich vage daran, wie ich über mein halb verfallenes Babygitter kletterte und durch den Flur in die Küche watschelte. Ich drehte an den kleinen schwarzen Knöpfen am Herd, genau wie meine Eltern es taten, aber es gab kein Rührei. Stattdessen gab der Herd ein fieses, zischendes Geräusch von sich und die Küche füllte sich mit einem üblen Geruch, den ich überhaupt nicht mochte. Der Geruch wurde schlimmer und ich hatte das Gefühl, dass ich den größten Ärger meines Lebens bekommen würde, wenn meine Eltern das herausfinden. Ich ging zurück in mein Zimmer und spielte mit meinen Bauklötzen in der Hoffnung, dass das Problem auf magische Weise verschwinden würde. Fünf Minuten später klopfte es laut an der Tür. Meine Eltern brummten all die Worte, die sie mir verboten hatten, auszusprechen. Dann hörte ich meine Mutter schnüffeln. Sie sagte, das Haus rieche nach Gas. Damals wusste ich nicht, was das heißen sollte. Mein Vater taumelte mit halb angezogenen Jeans und Hemd aus dem Schlafzimmer und schrie, als er die Küche erreichte. Fenster und Türen flogen auf. Ich kroch die Treppe hinunter, um zu sehen, was los war. Woher wusstest du das? fragte mein Vater atemlos, zu der schattenhaften Gestalt vor unserer Haustür. Wissen? Was wissen? Ich bin Eliza Mortimer, vom Ende des Blocks. Ich wollte nur diese Kekse vorbeibringen, die ich gebacken habe, um sie in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Ob Zufall oder nicht, Eliza Mortimer hatte uns allen das Leben gerettet, und das nicht zum ersten Mal. Zwei Jahre später kam es zum ersten, von vielen Tellerbrechenden, Möbel zerstörenden Schreikämpfen zwischen meinen Eltern. Ich kauerte im Schrank und hielt mir die Hände über die Ohren, aber das scharfe Klopfen klang so laut, als würde jemand auf meinen eigenen Schädel klopfen. Auf Zehenspitzen schlich ich aus meinem Versteck und öffnete die Tür. Hallo, junger Mann, ich bin Eliza Mortimer, vom Ende des Blocks. Ich stecke in der Klemme und könnte ihre Hilfe gebrauchen. Die Frau an der Türschwelle war klein und stämmig, hatte krauses, braunes Haar, leuchtend grüne Augen und eine runde Brille. Sie trug ein altmodisches, schwarzes Kleid mit einem breiten Gürtel und stand mit einer Hand in der Hüfte. In der anderen hielt sie ein kleines, rotes Notizbuch. Ich hatte sie noch nie gesehen, aber aus irgendeinem Grund kannte ich ihre Stimme. Äh, okay. Ich lächelte. Hinter mir hatte der Streit aufgehört. Ich spürte die feuchte Hand meines Vaters auf meiner Schulter. Er hatte sich das Blut von den Fingerknöcheln gewaschen. Ach, wenn das nicht unser Lieblingsnachbar ist, spottete er. Was können wir für dich tun? Ich habe ein neues Rezept angefangen, bis ich gemerkt habe, dass ich keinen Zucker mehr habe. Könnte ich ein paar Tassen ausleihen? Mein Vater seufzte und nickte. Zucker, brummte er, als ich ihm in das kaputte Schlachtfeld unserer Küche folgte. Wer zum Teufel leiht sich um 10 Uhr abends an einem gottverdammten Arbeitstag Zucker aus? Mein Vater drückte mir eine zerknitterte Tüte mit steinhartem Zucker in die Hand. Sag ihr, sie kann ihn behalten. Oh, das sollte mehr als genug sein. Richte deinen Eltern meinen Dank aus, Ethan. Als ich zum Abschied winkte, fiel mir ein, dass ich unserer seltsamen Nachbarin nie meinen Namen gesagt hatte. In den nächsten fünf Jahren kam Frau Mortimer oft vorbei, immer mit einer guten Ausrede. Eine vermisste Katze, Klebeband für ihren Gartenschlauch. Einmal wollte sie sogar Hilfe bei einem Kreuzworträtsel. Sie kam nicht immer rechtzeitig, um zu verhindern, dass meine Eltern gewalttätig wurden, aber sie war immer da, bevor jemand ernsthaft verletzt wurde. Ich wusste nicht, wie sie das machte, aber als ich sieben Jahre alt war, liebte ich sie dafür. Ich wollte mehr Zeit mit ihr verbringen, aber meine Eltern wollten nichts davon wissen. Es kann nichts Gutes dabei herauskommen, wenn ein Kind mit Fremden herumhängt, sagte mein Vater düster, obwohl er, wie ich bald erfahren sollte, selbst ziemlich viel Zeit mit Fremden verbracht hatte. Als meine Mutter von seiner außerehelichen Affäre erfuhr, schluckte sie einen Pillencocktail mit einem Wodka-Martini. Egal, wie sehr ich sie schüttelte, sie wachte nicht auf, und wenn Frau Mortimer nicht zufällig spazieren gegangen wäre, als ich weinend auf die Straße lief, hätte sie wahrscheinlich nicht überlebt. Da meine Mutter im Krankenhaus lag und mein Vater mit seiner Geliebten unterwegs war, kümmerte sich Frau Mortimer um mich. Ich wünschte, du könntest für immer hierbleiben, sagte ich ihr an diesem Abend, als ich im Bett saß und ihre heiße Suppe schlürfte, anstelle von meinen Eltern. Ja, das wäre schön, mein Lieber, aber ich kann nicht. Doch vielleicht gibt es einen Weg, wie wir in Kontakt bleiben können. Würde dir das gefallen? Frau Mortimer ging zur Innenseite meiner Zimmertür, beugte sich hinunter und malte mit Kreide einen kleinen Kreis mit einer Reihe seltsamer Symbole drumherum. Weiße Zeichen, die wie Buchstaben aussahen, es aber nicht waren. Sie schob die Tür vorsichtig zu. Jetzt, grinste Frau Mortimer schelmisch, steck deine Hand in diesen Kreis und öffne dann die Türe und zwar gleichzeitig. Ich tat, wie mir gesagt wurde, anstelle des tristen Flurs, an den ich gewöhnt war, öffnete sich meine Zimmertür plötzlich zu einem gemütlichen Raum voller Bücherregale, gepflegter Pflanzen und einem riesigen, antiken Schreibtisch, der von einer einzigen Messinglampe beleuchtet wurde. Ich versuchte es noch mehrere Male, immer mit dem gleichen Ergebnis. Als ich dann meine Hand aus dem Kreis nahm und die Tür öffnete, war der Gang wieder da. Das Zimmer, das du gesehen hast, ist mein Arbeitszimmer in meinem Haus, am Ende der Straße. Mrs. Mortimer lächelte. Wenn du jemals etwas brauchen oder auch nur reden willst, weißt du, wo du mich findest. Aber, aber, aber wie? Ich konnte es nicht mal aussprechen. Siehst du die Symbole um den Kreis herum? Du darfst sie niemals entfernen oder verändern, in was auch immer. Sollte einer von ihnen verschmiert sein, sag mir sofort Bescheid und benutze den Kreis nicht, bis ich ihn repariert habe. Egal, was passiert. Verstanden? Ich habe genickt. Gut, jetzt schlaf ein bisschen. Deine Mutter und dein Vater werden morgen früh nach Hause kommen und sie werden jede Hilfe brauchen, die du ihnen geben kannst. Frau Mortimer hatte nicht Unrecht. Meine beiden Eltern kamen schließlich nach Hause, aber sie weigerten sich, miteinander zu sprechen oder sich um das Haus zu kümmern. Schmutziges Geschirr und überquellende Müllsäcke stapelten sich wie Denkmäler des Ekels, den sie füreinander empfanden. Mich ignorierten sie meistens. Ich war nur eine weitere, bittere Erinnerung an das Leben, das sie hätten haben können. Und ehrlich gesagt, war mir das ganz recht. Ich blieb so oft wie möglich aus dem Haus. Ich las in der örtlichen Bibliothek, spielte in der Sackgasse mit anderen Nachbarskindern, bis die Straßenlaternen angingen und besuchte Mrs. Mortimer. In den nächsten zwei Jahren legte ich jedes Mal, wenn ich eine Frage hatte oder mit einem Erwachsenen sprechen wollte, meine Hand in den seltsamen Kreis und betrat Mrs. Mortimers Arbeitszimmer. Sie war immer bereit, mich mit etwas Leckerem zu füttern, sich meine kindlichen Probleme anzuhören oder mir einfach nur einen sauberen Platz zum Malen zu geben. Für mich war es das schönste Gefühl der Welt, mich mit meinem Skizzenblock und einer Tasse Tee auf ihrem großen türkischen Teppich auszustrecken. Mit meinem treuen Buntstift in der Hand versuchte ich, die beunruhigenden Bilder nachzustellen, die ich in Frau Mortimers alten Büchern fand. Frauen mit Mündern im Hinterkopf, Männer, die sich in Hyänen verwandelten, Kinder mit einem einzigen Auge in der Mitte ihrer Stirn. Während ich redete und skizzierte, rührte Frau Mortimer den schwarzen, gusseisernen Topf um, der immer auf ihrer Herdplatte brodelte oder machte sich Notizen in ihrem kleinen roten Notizbuch. Das gemütliche, kleine Zimmer war mein zweites Zuhause, der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühlte. Bis es plötzlich nicht mehr so war, wie an den meisten Nachmittagen hatte ich mich meines Rucksacks entledigt und öffnete meine Zimmertür mit einer Hand in Frau Mortimers Kreidekreis, begierig darauf, ihr von meinem Tag zu erzählen. Aber das Arbeitszimmer war leer, die kleine Messinglampe war ausgeschaltet, die Kochplatte war kalt und Frau Mortimers Lieblingsteekanne lag zerbrochen auf dem türkischen Teppich. Etwas Schreckliches war geschehen, ich konnte es fühlen. Bevor ich jedoch weiter nachforschen konnte, warf ich einen Blick durch die offene Tür hinter mir und sah einen Anblick, der mich mehr erschreckte als alle Monster in den alten Büchern von Frau Mortimer. Meine Mutter wühlte in meinem Zimmer herum. Wo kommst du denn her? lallte sie, als ich plötzlich hinter der Tür auftauchte. Was versteckst du da hinten? Ich konnte den Schnaps in ihren Atem aus einem Meter Entfernung riechen. Mein Blick huschte zu Mrs. Mortimers Kreis und verriet mich. Zu meinem Entsetzen hob meine Mutter eine Turnhose vom Boden auf und begann die Kreidesymbole wegzuwischen. Es reicht einfach nicht, dass ich mir jeden Tag den Hintern aufreiße, um dieses blöde Haus zu bezahlen, oder? Nein, du musst es noch vollmalen. Undankbar, das bist du, genau wie dein Loser-Vater. Stopp, rief ich, aber ich konnte mich nicht mehr rechtzeitig an ihr vorbeischieben. Mein Weg zu Mrs. Mortimers Arbeitszimmer. war weggewischt. Wack es nicht mir zu widersprechen, Mister. Jetzt hör zu. Ich hab uns eine Pizza bestellt und wir werden heute Abend wie eine normale, gottverdammte Familie zu Abend essen. Verstanden? Ich hab genug davon, dass du hier oben herumschleichst. Als sie mich am Kragen in die Küche zerrte, dachte ich nur an die Düsternis in Mrs. Mortimers Arbeitszimmer und die zerbrochene Teekanne auf dem Teppich. So oder so, ich musste dorthin zurückkehren. Nachdem meine Mutter allein ins Bett gestapft und mein Vater auf der Couch eingeschlafen war, schlich ich mich in die ölige Dunkelheit der Garage und kramte herum, bis ich eine Blechdose mit Straßenkreide fand. Ich trug sie in mein Zimmer und starrte auf die Innenseite meiner Tür, während ich versuchte, mich an Mrs. Mortimers seltsame Symbole zu erinnern. Da war eines, das wie ein Baum ohne Blätter aussah, zwei, die eher wie Krähen Fußabdrücke aussahen, ein viertes, das wie ein von einem Speer durchstochenes Herz aussah. Die letzten beiden waren am schwierigsten zu zeichnen. Allein der Gedanke daran bereitete mir Kopfschmerzen. Aber zehn Minuten später war ich mit dem Kreis, den ich auf meine Tür gezeichnet hatte, ziemlich zufrieden. Es stimmt, es war nicht perfekt, aber irgendetwas musste ich ja versuchen, nicht wahr? Ich holte tief Luft, legte meine Hand in den Kreis, den ich gezeichnet hatte und zog die Tür auf. Ich wollte jubeln, ich hatte es geschafft. Da war das Arbeitszimmer in Dunkelheit gehüllt. Die kleine Messinglampe und die Kochplatte waren noch an ihrem Platz, aber die zerbrochene Teekanne war verschwunden. Ich fragte mich, ob Frau Mortimer sie vielleicht aufgeräumt hatte. Das würde bedeuten, dass es ihr gut ging. Ich sprang durch die Tür und war mir sicher, dass sie stolz auf mich sein würde, weil ich ihren Kreis ganz allein nachgestellt hatte. Mein Atem kam in einer bläulich-weißen Wolke heraus. Es war kalt im Arbeitszimmer und der Boden fühlte sich falsch an, fast matschig, als wäre er aus menschlicher Haut gemacht. Ich erschauderte und griff nach der Zug Schnur der kleinen Messing Lampe. Als ich sie einschaltete, gab die nackte Glühbirne ein unheimliches grünlich-blaues Licht ab. Das war aber noch nicht alles, was jetzt anders war. Jetzt konnte ich sehen, dass das, was ich für einen Topf gehalten hatte, eigentlich eher wie ein Kessel war. Fettige Knochen und Haare schwammen in einer geronnenen Suppe. Anstelle von Mrs. Mortimars lebendiger Pflanzensammlung standen ausgestopfte Krähen und Tierschädel in den Bücherregalen. Ihre unheimlichen Glasaugen schienen mir zu folgen, als ich auf Zehenspitzen über den unheimlichen matschigen Boden schlich. Ich war mir selbst nicht sicher, warum ich so vorsichtig war. War ich nicht immer ein willkommener Gast in Miss Mortimars Haus gewesen? Am beunruhigendsten war, dass im Arbeitszimmer eine Brise wehte, keuchende Luftstöße, die von der Decke herab zu wehen schienen. Als ich jedoch nach oben blickte, sah ich nur Schichten von etwas Zerlumptem, das von der Decke hing. Eine Substanz, die auf halbem Weg zwischen zerfetztem Stoff und Spinnweben lag. Wie alles andere im schwachen Licht der Lampe hatte es eine schreckliche, bläuliche Farbe, die mich an tote Dinge erinnerte, die unter Wasser verrotteten. Ich holte tief Luft und ging weiter nach vorne. Vor mir sah ich einen eckigen Flur, der zum Rest des Hauses führte. Ich erstarrte. Der Flur war vorher nicht da gewesen, da war ich mir sicher. War ich überhaupt in Mrs. Mortemars Arbeitszimmer? Ich war so aufgeregt gewesen, sie zu finden, dass ich gar nicht daran gedacht hatte, dass ich mich jetzt vielleicht ganz woanders befand, irgendwo, wo es sehr, sehr falsch war. Ich spürte diese seltsame, unberechenbare Brise in meinem Nacken und konnte sie sogar riechen. Ein kalter Geruch, wie Fleisch, das in der Tiefkühltruhe verdorben war. Ich drehte mich und sah zum zweiten Mal auf und sah seine Quelle. Es zehrte seinen aufgeblähten Körper mit acht spinnenartigen Gliedern, die jeweils von einer schrecklichen menschlichen Hand gekrönt wurden, durch die Spinnweben zu mir. Sein Gesicht war eine Albtraum-Version von Miss Mortimer. Schlacksiges braunes Haar, pupillenlose weiße Augen, ein Kiefer, der sich weit genug öffnete, um mich ganz verschlucken zu können. Lauf! dröhnte die Stimme der echten Miss Mortimer in meinem Kopf. Sie kam aus dem Nichts, aber sie riss mich aus meiner Lähmung. Als ich über den schwammigen Boden sprintete, streiften diese furchtbaren Hände mein Haar und verhedderten sich in meinem Hemd. Der Stoff riss, als ich mich losriss und durch meine Zimmertür zurückschleuderte. Ich knallte sie zu, hörte aber ein hungriges Klopfen von der anderen Seite. Hastig wischte ich den nicht ganz perfekten Kreis weg, den ich gezeichnet hatte und krabbelte schweratmend rückwärts. Jetzt verstand ich, warum Frau Mortimer mich gewarnt hatte, niemals die Symbole im Kreis zu verändern. Aber ich war nicht bereit aufzugeben. Ich müsste nur einen anderen Weg in das Haus am Ende der Straße finden. Es war seltsam, dass ich in all den Jahren, in denen ich Frau Mortimer kannte, nie ihr Haus durch die Vordertür betreten hatte. Ich fühlte mich wie ein Eindringling, als ich über ihren überwucherten Rasen ging und nach einer unverschlossenen Tür oder einem halb geöffneten Fensterausschau hielt. Irgendetwas, das mir Zugang zu dem kleinen, ruhigen Haus am Ende der Straße verschaffen würde. Äußerlich gab es keine Anzeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung war. Durch das große Erker-Fenster konnte ich Mrs. Mortimers Arbeitszimmer sehen und obwohl es dort dunkel und still war, stellte ich erleichtert fest, dass es keine Anzeichen für spinnwebige Lumpen oder glaseugige Tierschädel gab. Ich kreiste um das Haus und fand schließlich, was ich suchte. Eine Katzenklappe in der Hintertür. Sie war viel zu klein für einen Erwachsenen, aber mit neun Jahren war ich gerade dürr genug, um mich durchzuziehen. Wer ist denn da? Frau Mortimers Stimme dröhnte in meinem Kopf, als ich schon halb in der Katzenklappe war. Die Luft fühlte sich plötzlich dicker an, als würden mich unsichtbare Hände wieder nach draußen schieben. Ich bin es nur, schrie ich. Plötzlich wurde ich den Rest des Weges in die Küche hineingezogen, aber Frau Mortimer war nirgends zu sehen. Ich steuerte auf die halboffene Tür zum Arbeitszimmer zu und atmete erleichtert auf, als ich in dem gemütlichen Raum alles noch genauso vorfand, wie ich es in Erinnerung hatte. Die Pflanzen in den Bücherregalen, die dringend gegossen werden mussten, die zerbrochene Teekanne auf dem Boden. Eine Vorahnung. ließ mich auf der anderen Seite der Tür nachsehen, wo ich einen weiteren Kreidekreis befand. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich meine Hand hineinsteckte und den Türknopf drehte, aber er führte nur zurück in mein Schlafzimmer. Das brachte mich auf eine Idee. Ich schnappte mir Mrs. Mortimars rotes Notizbuch, das auf ihrem Schreibtisch lag, blätterte eine leere Seite auf und schrieb die Symbole genau ab. Jetzt hatte ich einen Weg zurück in mein Zimmer, von irgendwo anders, wo ich vielleicht hin musste. Zumindest redete ich mir das ein. Mit dem Notizbuch und dem Filzstift in der Hand durchsuchte ich das Zimmer nach weiteren Hinweisen auf Frau Mortimars verschwinden. Mehrere dieser großen altmodischen Bücher fehlten, ebenso wie der handgefertigte Besen, der normalerweise an der Wand hing. Schließlich bemerkte ich es. Ein Kreis von Symbolen, die mit Lippenstift auf den Decken hohen Spiegel geschrieben waren. Fasziniert berührte ich die Mitte des Kreises und spürte, wie der Boden unter meinen Füßen wegfiel. Ich fiel, fiel durch einen leeren Himmel, ein Himmel in der Farbe von gespiegelten Licht. Ich prallte gegen etwas Hartes und Reflektierendes. Es fühlte sich an wie eine Art gebogene Brücke sehr, sehr hoch oben. Ich kroch auf Händen und Knien zum ungeschützten Rand und schaute hinunter. Bögen, Fraktale, andere Formen, die unmöglich sein sollten. Wahnsinnige silberne Architektur erstreckte sich, soweit ich sehen konnte. Ein starker Wind peitschte graue Wolken durch den seltsam spiegelnden Himmel und drohte mich über die Kante zu stoßen. Ich zog mich von dem schwindelerregenden Fall zurück und wischte meine schwitzenden Handflächen an meiner Jeans ab, um mich daran zu erinnern, dass ich nicht träumte. Ein falscher Schritt und ich würde mir keine Gedanken darüber machen müssen, wie ich es nach Hause schaffen würde. Ich kroch auf den kathedralen hohen Korridor am Ende der Brücke zu. Ich wagte es nicht aufzustehen, bevor ich nicht weit genug drinnen war. Wenigstens gab es hier Wände, auch wenn sie irgendwie spiegelartig waren. Ich hielt den Marker und Miss Mortimas Notizbuch wie ein schützendes Amulett an meine Brust und sagte mir, dass ich keine Angst haben müsse, dass es mir gut ginge, dass ich jederzeit von diesem unheimlichen leblosen Ort fliehen konnte. Vorausgesetzt, ich hatte die Symbole genau richtig kopiert, ich hatte sie in Eile aufgeschrieben, aber ich hatte keine Fehler gemacht, zumindest glaubte ich das nicht. Ich merkte, dass ich Angst hatte herauszufinden, dass ich mich irrte. Ich wollte nach Frau Mortimer rufen, aber derselbe Instinkt, der mich gewarnt hatte, in der Höhle des Spinnendings auf Zehenspitzen zu gehen, warnte mich, hier zu schweigen. Es gab kein Geräusch, außer dem Wind, der durch die seltsame Spiegelwelt draußen heulte, und keine Bewegung, außer meinem eigenen düsteren Spiegelbild. Oder doch nicht? Ich hatte das seltsame Gefühl, dass mein Spiegelbild, als ich aufhörte zu laufen, nicht genau im selben Moment stehen blieb, sondern immer ein wenig näher kam. Nein, das war unmöglich. Es war nur ein Trick des Lichts, verursacht durch all die seltsamen Winkel an diesem Ort. Ja, so musste es sein. Der riesige Korridor wurde immer schmaler und schmaler. Bald waren meine Spiegelbilder so nah, dass sie sich berührten, wenn sie überhaupt meine Spiegelbilder waren. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass meine Haut so blass und farblos war oder so fest über meinen Schädel gezogen und meine Augen waren auch nicht tintenschwarz. Ich rannte, meine Spiegelbilder rannten auch. Sie drückten ihre identischen Hände gegen die verspiegelten Wände. Ihr Hunger wurde größer, als sie sich mir näherten. Ich war mir sicher, dass sie jeden Moment hindurchgreifen und mich in die endlose, gespiegelte Hölle auf der anderen Seite ziehen würden. Dann war ich plötzlich draußen. Der schmale Korridor öffnete sich zu einer riesigen Kammer, die mit wandgroßen Scherben eines riesigen zerbrochenen Spiegels übersät war. Und dort, in der Mitte, stand Frau Mortimer. Da sind sie ja. Sie drehte sich zu mir um. Ihr altmodisches schwarzes Kleid, ihr strähniges braunes Haar und ihre leuchtend grünen Augen waren genau so, wie ich sie in Erinnerung hatte. Wie in aller Welt hast du den Weg hierher gefunden? Ich hätte vor Freude weinen können. Ich hatte sie gefunden, die einzige Erwachsene, der ich vertraute und die immer für mich da war. Und dann habe ich mir die Spiegelscherben um uns herum angesehen. Das Wesen, das ich dort spiegelte, war nicht Miss Mortimer. Ihre Bewegungen waren dieselben wie die von der Frau, die mich umarmen wollte, aber damit endete die Ähnlichkeit. Es war ein ausgehungertes, silbernes, gesichtsloses Ding mit einem Maul voller Zähne, die so zackig waren wie schattenrotes Glas. Das schreckliche Bild grinste mich von allen Seiten an, bis auf eine. Ich konnte die echte Miss Mortimer in einer der Scherben sehen, wie sie verzweifelt aus dem Inneren klopfte. Sie versuchte, mich zu warnen. Ich schlüpfte unter den Armen hindurch, die nach mir griffen, und rannte zu ihr. Frau Mortimer deutete auf etwas, etwas in meiner Hand, ihr rotes Notizbuch. Ich drückte es gegen den Spiegel von Frau Mortimer und sah erstaunt zu, wie es auf die andere Seite gelangte. Sie klappte es auf und sagte ein paar tonlose Worte. Dann trat sie durch den Spiegel zurück. Der Splitter, der sie festgehalten hatte, zerbrach und die Illusion löste sich von dem grässlichen Ding vor uns. Frau Mortimer warf mir das Notizbuch zu und ich wusste sofort, was ich tun sollte. Ich versteckte mich hinter einem Splitter, der doppelt so groß war wie ich, und begann verzweifelt, den Symbolkreis zu kritzeln, der uns nach Hause führen konnte. Hinter mir blitzten Licht und Hitze, Kälte und Dunkelheit auf. Frau Mortimer und das Spiegelmonster bekämpften sich mit Worten, die meinen Kopf klingeln und meine Nase bluten ließen. Ich wusste, dass sie diese seltsamen Symbole laut aussprachen und sie benutzten, um die Realität irgendwie zu verbiegen. Das, was Kinder in meinem Alter Magie nannten. In der Zwischenzeit war ich damit beschäftigt, uns nach Hause zu bringen. Es ist fertig, Frau Mortimer, schrie ich über meine Schulter. Als ich also fertig war, legte ich meine Hand in den Kreis und spürte, wie ich durchgezogen wurde. Plötzlich flog ich in mein Schlafzimmer und stürzte auf den Boden. Und Miss Mortimer war direkt hinter mir. Sie stand auf und klopfte ihr Kleid ab, erschöpft, aber lebendig. Wenn ich mich in meinem schäbigen Schlafzimmer umsah, war es schwer zu glauben, dass der albtraumhafte Ort, von dem wir gerade zurückgekehrt waren, überhaupt jemals existiert hatte. Wenn dann nicht das Blut aus meinen Nasenlöchern träufeln und der Spiegelstaub in meinen Haaren sein würde. Was zum Teufel ist da oben los? brüllte mein Vater über den Lärm des Fernsehers hinweg. Ich bin nur gestürzt, antwortete Frau Mortimer mit einer unheimlichen, perfekten Imitation meiner Stimme. Alles ist in Ordnung. Verdammtes tollpatschiges Kind. Hörte ich meine Mutter aus dem Badezimmer murmeln, wo sie sich gerade für eine Cocktailparty fertig machte. Können sie nichts dagegen tun? Flehte ich Mrs. Mortimer an. Nun, es gibt Dinge, die nicht einmal ich in Ordnung bringen kann. Sie zerzauste mein Haar und lächelte traurig. Bevor ich sie aufhalten konnte, nahm sie mir den Marker aus der Hand, schlug ihr Notizbuch auf und schrieb eine neue Reihe von Symbolen auf die Rückseite meiner Tür. Nachdem, was auf der anderen Seite des Spiegels passiert ist, ist das Haus am Ende der Straße nicht mehr sicher, fürchte ich. Ich verlasse es heute Abend. Für immer. Was? Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Nach allem, was ich durchgemacht hatte, um die Dinge wieder so zu machen, wie sie waren. Das war nicht fair. Aber du bist doch gerade erst zurück gekommen. Warum? Nun, das ist eine lange Geschichte. Soll ich sie dir unterwegs erzählen? Miss Mortimer grinste. Mir fiel die Kinnlade herunter. Du musst natürlich nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Doch wenn du das tust, lässt du diesen Ort hier und alle, die dort leben, für immer hinter dir. Selbst wenn du sie wiedersehen würdest, wäre es, als hätten sie dich nie gekannt. Bist du sicher, dass du damit leben kannst? Unten hörte ich das Brummen des Haartrockners meiner Mutter, meinen Vater, der eine Bierdose zerknüllte und fluchte, als er seinen Wurf in den Mülleimer verfehlte. Frau Mortimer berührte den Kreis der neuen Symbole an der Wand und sah mich erwartungsvoll an. Und was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur Frau Mortemers Hand ergriffen. Und als sie diese ging ich mit dir auf die andere Seite. Ich war vorher noch nie im Spiegel reich, sagte Frau Mortimer zu mir. Ich habe nicht erwartet, dass es so gefährlich ist. Und ich habe auch nicht erwartet, dass du mich dort suchen wirst. Wir saßen auf der Veranda einer Hütte und tranken Limonade. Wir waren am Abend zuvor angekommen und nach den Vorstätten des Mittleren Westens, die ich gewohnt war, fühlte ich mich wie in einem Märchen. Die weißen Wände waren von Holzbalken durchzogen, die breiter waren als ich selbst und der Boden aus Steinplatten war durch den jahrelangen Gebrauch glatt geworden. Eine feine Staubschicht bedeckte alles. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Ort nicht zu Frau Mortimer gehörte, aber ich hielt meinen Mund darüber. Ich war viel mehr damit beschäftigt, warum wir überhaupt auf der Flucht waren. Der Gedanke, dass es da draußen Dinge gab, vor denen sogar Frau Mortimer Angst hatte, ließ mein Blut in Wallung geraten. Um ehrlich zu sein, wollte ich nie etwas mit dieser Sache zu tun haben. Es war meine beste Freundin Mathilda, die Hexe werden wollte. Mrs. Mortimer hielt inne, die durch Wände gehen wollte und solche Sachen eben. Ich wollte Kindergärtnerin werden. Kannst du dir das vorstellen? Und warum hast du es nicht getan? fragte ich und lehnte mich in der knarrenden Verandaschaukel vor. Die Dinge, die Mathilda studierte, wurden immer dunkler und gefährlicher. Ich habe sie gewarnt, dass sie sich zu viel zumuten würde, aber sie hatten nicht auf mich gehört. Am Ende landete sie an einem sehr, sehr schlechten Ort und fand nicht mehr zurück. Das war es, was ich auf der anderen Seite des Spiegels gemacht habe. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Und wirst du es weiter versuchen? Ich glaube schon, obwohl es gibt nicht mehr viel Hoffnung, sie zu finden. Es ist eine Schande. Wenn die Situation umgekehrt wäre, hätte Mathilda mich sicher schon längst gefunden. Diese Dinge waren für mich nie so selbstverständlich wie für sie. Frau Mortimer lächelte traurig und blickte auf den überwucherten Garten. Ein Dschungel aus Hyazinthen, Morcheln und Brombeer sträuchern. Sie klatschte die Hände zusammen. So, jetzt machen wir hier erstmal sauber. Es war seltsam, dass Frau Mortimer genau wusste, wo sie den Plattenspieler und das Jazzalbum, das sie in dem verlassenen Haus abspielen wollte, finden konnte, aber auch dazu hielt ich den Mund. Wir klopften den Staub aus den Matratzen, schrubbten die Fliesen und hackten einen Weg durch den Garten, während im Hintergrund Scenery von Rio Fukui lief. Wir waren erst am späten Nachmittag fertig. Ich fahre in die Stadt, um ein paar Dinge zu besorgen, die wir brauchen, aber am Fuß des Hügels gibt es einen Bach, den du vielleicht gerne erkunden möchtest. Das brauchte sie mir nicht zweimal zu sagen. Müde und verschwitzt wie ich war, klang der Gedanke, im kühlen Wasser zu planschen himmlisch. Ich hörte kaum ihre Warnung vor Zecken und Blut Egeln, als ich durch das hohe Gras in Richtung des Wassers lief. Der Bach war seicht und schnell und kalt. An den meisten Stellen reichte er mir kaum bis zu den Knöcheln, aber ich fand ein Becken neben einem großen Felsen, das tief genug war, um darin zu schwimmen. Ich spülte meine schmutzigen Kleider aus und ließ sie in der Sonne trocknen, während ich mich treiben ließ. Die Blätter raschelten in der Brise über mir, meine Zehen streiften die moosbewachsenen Felsen. Ich fühlte mich freier als je zuvor in meinem Leben. Wer bist du? Mit einem Platschen setzte ich mich auf und verschluckte fast einen Lungenzug Wasser. Ein barfüßiger Junge, etwa in meinem Alter, stand da und starrte mich mit einem verwirrten Gesichtsausdruck an, als wäre gerade ein Stein vom Himmel gefallen und hätte ihn zwischen die Augen getroffen. Wo war der denn hergekommen? Ich bin Eddie. Ich habe mir alle einen Namen ausgedacht. Er hat darüber nachgedacht, Johann. Er lügt. Ich drehte mich erschrocken um. Ein Mädchen mit klaffenden Zähnen und grob geschnittenen blonden Zöpfen hockte hinter mir auf einem Felsen, so nah, dass ich sie fast berühren konnte. Na und? Soll er doch lügen? Ich hänge lieber mit einem Lügner ab, als den ganzen Tag deine hässliche Visage anzustarren, Abigail. Der Junge, der gesprochen hatte, hing gefährlich an seinen Knien, an einem Ass direkt über mir. Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte sie überhaupt nicht kommen gehört. Ich bin übrigens Ted. Der Typ mit dem Gesicht des Johann und das Mädchen ohne Zähne ist Abigail. Ich habe Zähne. Sie wachsen nur noch nach. Psst, sprich leise. Johann sah sich ängstlich um. Sekunden später schwebte ein Schatten über ihm vorbei. Vielleicht war es nur ein Vogel. Aber wenn, dann war es der größte Vogel, den ich je gesehen hatte. Die drei blieben stehen, beobachteten ihn und sprachen erst wieder, als er verschwunden war. Es tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben, bot Johann eine Hand an, um mir aus dem Wasser zu helfen. Wir sind es nur nicht gewöhnt, andere Kinder hier unten zu sehen. Ich nahm seine Hand und auch meine Kleidung, die ich im Schatten hinter dem Felsen schnell anzog. Weiter unten am Bach gibt es einen großen Wasserfall, fuhr Johann fort. Willst du ihn sehen? Wir hatten so viel Spaß zusammen, dass ich die Zeit aus den Augen verlor. Ehe ich mich versah, war die Sonne unter gegangen und das Wasser eiskalt geworden. Ich muss gehen. Sehen wir uns noch? sagte ich stotternd. Natürlich, erwiderte Johann. Der verwirrte Blick war an sein Gesicht zurückgekehrt. Wo sollten wir denn sonst sein? Eine Sache noch, meldete sich Ted. Sag niemandem, dass du uns hier unten gesehen hast. Wenn du das tust, könnte es großen Ärger geben. Große Schwierigkeiten, sagte Abigail und nickte feierlich. Ich nickte. Ich verstand das. Es wäre die Hölle gewesen, wenn mich meine Eltern erwischt hätten, wie ich die Straße hinunter zu Miss Mortimer schlich oder in einem schmutzigen Bach spielte. Als Frau Mortimer mich beim Abendessen fragte, wie mein Tag verlaufen sei, sagte ich ihr deshalb nur, dass alles in Ordnung sei. Der Bach sei schön und ich hätte mich auf Zecken untersucht und keine gefunden. Wenn die drei seltsamen Kinder, die ich getroffen hatte, gefährlich oder wichtig gewesen wären, hätte sie es mir sicher gesagt. Aber wusste sie überhaupt von ihnen? Was war dieser Ort wirklich? Was bedeutete es für Miss Mortimer? Egal wie oft ich nachfragte, ich konnte nie eine klare Antwort bekommen. Wenn ich zurückblicke, schienen diese späten Frühlingstage wie aus einem Guss zu sein. Frau Mortimer gab mir morgens Unterricht oder Hausarbeit. Nachmittags wurde ich zum Spielen nach draußen beordert, während sie weiter nach Mathilda suchte. Ich war mir nicht sicher, was das genau bedeutete, aber es war gefährlich genug, dass sie wollte, dass ich mich währenddessen weit von der Hütte entfernte. Also ging ich hinunter zum Bach, um mit meinen neuen Freunden zu spielen. Johann, Abigail und Ted hießen mich mit offenen Armen zu ihren Spielen und Insider Witzen willkommen, aber im Laufe der Tage wurde mir klar, dass es vieles gab, was sie mir nicht erzählten. Warum trugen sie zum Beispiel immer dieselben Kleider? Warum wussten sie so wenig über aktuelle Ereignisse und die Welt außerhalb des Waldes? Und vor allem, wovor hatten sie solche Angst? Meine neuen Freunde mieden bestimmte Bereiche des Waldes und bestimmte Tageszeiten, wenn sie ein lautes Geräusch im Unterholz hörten oder wenn ein Schatten die Sonne überquerte, brachen sie ihr Spiel ab und versteckten sich. Einmal duckten sich die drei hinter einen Baumstamm, um einem Reh auszuweichen. Ich dachte, sie seien albern, bis ich bemerkte, wie seltsam sich das Reh verhielt. Es lief zielstrebig durch die Fahne und bewegte seinen Kopf von einer Seite zur anderen, wie ein Mensch, der etwas sucht. Auch seine Augen waren blau und auf seltsame Weise menschlich. Ich erschauderte. Glaubst du, es hat uns gesehen? flüsterte Abigail, nachdem es vorbeigezogen war. Ich glaube nicht. Ted zuckte mit den Schultern, aber es lag ein Zweifel in seiner Stimme. Wahrscheinlich sollten wir aber heute früher zurückgehen, nur um sicher zu gehen. Wo wohnt ihr eigentlich? fragte ich. Dort drüben. Johann deutete auf den Hügel auf der anderen Seite des Baches. Früher waren wir zu fünft, aber Livy und Taylor wurden erwischt. Was soll das heißen, erwischt? Ich stöhnte, weil ich ihre Geheimniskrämerei satt hatte. Was ist hier eigentlich los? ein Rabe flatterte von seinem Sitzplatz auf einem nahen Baum auf und wir sprangen alle auf. Wir müssen uns auf den Weg machen. Johann runzelte die Stirn. Lebt wohl. Sie ging zu dritt den Hügel hinauf. Schemenhafte Gestalten, die von einem feurig orange farbenen und unheimlichen Sonnenuntergang angestrahlt wurden. Am nächsten Nachmittag war keiner meiner Freunde am Bach. Ich wartete fast eine Stunde lang, bevor ich den Hügel in die von Johann angegebene Richtung hinauf ging. Ein Gefühl der Angst hatte sich in meiner Brust festgesetzt und ich bemerkte nicht, wie seltsam still der Wald geworden war. Schließlich brach ich aus dem Baum auf eine große Lichtung hervor. Ich sah mich nach einem Haus um, aber alles, was ich fand, war ein alter Friedhof. War ich irgendwie in die falsche Richtung gegangen? Ich kletterte auf die Steinmauer, um mich zu orientieren und warf dabei einen Blick auf einen der schiefen, moosbewachsenen Grabsteine. Johann Manifee, 1866 bis 1874. Es war ein Zufall, das musste es sein, aber als ich die anderen Grabsteine untersuchte, fand ich sie alle. Abigail Callahan, 1904 bis 1910. Ted Ted Powell, 1949 bis 1956 Ruhe in Frieden. Psst, flüsterte jemand. Ted stand am Waldrand. Ich bemerkte mit einem Schauer, dass seine nackten Füße keine Fußspuren auf dem schlammigen Boden hinterließen, von seinem seltsamen Slang bis hin zu seinem Pompadeur-Haarschnitt und den komisch aussehenden Jeans. Er gab nun alles einen Sinn. Ich wich zurück. Du bist tot, murmelte ich. Ich bin tot, na und? Glaubst du, nur weil ich tot bin, bin ich sicher? Wir wären fast erwischt worden und Teds Augen wurden plötzlich vor Angst groß. Versteck dich! Eine schattenhafte Gestalt näherte sich hinter ihm. Ich kauerte und drückte mich an die Friedhofsmauer. Durch einen Spalt in der Steinplatte sah ich wie bleiche Hände mit langen Fingernägeln aus der Dunkelheit hervortraten und sich um Teds Hals legten. Eine schreckliche rasselnde Stimme heilte durch den stillen Wald. Hab dich! Durch den Riss in der Friedhofsmauer konnte ich deutlich sehen, was Ted gepackt hatte. Es war alterslos und geschlechtslos, seine Haut so blass wie der Erntemond. Ob die dunklen Lumpen, in die es gehüllt war, aus Stoff, Fellen oder beidem bestand, konnte ich nicht sagen. Seine Proportionen waren gestreckt und falsch, aber seine dunkelblauen Augen waren menschlich. Teds Beine stießen nutzlos in die Luft, als sich der Kiefer des bleichen Wesens aufblähte und über die Brust herabsenkte. Es hielt meinen Freund knapp über der zahnlosen schwarzen Grube seines weit geöffneten Mundes fest. Und dann verschluckte es ihn ganz. Ich presste meine Hand auf meinen Mund, um meinen Schrei zu unterdrücken. Das Ding faltete seine freaky langen Finger über seinem aufgeblähten Bauch und rülpste. Ein wenig Farbe, ein wenig Leben schien in seine tot aussehende Haut zurückzufließen. Gibt es etwas, das so wunderbar schmeckt, wie die Seele eines verängstigten Kindes? fragte es den stillen Wald. Nein, sicherlich nicht. Es schnupperte an der Luft. Oh, hier ist irgendwo ein lebendiges Kind. Zu meinem Entsetzen begann es, auf mich zu zu gehen. Seine Lumpen flüsterten, während sie durch das Gras zogen. Ah, da bist du ja, zwischen den Grabsteinen. Komm heraus, Kleine, es hat keinen Sinn, sich zu verstecken. Mein Blut wurde kalt. Vorher hatte es gewusst, wo ich war. Zitternd richtete ich mich auf. Wenn du jetzt herkommst und dich nicht wehrst, ist es vorbei, bevor du es merkst. Die Stimme des Dings war heimtückisch. Sie schien aus allen Richtungen zu kommen und zappelte in meinen Ohren wie ein böser Wurm. Sonst muss ich mich vielleicht in einen Raben verwandeln und dir die Augen aushacken oder in einen Wolf, um deine mageren rosa Eingeweide zu schlürfen oder in einen Hirsch, um dich unter meinen Hufen zu zertreten. Würde dir das besser gefallen, hä? Während es sprach, verwandelte es sich in die von ihm beschriebenen Tiere und dann in eine abscheuliche Kombination aus allen davon. Die ganzen Zeit über blickten mich seine dunkelblauen Augen an und warteten darauf, was ich tun würde. Plötzlich wurde mir klar, dass es wollte, dass ich weglaufe. Es wollte, dass ich in Panik gerate und aus dem Friedhof fliehe, weil es hier nicht rein konnte. Du kannst hier nicht herkommen, sagte ich, mehr zu mir selbst als zu dem schleichenden Ding hinter der Mauer. Ich weiß nicht warum, aber du kannst nicht. Das blasse, fast menschliche Ding flog auf mich zu. Es kam so nah wie möglich an die andere Seite der Steinmauer, aber es überquerte sie nicht. Du kannst nicht ewig da drin bleiben, Kleiner. Früher oder später wirst du trinken und essen müssen. Du kannst es genauso gut hinter dich bringen. Die Leute suchen nach mir. Sie wissen ungefähr wo ich bin, rief ich und mir wurde klar, dass das nur zur Hälfte stimmte. Wenn ich bei Sonnenuntergang nicht zu Hause war, würde Frau Morthimer bemerken, dass etwas falsch lief. Sie würde mich holen und sich dann mit diesem Monster befassen. Von mir aus das ist gut, Kleiner. Das ist sogar ganz wunderbar. Ich werde sie einfach auch essen. Aber wenn du tust, warum ich dich bitte, werde ich deinen Freunden nichts tun. Das Ding drückte sein Gesicht gegen die unsichtbare Barriere, die uns trennte und öffnete sein zahnloses Maul unendlich weit. Sein Atem roch nach Tod. Zweifel trübten mein Herz. Würde Miss Morthimer wirklich in der Lage sein, dieses Ding zu besiegen, das Seelen verschlingen und sich in wilde Tiere verwandeln konnte? Ich hoffte es, aber ich war mir nicht sicher. Die Sonne sank tiefer in den Himmel. Der Schatten des Dings erstreckte sich hinter ihm, lang und vulkanisch. Ich sah mich hilflos nach einem Ausweg aus meiner misslichen Lage um, aber ich sah keinen. Währenddessen flüsterte das Ding weiter. Seine schrecklichen Andeutungen wurden immer schwerer zu ignorieren. Die Luft kühlte sich ab. Die Dämmerung tauchte den Friedhof auf dem Hügel in violettes Licht. Ich begann mich gerade zu fragen, ob Frau Mortimer mich noch holen würde, als ich sie meinen Namen rufen hörte. Der Mund des Dings verzog sich zu einer albtraumhaften Imitation eines Lächelns. Es winkte mit der Hand und sprach ein unmögliches Wort. Ein Knistern ging durch die Luft. Miss Mortimer rief ich. Hey, Miss Mortimer, Eliza, ich bin hier oben. Ich schrie und sprang umher, aber Frau Mortimer lief einfach weiter durch den Wald, schaute von einer Seite zur anderen und rief meinen Namen. Sie kann uns weder sehen noch hören, spottete das Ding. Sie kann nicht einmal den Friedhof sehen. Für sie ist das hier nur eine gras bewachsene Hügelkuppel, verstehst du? Begreif es doch endlich, Kleiner. Du machst alles nur noch schlimmer. Das Ding hat gelogen, das musste es sein. Ich winkte und schrie, aber es machte keinen Unterschied. Genau wie es gesagt hatte, ging Frau Mordhimmer an dem Friedhof vorbei, als ob er gar nicht da wäre. Dann war sie weg, nur ein weiterer Schatten im Wald. Der Mond ging am Nachthimmel auf, aber das bleiche Ding bewegte sich nicht. Er starrte mich nur an wie ein Bussard, der darauf wartete, dass seine Beute starb. Ich setzte mich hin und weinte. Vielleicht war es richtig, wie das Ding es sagte. Vielleicht sollte ich es einfach hinter mich bringen. Ein Kieselstein flog aus dem Wald und klapperte neben mir. Dann noch einer. Ich erblickte zwei bekannte Gesichter im Mondlicht zwischen den Bäumen. Johann und Abigail. Sie konnten mich sehen. Das bleiche Monstrum vor mir bemerkte meine Aufregung. Es sah sich misstrauisch um und ich wusste, dass ich nicht viel Zeit hatte. Holt Miss Mortimer, Frau Eliza Mortimer, die in einem Häuschen auf der anderen Seite des Baches wohnt. Sie wird kommen und uns helfen. Ich weiß, dass sie das tun wird. Also bitte holt sie. Sie muss wissen, wo ich bin, rief ich so laut ich konnte. Johann und Abigail sahen sich an, nickten mir zu und schlichen sich in den Wald. Sie hatten die Botschaft verstanden. Niemand kann dir helfen, Kleiner. Keiner, röchelte das Ding. Ich verschränkte selbstgefällig meine Arme. Als Frau Mortimer jedoch einige Stunden später nicht auftauchte, begann meine Zuversicht zu schwinden. Johann und Abigail hatten schon immer Angst vor Erwachsenen gehabt und nachdem ich das Grauen gesehen hatte, das durch ihren Wald schlich, konnte ich verstehen, warum. Aber was, wenn sie auch Angst vor Frau Mortimer hatten? Was, wenn sie sie aus irgendeinem Grund nicht erreichen konnten? Der östliche Himmel wurde heller, als ich eine zweite, dunkle Gestalt durch den Wald kommen sah. In ihrer Hand brannte eine Fackel aus seltsam riechenden Kräutern und Johann und Abigail gingen hinter ihr her, ohne eine Spur zu hinterlassen. Es war Miss Mortimer. In dem kalten Morgenlicht war ihr Gesicht fast so blass wie das meines Entführers. Sie fuchtelte mit dem rauchenden Bündel herum und ein weiteres Kräuseln ging durch die Luft. Ihre Augen wurden groß. Sie konnte mich sehen. Du bist gekommen, rief ich erleichtert, aber Frau Mortimer lächelte nicht. Lass ihn gehen, Mathilda, befahl sie dem bleichen Ding vor mir, Es drehte sich zu ihr um. Seine dunkelblauen Augen waren voller Anerkennung und Hass. Wer bist du, dass du mir befehlen kannst, Eliza? Wie ein Raubvogel, der seine Flügel ausbreitet, richtete sich das Ungeheuer namens Mathilda zu seiner vollen Größe auf. Es war fast doppelt so groß wie Miss Mortimer, aber sie wich nicht zurück. Du glaubst doch nicht, dass dieses kleine Salbeistöckchen dich beschätzen wird. Mathilda lachte und ihr Lachen wurde zu einem Wind, der ihre Lumpen um sie herum peitschte, Wolken über den Morgenhimmel trieb und die schwelenden Kräuter in Frau Mortimers Hand verbrannte. Die Dunkelheit vertiefte sich. Ich habe überall nach dir gesucht. Ich habe deine alten Bücher studiert, deine Methoden gelernt. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich ausgerechnet hier finden würde. Nun, hier habe ich diese Welt verlassen und hier bin ich in sie zurückgekehrt. An den Orten, an denen ich gewesen bin, hat Zeit keine Bedeutung. Weißt du, was ich tun musste, um dort zu überleben, Elisa? Weißt du, was ich tun musste, um zurückzukommen? Ich kann es mir nicht einmal vorstellen, aber die Seele dieses kleinen Jungen, Mathilda, wie konntest du nur? Wie viele andere gab es vor ihm? Wie viele wird es noch geben? Frau Mortimers Hände hatten sich zu Fäusten geballt und ich war überrascht, Tränen in ihren Augen zu sehen. Die Mathilda, der Mensch, den ich liebe, hätte niemals das Leben anderer gestohlen, nur um selbst am Leben zu bleiben. Während Frau Mortimer sprach, bemerkte ich, dass Mathildas Hände sich bewegten. Diese langen, blassen Finger zogen etwas aus den zerlumpten Ärmeln heraus. So etwas, wie ein kleinen Messing Pfeil. Pass auf, sie hat irgendwas. Ich schrie. Mein Schrei erstarb in meiner Kehle, als Mathilda sich drehte und den Pfeil in meine Brust schleuderte. Nein! Miss Mortimer rannte auf mich zu, Johann und Abigail auf den Fersen. Das letzte, was ich sah, bevor meine Sicht schwand, war ein großer schwarzer Vogel, der neben dem Friedhofstor in die Luft flog. Seid ihr sicher, dass ihr das tun wollt? Wenn ihr das wollt, gibt es kein Zurück mehr. Die Zeit war vergangen. Ich hätte nicht sagen können, wie viel. Die Stimme von Frau Mortimer klang weit weg, als wäre ich tief unter Wasser. Ich lag in meinem Bett in der Hütte, aber wie seltsam. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich spürte nichts. Nicht einmal meinen eigenen Atem war ich. Frau Mortimer hatte mit irgendeinem farbigen Pulver einen Ring um mich herum gemacht. Ihr rotes Notizbuch lag aufgeschlagen vor ihr und rechts von ihr standen Johann und Abigail und hielten sich an den Händen. Ja, wir sind sicher, nickte Abigail. Mir wurde der Bach sowieso zu langweilig. Ich denke, es war auch an der Zeit für mich weiter zu ziehen und wenn es unserem Freund hilft. Also gut, wenn ihr soweit seid. Frau Mortimer nickte, dann zog sie die Stirn in Falten. Ich kannte diesen Blick. Es war der, der bedeutete, dass ich wirklich hoffte, dass das funktionierte. Sie begann zu singen. Während sie das tat, wurden Johann und Abigail immer heller, bis sie aus Licht zu bestehen schien. Sie streckten die Hand aus, um meine Licht wurde schwächer und verschwand. Ich spürte ein lautes, plötzliches Klopfen in meiner Brust. Es dauerte eine Minute, bis ich merkte, dass es mein eigener Herzschlag war. Johann? Abigail? Ich keuchte. Deine Freunde sind weitergezogen. Miss Mortimer beugte sich vor und strich mir das schweißnasse Haar aus der Stirn. Ich weiß nicht, ob sie dort, wo sie jetzt sind, glücklicher sind, aber ich würde es gerne glauben. Und Mathilda? flüsterte ich. Vorbei für den Moment, aber ich glaube, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Es ist eine Schande, wir hatten hier so schöne Erinnerungen. Ein Schatten zog über Miss Mortimars Gesicht. Dieses Leben auf der Straße erweist sich als gefährlicher, als ich dachte. Es gibt immer noch so viel, was ich nicht verstehe. Vielleicht wäre es besser, wenn du zu deinen Eltern zurückkehrst. Nein! Ich schüttelte den Kopf. Es ist mir egal, ob es gefährlich ist. Ich komme mit dir mit. Frau Mortimer versuchte, ihr Lächeln zu verbergen, ohne viel Erfolg. Ich versuchte, aus dem Bett aufzustehen, rutschte aber sofort nach hinten. Mathildas vergifteter Pfeil hatte mich so schwach wie ein Neugeborenes gemacht. Frau Mortimer nahm ein kleines Stück Kreide heraus und drückte es mir in die Hand. Ruhe dich aus, ehe du dich versiehst, sind wir wieder auf dem Weg. In der heutigen Geschichte geht es um zwei Männer, die ihren täglichen Weg von der Arbeit nach Hause fahren. Da fällt ihn auf, dass es mitten im Wald am Straßenrand eine Tankstelle gibt, die gestern noch nicht da war. Neugierig und verwundert wollen sie diese Tankstelle untersuchen, gehen hinein und finden etwas, das ihr Verstand nicht begreifen kann. Als sie sich ihren Weg durch ein unglaubliches Grauen bahnen, bemerken sie, dass dies keine Tankstelle ist, sondern der Eingang zu einer Hölle, die von einem alten, vergessenen Gott regiert wird. Und dieser Gott will sie und ihre Seelen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche alten Götter von anderen Völkern ihr kennt. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Ich stopste meinen besten Freund Adam an, mit dem ich in einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit fuhr und er wachte sofort auf. Hä? sagte er schläfrig und ich bremste das Auto ab und zeigte mit dem Finger auf die Tankstelle. Diese Tankstelle gehört nicht hierher, sagte ich und zeigte auf sie. Ja, ich glaube nicht, sagte er und machte sich bereit, wieder einzuschlafen. Ich stupste ihn wieder an. Lass uns mal nachsehen, da steht 24 Stunden Service drauf, sagte ich. Er gähnte, dann nickte er mit dem Kopf. Okay, klar, wenn du mich dann in Ruhe lässt, damit ich schlafen kann, gehe ich mit dir nachsehen, sagte er und kramte in seinen Taschen nach etwas Tabak. Ich weiß allerdings nicht, warum du so scharf darauf bist, es ist doch nur eine verdammte Tankstelle. Er drehte sich seine Zigaretten immer an Ort und Stelle selbst und steckte sogar einen kleinen Mentholfilter in das Rollpapier. Er zündete sich den türkischen Tabak an und wurde sofort wach, als der süße Geruch durch das Auto zog. Naja, das ist eine Tankstelle, aber eine, die gestern noch nicht da war. Wie zum Teufel ist sie so schnell entstanden? Das ist doch physikalisch gar nicht möglich. Offensichtlich doch, denn sie ist da, sagte er. Ich fuhr auf den Parkplatz und sah mir das Schild an. Sets 24 Stunden Service, stand da schlicht. Die hellen Leuchtstoffröhren flackerten, als Adam schnappte sich seinen fast leeren Rucksack und setzte ihn ohne nachzudenken auf. Dann schnappte er sich seine Schlüssel mit einer abnehmbaren Pfefferspraydose, sein Feuerzeug und etwas Tabak. Etwas huschte hinter der Tankstelle vorbei, gerade außerhalb der Reichweite der Lichter. Ein plötzlicher Geruch von Schwefel und verfaulendem Fleisch wehte zu uns herüber, sodass ich würgen musste. Oh Mann, sagte Adam und hielt sich Mund und Nase mit der Hand zu. Das ist ja furchtbar. Ich nickte, stützte mein Gesicht in die Ellbeuge und versuchte, die ekelerregenden Dämpfe nicht einzuatmen. Wir liefen beide schnell zur Tür, öffneten sie und gingen hinein. Sofort war der Geruch verschwunden. Als sich die Türe hinter mir schloss, wurde mir klar, dass dies keine normale Tankstelle war. Im Gang vor mir waren reihenweise Schaufensterpuppen aufgereiht, als ob sie alle zum Verkauf stünden. Einige von ihnen sahen aus, als hätten sie echte, menschliche Augen, die in das Plastik eingesetzt waren. Von den Augen tropften noch Blut und andere Reste herunter. Bei einer stand der Mund offen und eine blutige Zunge steckte in der stumm schreienden Statue. Wow, das ist ja Wahnsinn, sagte Adam und zeigte auf die Schaufensterpuppen, als wären sie eine Art Halloween-Dekoration. Ich packte ihn am Arm. Ich glaube, wir sollten von hier verschwinden, sagte ich und in meinem Kopf schrillten die Alarmglöcken. Das ist doch nur Dekoration, Mann. Offensichtlich ist das hier so eine Art Halloween-Laden oder so, ist aber irgendwie außerhalb der Saison. Er zuckte mit den Schultern. Ich schüttelte den Kopf und versuchte, rückwärts zur Tür zu gehen. Als ich mich umdrehte, bemerkte ich, dass sie hinter uns verschlossen war. Ich versuchte mit aller Kraft zu ziehen, suchte nach irgendwelchen Schlössern oder Knöpfen in der Nähe, aber da war nichts. Eine Metallstange nach der anderen durchzog sie vertikal und horizontal, als ob sie Vandalen fernhalten oder unwillige Geiseln einsperren sollte. Wir sind eingeschlossen, sagte ich einfach und meine Stimme zitterte. Das ist nicht richtig, Adam. Wir müssen hier raus. Die Panik in meiner Stimme schien ihn für unsere Situation zu sensibilisieren, aber er versuchte immer noch so zu tun, als sei dies hier ein ganz normaler Laden. Wir müssen nur jemanden finden, der hier arbeitet. Wahrscheinlich haben sie ihn aus Versehen abgeschlossen. Wir sahen uns beide um und mir fiel auf, dass der Laden von innen viel größer aussah als von außen. Dort, sagte er und deutete auf eine Glasvitrine auf der anderen Seite des Ladens. Dort stand ein Mann mit dunklen, fast schwarzen Augen, der uns durch die Panzerglasscheibe anstarrte. Wir gingen hinüber zu ihm. Auf dem Weg dorthin bemerkte ich eine Reihe nach der anderen von Schrecken. In einem Gang gab es etwas, das wie mittelalterliche Foltergeräte aussah, die alle bluttriefend oder blutverschmiert waren. Ich sah sogar etwas, das aussah wie Eingeweide, die um Metallstacheln gewickelt waren, mit einem Griff, um das Metall zu drehen und die Eingeweide aus dem Körper zu ziehen. Die nächste Reihe bestand aus präparierten Tieren, zumindest am Anfang. Da waren Füchse, Katzen, Hunde und Biber, alle in grimmiger Haltung erstarrt, mit wilden Augen und gefletschten Zähnen. Als ich weiter nach unten blickte, sah ich die Körper von Kindern, die in ewigen Schreckenschreien erstarrt waren und noch ihre Kleider oder Kleidchen trugen. Die Köpfe von Männern und Frauen waren ebenfalls präpariert und lagen nebeneinander in den Gängen, alle mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken, manche lächelten, manche schrien, manche starrten einfach nur mit stumpfen Augen vor sich hin. Danach hörte ich auf, die Gänge zu inspizieren. Kann ich ihnen helfen? sagte der Verkäufer durch die Löcher in der Folie, als wir uns näherten. Seine toten Augen starrten Adam an, bevor er zu mir hin über blickte. Äh, ich glaube, wir sind eingeschlossen, sagte ich mit zitternder Stimme. Die Augen des Mannes verließen meine nicht. Ich blickte auf meine Hände hinunter. Der einzige Weg nach draußen ist weiter drinnen. Er deutete auf den hinteren Teil des Ladens. Der Weg nach draußen ist nicht der Weg nach drinnen. Er ist unten. Was ist das? Eine Art Rätsel? Lassen sie uns einfach raus, Mann. Wir wollen nichts von diesem verrückten Zeug kaufen. Wer zum Teufel will einen Haufen Schaufenster Puppenköpfe präparierte Biber und eine neunschwänzige Katze kaufen? fragte Adam. Der Verkäufer starrte Adam nur mit seinen schwarzen Augen an. Hören Sie, wenn Sie uns nicht raus lassen, werde ich mir den Weg nach draußen freischlagen. Der Kerl lächelte darüber, sagte aber nichts. Adam zuckte mit den Schultern und ging zum Gang mit den mittelalterlichen Foltergeräten. Ich fand es seltsam, dass sie all diese zufälligen, schrecklichen Gegenstände verkauften, aber ich sah in der ganzen Tankstelle keine Lebensmittel, Snacks oder Getränke. Vielleicht gab es die alle weiter vorne an einem Ort, den wir noch nicht entdeckt hatten. Adam schnappte sich ein Streitkolben, ein dickes Stück poliertes Holz mit einer spitzen Metallkugel am Ende. Er ging zu der Tür, durch die wir hereingekommen waren und mit einem letzten Blick auf den Angestellten schlug er den Streitkolben so fest er konnte auf die Glasscheiben des Eingangs. Er fand schnell heraus, dass sie aus einer Art bruchsicherem Plexiglas bestand. Der erste Schlag halte schmerzhaft in seinem Arm zurück, so, dass er den Streitkolben fast fallen ließ. Dann ging er zu den Fenstern über und versuchte diese einzuschlagen mit demselben kläglichen Ergebnis. Ich überprüfte den Empfang meines Handys um zu sehen, ob ich die Polizei anrufen konnte, aber all das Metall und dieses Panzerglas beeinträchtigten offenbar das Signal. Innerhalb der Tankstelle hatte ich keinen Empfang. Es sah immer mehr so aus, als müssten wir das Spielchen des Angestellten mitspielen. Wir würden tiefer hineingehen müssen, um einen Ausweg zu finden, so, wie er uns gesagt hatte. Ich bereute es schon bald, jemals einen Fuß an diesen bizarren Ort gesetzt zu haben. Adam massierte sich schmerzhaft den rechten Arm, denn die Schockwellen vom Aufprall auf das unzerbrechliche Glas hatten eindeutig Schmerzen verursacht, aber er hielt immer noch den Streitkolben in der Hand. Du solltest dir besser auch eine Waffe schnappen, sagte Adam zu mir, seine Augen waren ernst, seine normale scherzhafte Art war völlig verschwunden. Wir haben keine Ahnung, was das für ein Ort ist, aber ich denke, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich nickte, ging zum Gang mit den Folter Instrumenten und Waffen und nahm einen Krummsäbel in die Hand. Das gebogene Schwert fühlte sich irgendwie angenehm in meiner Hand an, das Gewicht der Metallklinge war perfekt ausbalanciert. Ich machte ein paar Probeschwünge und wandte mich dann wieder an ihn. Nun, lass uns gehen, sagte ich. Wir begannen, einen Gang mit Büchern entlang zu gehen, die in eine weiße, lederartige Substanz eingewickelt waren, die verdächtig nach menschlicher Haut aussah. Ich beäugte sie mit Abscheu, als wir vorbeigingen Ich sah das Necronomicon, die Schatten Salomons, den Maleus Maleficarum, das Wickerbuch der Schatten und viele andere Bücher, die ich nicht kannte. Einige waren nicht einmal mit dem lateinischen Alphabet geschrieben, sondern sahen so aus, als hätten sie tibetische oder Sanskrit-Titel. Adam blieb stehen und griff nach einem beliebigen Grimoire, das seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Auf der Vorderseite stand in großen, silbernen Buchstaben einfach Der Engel des Todes. Das Buch selbst war glänzend und schwarz, wie eine giftige Schlange. Ein blutrotes Auge starrte aus dem Boden des Buches und ich sah, dass es unaufhörlich Blut tropfte, als ob das Buch selbst weinen würde. Er verstaute es in seinem Rucksack. Was sollen wir damit machen? fragte ich nervös. Er zuckte mit den Schultern. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich soll es mitnehmen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kann ich es mir genauer ansehen, wenn wir anhalten. Als wir uns dem hinteren Teil des riesigen Ladens näherten, der größer war als jedes Kaufhaus, in dem ich je gewesen war, begann es, wieder nach verfaulendem Fleisch und Schwefel zu riechen. Misstrauisch sah ich der ebenfalls die ekelerregende Mischung roch. Ich nickte grimmig. Wir hatten beide unsere mittelalterlichen Waffen gezückt und waren bereit, nach allem zu schlagen, was sich uns näherte. Aber nichts griff uns an. Stattdessen sahen wir eine schwarze Silhouette im hinteren Bereich neben einer Treppe, die nach unten führte. Als wir näher kamen, wurden die Merkmale der Silhouette deutlicher. Sie war über drei Meter groß und schrammte mit dem Kopf fast an der Decke entlang. Es hatte eine schimmernde Reptilienhaut mit dunkelroten Krallen an Händen und Füßen, aber sein markantestes Merkmal waren seine Augen. Sie glühten wie Glut und wurden mit jeder Sekunde heller und dunkler, während die Kreatur auf uns herabstarrte. Das haarlose Gesicht hatte winzige Schlitze für Nase und Ohren und einen lippenlosen schwarzen Mund, der eine vollkommen gerade Linie bildete. Adam ging voran, und blickte misstrauisch zu der Kreatur auf. Das ist der Weg, Freunde, sagte es mit kehliger, knackender Stimme zu uns und deutete mit einer krallenbewehrten Hand auf die Treppe. Ich werde euch weiter drinnen wiedersehen, in dem Raum, in dem das Licht kalt und weit entfernt sein wird. Mein Name ist Zed und ich grüße alle Kämpfer wie oben, so unten. Während er sprach, begann er rückwärts zu gehen und verschwand in der Wand, bis nur noch seine glühenden Augen übrig waren, die jeden unserer Schritte beobachteten. Adam ging voran, ganz leise und mit verstohlenen Blicken zu den Augen, die scheinbar in die Wand eingelassen waren. Ich ging hinterher. Die Treppe roch muffig und uralt und erinnerte mich an meine Besuche in den Katakomben von Paris und sie führte über Dutzende von Stockwerken hinunter, winzige, enge Stufen, die weit unten in der Dunkelheit verschwanden. Wir benutzten unsere Handys als Lichtquelle und gingen langsam, um nicht auszurutschen. Es würde ein sehr langer und wahrscheinlich tödlicher Sturz in die dunkle Tiefe sein. Je tiefer wir kamen, desto kälter wurde es, bis ich meinen Atem im schwachen Licht des Handys sehen konnte. Es gab kein Geländer und nichts, woran ich mich festhalten konnte, wenn ich ausrutschte. Die Wand war aus glattem Sandstein und je tiefer wir kamen, desto mehr bröckelte die Treppe. Meine Höhenangst ließ mich hyperventilieren, bis Adam sich umdrehte und mich beruhigte. Konzentrier dich einfach auf eine Stufe nach der anderen, sieh nicht darüber hinaus. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten wir einen langen Korridor. Wir beschleunigten unsere Schritte und gingen hindurch. Er öffnete sich zu einem riesigen Vorraum, so groß wie ein Fußballstadion. Kaum hatten wir ihn betreten, schlug eine steinerne Tür hinter uns zu und verhinderte, dass wir den Weg zurückgehen konnten, den wir gekommen waren. Bei dem lauten Knall zuckten wir beide zusammen und drehten uns zer um. Hinter mir griff eine dünne Hand in mein Haar, riss mein Kopf zurück und setzte eine kalte Metallklinge an meine Kehle. Adam hob seine Waffe, aber der Mann hinter mir lachte nur. Sein Atem roch, als würde er von innen verfaulen. In Verbindung mit dem intensiven Geruch von Schweiß, Urin und Fäkalien, der von ihm ausging, musste ich würgen, aber ich wusste, dass ich mich keinen Millimeter bewegen konnte, wenn dieses scharfe Messer in meiner Halsschlagader steckte. Nimm die Waffe runter, Kumpel, sagte der Mann mit komischem Akzent. Alle beide. Ich ließ mein Schwert mit einem lauten, wiederhallenden Klirren auf den Boden fallen. Adam ließ sofort seinen Streitkolben auf den Boden fallen und hob die Hände, um zu zeigen, dass sie leer waren. Töte ihn nicht, wir haben dir nichts getan, sagte Adam. Der Mann lachte. Wisst ihr, wo ihr seid? fragte er. Es spielt keine Rolle, was ihr getan oder nicht getan habt. Dies ist ein Ort des Todes. Keiner verlässt diesen Ort lebend. Die Spitze der Klinge drückte sich in meine Haut und ich spürte, wie ein paar Tropfen Blut meinen Hals hinunterliefen. Ihr Fingermalerei, Fingermalerei, genau wie damals, als ich ein Kind war, sagte sie. Das verrückte Gerede hallte zu uns zurück und ich konnte kaum erkennen, woher es kam. Nach einer gefühlten Ewigkeit sah ich eine ausgemergelte, kränklich aussehende junge Frau. Sie hatte gebräunte Haut und langes Haar. Sie trug die Überreste von Lumpen an ihrem dünnen Körper. Sie erinnerte mich an Videos von Überlebenden der Todeslager, die ich gesehen hatte. Ich konnte jede einzelne ihrer Rippen zählen. Neben sich hatte sie einen gekochten Hautstreifen, von dem sie ab und zu ein Bissen nahm, lächelte und gurte vor Vergnügen über den Geschmack. Langschwein, sagte sie, dann lachte sie. Der Geruch von verfaulenem Fleisch war überwältigend. Er war so penetrant, dass ich das Gefühl hatte, ihn schmecken zu können. Ich konnte die Leichen um sie herum liegen sehen. Sie hatte ihnen die Finger abgeschnitten und benutzte das dicke, geronnene Blut, um sie an den Seitenwänden zu befestigen. Ich sah Dutzende von Fingern, die wahllos an der Wand, hin und her liefen. Einige von ihnen waren so alt, dass die Haut abfiel und die Nägel durch den unvermeidlichen Verfall schwarz oder lila geworden waren. Wir haben frisch Fleisch kleine sagte der Mann mit einem irren Lachen. Die Frau drehte sich zu uns um und ich konnte in ihren Augen sehen, dass sie auch völlig verrückt war. Sie konzentrierte sich kaum mehr als eine Sekunde lang auf etwas. Ihre Augen huschten wahllos umher, als sähe sie Dinge, die sich um uns herum bewegten und die gar nicht da waren. Den Leichen um sie herum waren Haut und Fleisch abgezogen wurden und es schien klar, dass sie Stücke von ihnen allen gegessen hatten. Die Wellen der Übelkeit und des Unwohlseins in meinem Magen wurden nur noch schlimmer. Dann, wie aus dem Nichts, ertönte etwas, das sich wie eine Tornadosirene anhörte. Ich spürte, wie sich das Messer an meiner Kehle etwas lockerte und die Frau sah auf und schrie entsetzt. Nein, nein, nicht schon wieder, sagte sie. Adam bemerkte die Ablenkung, seine Augen trafen meine. Er nickte und griff in seine Tasche. Runter, schrie Adam und ich ergriff die Hand des Mannes, drückte sie mit aller Kraft weiter von meiner Kehle weg und fiel zu Boden. Im selben Moment holte Adam das Pfefferspray aus seiner Tasche und sprühte es dem verrückten Kerl in einem konzentrierten Strahl ins Gesicht. Der Wahnsinnige schrie auf, fiel hin und ließ das Messer fallen, während ich über das ekelerregende, geronnene Blut und die Blutreste auf den Boden kroch. Innerhalb von Sekunden waren meine Kleidung und meine Haut bedeckt. Ich wirkte und versuchte mich nicht zu übergeben. Die Frau rannte zu dem Mann hinüber und versuchte ihn hochzuziehen. Sie kommen, sie kommen, sagte sie, aber er hatte so starke Schmerzen, dass er nicht mal die Augen öffnen konnte und schon gar nicht vor den Schrecken, die in diesen unteren Etagen herrschten, weglaufen konnte. Adam riss dem Mann das Messer aus der Hand, trat ihm zur Sicherheit ein paar Mal ins Gesicht und wandte sich dann der Frau zu. Sie wog kaum hundert Pfund, so wie sie aussah und es war nicht schwer, sie zu überwältigen. Er hielt ihr das Messer an den Rücken. Bring uns hier raus, du Spinnerin, sagte er zu ihr und sie begann zu schreien. Keine Zeit, keine Zeit, wir können meinen Daddy nicht verlassen, weinte sie und die Tränen bildeten Linien zwischen dem Schmutz und dem Blut, das ihr Gesicht bedeckte. Adam stach ihr das Messer in die Haut des Rückens und sie schrie auf. Führe uns hier raus oder du bist tot, sagte er. Sie nickte, ihr Weinen hörte abrupt auf, dann zeigte sie auf eine kleine Öffnung in der Wand, weiter unten, hinter dem Haufen von Leichen, der sie umgeben hatte. Adam ließ sie los und sie begann zu rennen und wir beide folgten ihr. Ich hörte eine Kakophonie flatternder Flügel und sah etwas, das wie große Libellen aussah, von weiter unten in der Kammer aufsteigen. Wir rannten alle drei in die Öffnung, gerade als sie vorbeiflogen und der Schwarm konzentrierte sich auf den weinenden Mann, der versuchte auf die Beine zu kommen und uns zu folgen. Mit einem Schrei, als würde jemand bei lebendigem Leibe verbrannt, hörte ich, wie sie sich über seinen Körper hermachten. Sie fraßen ihn bei lebendigem Leibe auf. Ein paar der libellenähnlichen Biester folgten uns durch den Tunnel und ich spürte ein Stechen wie brennendes Feuer, als nach ihr und spürte, wie ein Stachel meine Hand direkt in der Mitte meiner linken Handfläche traf. Sie begann anzuschwellen und es kostete mich alles, nicht zu schreien. Ich packte das Ding und zog es vor mir her und mit Entsetzen stellte ich fest, dass es ein winziges, menschenähnliches Gesicht hatte. Das Gesicht hatte keine Augenbrauen oder Haare, aber es war zu einem unaufhörlichen Schrei gezwungen. Ich warf es auf den Boden und trampelte darauf herum. Lauft, rief ich und wir sprinteten los. Die Schreie des Mannes verfolgten uns den Tunnel hinterher. Dieser teilte sich an verschiedenen Stellen, aber die verrückte Frau schien zu wissen, wohin sie ging und bug nach links und dann die nächste rechts ab. Bald konnten wir das Licht der Sonne vor uns sehen. Wir kamen in einem riesigen Innenhof heraus. Die Mauern waren hunderte von Metern hoch und Kreaturen in Käfigen säumten die Wände. Einige von ihnen sahen aus, als wären sie aus mehreren ausgemerkelten Körpern zusammengeschmolzen wurden. Andere sahen aus, wie Männer und Frauen in Anzügen oder Wanderkleidung, aber ihre Gesichter waren völlig leer, ohne Haare, Augen, Ohren oder Mund. Ihre Köpfe drehten sich jedoch um und sahen uns an, als wir vorbeigingen. Die verrückte Frau begann zu weinen. Ich will nicht hier sein, ich will nicht hier sein, ich will nicht hier sein, sagte sie immer wieder. Halt die Klappe, sagte Adam zu ihr. Er schaute mich an. Was jetzt? Ich holte mein Handy heraus und versuchte, die Polizei anzurufen. Es gab keine Möglichkeit anzurufen oder eine SMS zu schreiben, aber ein offenes Wi-Fi Netz kam durch. Auf dem stand Sets Full Service Station. Ich versuchte, Websites des FBI oder der Polizei aufzurufen, um Hilfe zu holen, aber sie waren alle blockiert. Was ich aber tun konnte, war, mit einer App beginnen, diese Geschichte hier aufzunehmen. Ich weiß, dass es nur einen Ausweg gibt und der ist weiter unten. Wir müssen weiter reingehen. Das heißt, wenn Seth uns nicht angelogen hat. Mir war klar, dass die Schrecken, die uns erwarteten, noch schlimmer werden würden. Als Adam und ich in dem riesigen Hof standen, umgeben von Hunderten von monströsen Wesen in Käfigen, fragten wir uns, was wir als nächstes tun sollten. Wir sahen uns die verrückte Frau an. Ihr dunkles Haar hing in verfilzten, blutigen Strähnen um ihr Gesicht und ihre Augen waren hohl und leer. Sie starrte mit einem Blick aus tausend Jahren an uns vorbei. Adam ging auf sie zu und stand nur einen Meter von ihr entfernt, damit sie nicht an ihm vorbeischauen konnte. Wie heißt du? fragte er. Sie murmelte vor sich hin, aber ich konnte hören, was sie sagte. Er zeigte auf mich. Das ist mein Freund Jerry und ich heiße Adam. Plötzlich sprang sie auf und ihre leblosen Puppenaugen trafen seinen Blick. Ein kurzer Moment der Klarheit und Vernunft schien zu ihr zurückzukehren. Mein Name ist Mary und ihr habt meinen Vater getötet. Adam schüttelte den Kopf. Technisch gesehen haben diese Mutantenkäfer deinen Vater getötet und das war erst nachdem ihr versucht habt uns zu entführen zu ermorden und zu essen. Zumindest nehme ich an, dass das euer letztes Ziel war. Er sagte dies auf eine so emotionslose Art und Weise, dass ich dem Drang zu lachen widerstehen musste. Aber ich denke, wir sollten uns auf das aktuelle Problem konzentrieren. Wo zum Teufel sind wir? Er deutete auf die Kreaturen in den Käfigen. Viele von ihnen sahen uns an, zumindest die mit Augen. Einige sahen menschlich aus, hatten aber weder Haare noch Augen, Mund, Nase oder Ohren am Kopf. Sie schienen durch ihre Haut zu atmen, wobei sich ihr Körper alle paar Augen Blicke leicht ausdehnte und zusammenzog. Unerwartet und mit lautem Getrappel, das von den Wänden des Hofes Widerhalte, kamen drei Jugendliche durch einen kleinen Tunnel am anderen Ende des Raumes gerannt. Ich hatte den Tunneleingang nicht bemerkt, da er durch eng beieinander stehende Käfige verdeckt war. Einer der Jugendlichen hatte tiefe Krattspuren auf der Brust, sein T-Shirt war zerrissen und das Blut lief in Rindsalen über den weißen Stoff und färbte ihn tief rot. Die beiden Mädchen, die hinter ihm standen, atmeten schwer, machten große Augen und schauten alle paar Sekunden hinter sich. Dann sahen sie uns, bevor sie all die Kreaturen in den Käfigen rund um den Hof bemerkten und wurden so still wie Statuen. Die verrückte Frau, Mary, nutzte den Moment der Ablenkung und rannte weg, zurück in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Verdammt, sagte Adam und wollte ihr hinterher sprinten. Ich legte meine Hand auf seine Schulter. Lass sie gehen. Realistisch betrachtet, was sollen wir tun? Entweder müssen wir sie hier behalten, was bedeutet, dass wir ständig eine Verrückte beobachten müssen, die uns sofort umbringen würde, oder wir müssen sie fesseln oder sogar töten. Keine dieser Möglichkeiten ist eine gute Wahl und ich will nicht einmal das Blut eines verrückten Kannibalen an meinen Händen haben, wenn ich es verhindern kann. Es ist wahrscheinlich besser, sie einfach gehen zu lassen. Und natürlich hatte ich das Gefühl, dass wir sie wiedersehen würden, auch wenn ich das nicht laut aussprach. Der Teenager mit dem blutigen T-Shirt ging nach vorne und streckte seine Hände aus, um zu zeigen, dass er unbewaffnet war. Adam behielt das blutverschmierte Messer in der rechten Hand und schob mir mit der anderen Hand heimlich seine Schlüssel mit dem Pfefferspray zu. Ich nahm sie und drehte die Düse in Feuerposition, damit Kampfwaffe hatten, um uns einen Vorteil zu verschaffen, falls ich diese Gruppe als genauso verrückt wie Mary und ihr Vater herausstellen sollte. Aber als sie näher kam, merkte ich, dass es nur verängstigte Kinder waren. Ich trat vor, steckte die Schlüssel in meine Tasche und zeigte ihnen meine Hände. Wir werden euch nicht wehtun, sagte ich laut und meine Stimme halte durch den mir am nächsten stand. Ein Mann in einer blutigen Chirurgen Uniform mit rein weißen, vom grauen Stab bedeckten Augen starrte mir entgegen, aufgeregt durch mein Geschrei. Wo kommt ihr her? Wir haben diesen Ort in Florida gefunden, sagte der Junge, trat vor und wischte sich mit der Hand über die tiefen Schnitte auf seiner Brust. Und wir haben es in Massachusetts gefunden, sagte Adam. War es eine zufällig aussehende Tankstelle, die aus dem Nichts auftauchte? Der Junge sah unsicher aus. Nun, wir waren noch nie in diesem Teil Floridas. Es war ein Roadtrip, quer durch den Start. Wir waren auf dem Weg zu Universal und Disney World und hatten uns ein wenig verfahren. Wir hatten nur noch wenig Benzin und fanden eine 24-Stunden Tankstelle mitten im Sumpf an einer unbefestigten Straße, auf der es meilenweit keine Häuser gab. Ich fand das schon seltsam, aber man kann es sicher nicht aussuchen, oder? Wir gingen hinein, um zu bezahlen und die Türen schlossen sich hinter uns. Ich nickte. Bei uns war es fast genauso, aber ich weiß genau, dass diese Tankstelle in weniger als Tag auftauchte. Soweit ich weiß, kann sie innerhalb von Sekunden aufgetaucht sein. Und ich wette, wenn wir mit mehr Leuten hier sprechen würden, hätten sie ähnliche Geschichten zu erzählen, nur, dass sie wahrscheinlich alle an unterschiedlichen Orten aufgetaucht sind. Die letzte Gruppe, auf die wir trafen, klang, als hätten sie einen australischen Akzent. Und ich würde wetten, dass wir, wenn wir weiter reingehen, Leute von überall her finden würden. Dieses Ding muss wahllos auf der ganzen Welt auftauchen und die Leute hineinlassen, wie eine Falle. Wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus, sondern muss immer tiefer und tiefer hinein, um einen Ausweg zu suchen. Bis was? fragte Adam. Bis der Hummerfischer uns fängt und uns rauslässt? Ich musste lachen. Die Fischer lassen die Hummer erst raus, wenn sie bereit sind, sie lebendig zu kochen, sagte ich. Daraufhin runzelte er die Stirn. Habt ihr irgendwelche Waffen? unterbrach mich eines der Mädchen. Sie war eine kleine, dünne, rothaarige. Adam wies den Weg zurück, den wir gekommen waren. Da hinten in der Kammer sind ein paar Waffen, aber ich würde nicht den Weg zurück gehen. Da waren Käfer, die Menschen bei lebendigem Leib fressen, aber irgendwie gab es vorher eine Warnung, fast so, als ob eine Falle ausgelöst worden wäre. Es klang wie eine Sirene oder etwas ähnliches. Sie nickte. Bei uns war es genauso. Wir nahmen die Treppe nach unten und fanden schließlich einen kleinen Tunnel, gleich links, unter den Fackeln, aber sobald Jason den ersten Stein überschritt, hörte er ein Heulen. Und etwas kam aus den Wänden, sagte das Mädchen. Der Junge namens Jason erzählte weiter. Es war ganz gebückt und es sah aus, als wäre eine geheime Falltür in die Wand eingebaut. Dann kam ein Geruch wie Schwefel und Tierkadaver heraus, wie eine Welle von Gestank und es nahm diese riesigen Klauen und schlug mir auf die Brust. Er hob sein Hemd und ich keuchte. Das Blut war noch nicht geronnen, sondern floss immer noch herunter. Er muss inzwischen ziemlich viel Blut verloren haben, aber das Adrenalin schien ihn auf Trab zu halten. Schwarze und violette Linien zogen sich von den Schnittwunden in alle Richtungen und erinnerten mich an eine septisch gewordene Wunde oder an Obdachlose Heroinsüchtige, die ich in Dokumentarfilmen gesehen hatte, deren Einstichstellen sich infiziert hatten und sich zum Herzen hin ausbreiteten. Aber dies war etwas ganz anderes als eine Sepsis. Als ich zuschaute, konnte ich sehen, wie es sich von Minute zu Minute verschlimmerte. Teile seiner Haut begannen sich abzulösen, Knochen verformten sich und rissen durch die Kleidung. Oh Gott, es tut weh, bitte, irgendwas stimmt nicht, sagte Jason und streckte die Hand nach mir aus. Blutstropfen fielen aus seinem rechten Auge, dann aus dem linken und er begann zu schreien, als sich sein Körper in etwas anderes zu verwandeln begann. Das dritte Mädchen in der Gruppe, ein großer, brünetter Teenager, begann hinter Jason zu zeigen und zu schreien. Ich warf einen Blick auf ein kleineres, rothaariges Teenager-Mädchen, identisch mit dem Mädchen aus der Gruppe, nur, dass diesem mehrere Finger fehlten und ihre Kleidung zerrissen und Blut verschmiert war. Blut floss aus ihrer Hand, wo sich die Fingerstümpfe reflexartig zusammenzogen und wieder lösten. Sie sah aus, als ob sie immer wieder gestochen worden wäre. Ihr Gesicht war geschwollen. Die verletzte Doppelgängerin schaute geschockt auf das Ganze, während Jason zu Boden fiel. Seine Schreie hörten auf, aber aus seinem Rücken wuchsen Knochenstücke heraus. Er krümmte sich und krampfte, seine Augen rollten in den Hinterkopf und kamen noch ein paar Mal zurück, um sich auf mich zu konzentrieren. Wer bist du? Sagte der verletzte Rotschopf zu der Unverletzten, die von einem Ohr zum anderen grinste und begann, über den Boden zu schweben. Ihre Augen färbten sich rot wie Glut und ihre Haut wurde schnell schwarz. Ihr Körper wuchs, die Beine und Arme wurden länger und die gesamte Kleidung wurde vom Körper des Monsters aufgesaugt. Das verletzte Mädchen schrie auf, als das schwebende Ding seinen Arm nach ihr ausstreckte und sanft über ihre geschwollene Wange rieb, bevor es sie schnell am Kiefer packte und ihr das Genick brach. Das Geräusch des brechenden Knochens und der entsetzte und gequälte Blick in den Augen des Mädchens waren gespenstisch. Das brünette Mädchen hatte die Ablenkung genutzt und war zu Adam und mir hinüber gelaufen. Jetzt erkannte ich, dass das schwebende Ding Seth war. Seth wandte seinen Blick wieder zu uns und ignorierte Jason, der immer noch krampfhaft auf dem Boden lag und schaumiges Blut spuckte. Ihr beide fasziniert mich, sagte er zu Adam und mir in einem guturalen Ton. Die Worte schienen sowohl von den Wänden um uns herum als auch von seinem reptilienartigen Mund zu kommen, aber besonders du, sagte er und deutete auf mich, ich schlage dir einen Handel vor, Jerry. Du gibst mir deine Seele und ich werde dir den Weg zum Ausgang in der Mitte des Labyrinths zeigen. Ich schüttelte daraufhin den Kopf. Schieb dir deinen Handel sonst wohin, sagte ich gehässig. Seth lachte nur. Hinter ihm hatte Jason aufgehört zu krampfen und schien nun entweder bewusstlos oder tot zu sein. In diesem Fall werde ich euch drei Überlebenden aus Fairness fünf Minuten Vorsprung geben, bevor Sett deutete lächelnd auf die Käfige, die um uns herum an den Seiten des Hofes standen. Das brünnete Mädchen schnappte nach Luft. Ihr Mund verzog sich zu einem kleinen Oh vor Angst. Das kannst du nicht tun, sagte sie und begann zu weinen. Sett lachte darüber und hob seine Hände in den Himmel. Adam ergriff eine ihrer Hände und sie folgten meinem Beispiel, als ich zu dem Tunnel sprintete, den Mary vorhin genommen hatte. Ich hoffte, dass wir sie vielleicht wiederfinden und sie zwingen könnten, uns einen Weg in die Mitte dieses Labyrinths des Schreckens zu zeigen, wo laut Sett die Freiheit lag. Als wir in die dunklen, engen Tunnel hinein liefen, begannen leuchtende Symbole, die vorher nicht da gewesen waren, den Weg vor uns zu erhellen. Wir kamen in einer riesigen Kammer heraus, wo wir Maria weinend über dem Körper ihres toten Vaters fanden. Ihre Kleidung war zerfetzt, ihr Rücken mit unzähligen winzigen Symbolen übersät, die in ihrer Haut eingraviert wurden waren. Sie erinnerten mich an tibetische Schriftzeichen, die ich gesehen hatte, oder an diese von Tolkien selbst konstruierte Elfensprache von Herr der Ringe. Der Körper ihres Vaters war auf das Doppelte, seiner normalen Größe angeschwollen, aus seinem Gesicht, seinen Ohren, seiner Nase und seinem Mund tröpfelten kleine Blutgerinnsel. Ich sah hunderte von toten Insekten mit menschlichem Gesicht um seinen Körper herum, viele von ihnen zerquetscht oder mit abgerissenen Flügeln. Es sah aus, als wäre er kämpfend zu Boden gegangen. Ich fragte mich, wo die mutierten Käfer geblieben waren, aber die Zeit drängte und ich wusste, dass dieses Geheimnis besser für ein anderes Mal aufgehoben werden sollte. Adam packte Mary an der Schulter und erklärte ihr schnell die Situation. Ihre Augen wurden schnell trocken und obwohl sie an uns vorbei zu unsichtbaren Schatten Menschen oder anderen Halluzinationen ihres verrückten Geistes zu blicken schien, verstand sie genug davon. Dann ertönte Seth Stimme um uns herum, die aus dem Nichts und von überall her kam. Die Zeit ist um, Freunde. Öffnet die Käfige, lass die Wanderer frei, sagte er mit vergnügter Stimme. Aus weiter Ferne hörte ich, wie sich Metalltüren öffneten und ich wusste, dass wir handeln mussten. Mary, zeig uns den Weg zu dem sichersten Raum, den du kennst. Wir brauchen Zeit zum Nachdenken und ... aufzuschlitzen und zu zerreißen. Sein Körper war gekrümmt. Stacheln ragten aus seiner Wirbelsäule. Seine Lippen fehlten und zeigten stattdessen riesige, blutige Zähne. Seine Augen und seine Haut hatten sich in ein reines, kränkliches Weiß verwandelt und die tiefen Krallenspuren auf seiner Brust waren inzwischen völlig verheilt. Adam versuchte mit seinem kleinen Dolch auf das Monster einzustechen, aber dann erinnerte ich mich daran, dass wir nur ein paar Meter weiter Waffen hatten, wo wir zuerst von dem Kerl entführt worden waren. Ich rannte zur Tür und schnappte mir meinen Krummsäbel. Während sich das Monster darauf konzentrierte, das brünnete Mädchen in Stücke zu reißen, tauchte ich hinter ihm auf und schlug zu, so fest ich konnte. Die Zeit schien sich zu verlangsamen, als das Schwert den Hals des Monsters traf. Das Monster stieß einen letzten Schrei aus, der gleichzeitig mit dem Durchtrennen der Kehle abgeschnitten wurde. Der Kehlkopf fiel zu Boden, die weißen Augen blickten noch immer Hasse viel zu mir auf, der lippenlose Mund öffnete und schloss sich, wie ein Fisch, der an Land erstickt. Der schlaffe Körper des Monsters fiel nach hinten und zeigte die Verletzungen des Mädchens unter ihm. Sie war zwar noch nicht tot, aber ich wusste, dass es nur noch eine Frage von Augenblicken war. Ihre Kehle war aufgeschlitzt, Teile der Haut auf ihrer Brust fehlten und ich konnte sehen, wie bei jedem Herz Schlag leuchtend rotes Blut aus einem Dutzend tiefer Schnitte austrat. Sie versuchte zu sprechen, verschluckte sich aber nur an ihrem eigenen Blut. Sie starb mit offenen Augen und starrte in Angst und Schrecken. Wir müssen gehen, sagte Adam und zerrte meinem Arm. Ich sah, dass er gegangen war und sein Streitkolben aus der verschlossenen Tür in drei Metern Entfernung geholt hatte und mir wurde klar, dass er recht hatte. Ich konnte Schritte hören, die sich durch denselben Tunnel näherten, den wir eben genommen hatten. Mary war eindeutig aufgeregt, sogar noch mehr als sonst. Sie brabbelte und sagte etwas Unverständliches. Adam stupste sie in den Rücken, flüsterte ihr etwas zu, woraufhin sie nickte dicht hinter ihr. Sie führte uns zu einem ganz anderen Tunnel. Dieser führte in einer spiralförmigen Rampe weiter nach unten. Wir rannten mindestens zehn Minuten lang und die Rampe flachte nicht ab. Fackeln säumten die Wände auf beiden Seiten und spendeten uns Licht. Ich fragte mich, wie viele Stockwerke unter der Erde wir uns jetzt befanden. Es müssen Hunderte gewesen sein. Schließlich nach gefühlt über einer Meile Abstieg kamen wir zu einem Höhlensystem, das in seinem eigenen blauen Licht zu leuchten schien. Starlackmiden und Starlacktiden bildeten scharfe Zacken zu beiden Seiten von uns. Mary zeigte auf eine kleine Tür auf der rechten Seite, die in den Fels gehauen worden war. Sie trug ein Symbol, das ich noch nie zuvor gesehen hatte und das einer Spirale mit einem nach oben zeigenden Pfeil ähnelte. Das bedeutet Essen, sagte Mary mit gedämpfter Stimme. Es gibt ein paar dieser Räume, aber viele von ihnen sind mit Fallen versehen. Sie schob sich durch und zeigte uns einen Raum, der mit Dosen und Flaschen gefüllt war. Die meisten waren leer und zur Seite geworfen, aber ich sah, dass Dutzende von ihnen noch ungeöffnet in den Metallregalen an der Rückwand standen. Adam und ich schlossen schnell die Tür und sahen uns die Lebensmittel Vorräte an. Mir wurde klar, dass ich hungrig war. Das ganze Laufen und das Adrenalin hatten mich erschöpft und allein der Gedanke an Essen ließ mir das Wasser im Mund zusammen laufen. Schnell öffneten wir ein paar Dosen Thunfisch und fanden in der Ecke ein paar Flaschen Limonade. Während wir alle drei so schnell wie möglich aßen und tranken versuchten wir einen Plan zu entwerfen. Weißt du, wo die Mitte des Labyrinths ist, Mary? fragte Adam sie. Sie schien mehr Gefallen an ihm zu finden als an mir. Das war nicht ungewöhnlich, denn Adam war ein sehr gesprächiger, selbstloser und geselliger Mensch, während ich eher introvertiert und ein Einzelgänger war. Zu meiner Überraschung nickte Mary auf die Frage hin mit Ja. Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit kam mir ein kleiner Hoffnungsschimmer in den Sinn. Auch Adams Augen leuchteten, denn er war begeistert von der Aussicht, der Flucht näher zu kommen. Wir sind jetzt auf dem Weg dorthin, sagte sie, während sie mit ihren ekelhaften schmutzigen Fingern kleine Bissen einfachen Thunfisches auslöffelte, und in den Mund schob. Im Zentrum gibt es weniger Fallen, aber kein Essen oder Trinken, deshalb sind Papa und ich immer näher am Rand geblieben, wo wir Langschwein bekommen konnten. Sie kicherte darüber. Du meinst Menschen zum Essen, sagte ich, und Adam warf mir einen Blick zu, der mir sagte, ich solle lieber den Mund halten. Aber Mary lächelte nur noch breiter. Ja, sonst wäre ich schon vor Monaten verhungert. Wir müssen unsere Vorräte hier strecken, aber ich mochte den Geschmack von Langschwein, besonders, wenn es getrocknet und gekocht war. Hm, es erinnerte mich an Dörrfleisch, sagte sie und leckte sich die Lippen. Mary, wie lange bist du schon hier unten? fragte Adam. Mary schüttelte nur den Kopf. Das muss Jahre her sein, sagte sie und runzelte die Stirn. Als ich ihre kränkliche, ausgemergelte Gestalt sah, die Lumpen, die sie trug und die Art, wie ihre Schuhe zerfielen, dachte ich, dass sie wahrscheinlich recht hatte. Dann hörten wir Schritte vor der Tür. Wir hörten alle sofort auf zu sprechen. Adam und ich griffen nach unseren Waffen und stellten uns kampfbereit hin. Ich gab Mary ein Zeichen und Adam nickte und gab ihr den Dolch zurück, den wir ihrem Vater gestohlen hatten. Ich fragte mich, ob das klug war, denn sie war eindeutig verrückt und könnte uns einfach in den Rücken fallen und versuchen uns zu fressen, aber ich hatte das Gefühl, dass wir keine andere Wahl hatten. Ein altes Zitat Elend bringt einen Mann mit seltsamen Bettgenossen zusammen und ich musste fast kichern, als ich daran dachte, wie wahr das wirklich war. Etwas knallte gegen die Tür und ließ sie auffliegen. Adam und ich warteten einen Moment, Mary hinter uns. Wir waren außer Sichtweite der Tür, standen aber neben der Schwelle, so, dass wir, falls jemand hindurch gehen würde, von der Seite angreifen sobald er den Raum betrat. So geschah es dann auch, als der Chirurg mit der blutigen Maske eintrat und ein Skalpell erhob. Ich versuchte, ihm mein Krummsäbel auf den Kopf zu schlagen, aber er war erstaunlich schnell und duckte sich im letzten Moment. Das Schwert pfiff harmlos über den Kopf. Er stieß sein Skalpell in mein Bein, was mich vor Schmerz aufschrien ließ, aber Adam nutzte den Moment der Ablenkung, um seinen Streitkolben auf den Schädel des Mannes zu schleudern. Hirnteile, Haare und Blut flogen heraus, einiges davon landete auf meinen Lippen oder meinem Mund und ich verspürte den Drang, mich zu übergeben, als mich der kupferfarbene Geschmack vom Blut und anderen Resten überwältigte. Wütend wischte ich mir über die Lippen und spuckte aus. Der brennende Schmerz in meinem Bein wurde stärker und als ich an mir hinunter blickte, sah ich wie das Blut in meine blaue Jeans ran. Ich hoffte, er hatte keine Arterie getroffen. Wir müssen jetzt gehen, zischte Mary uns zu und wir nickten beide. Ich war jetzt deutlich langsamer und humpelte neben ihnen her, aber die Schmerzen waren nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Ich nahm an, dass es ein extremer Glückstreffer gewesen war, mich nicht zu verkrüppeln oder mich hier unten verbluten zu lassen. Adam riss ein Stück seines T-Shirts ab und machte mir einen improvisierten Verband, den er mit einem Knoten festzog. Wir hörten weitere Schritte hinter uns und wir alle drei suchten uns große Felsformationen, hinter denen wir uns verstecken konnten und die im subtilen Licht der Höhle hervorlugten. Wir sahen einige der gesichtslosen Humanoiden an uns vorbeiziehen. Einer in einem teuren schwarzen Anzug, die beiden anderen in Wanderkleidung und Windjacken. Ihre gesichtslosen Köpfe schienen sich zu kräuseln, auszudehnen und zusammenzuziehen und ich fragte mich, ob das daran lag, dass sie durch ihre Haut atmeten. Ich fragte mich auch, was sie eigentlich waren. Mary nickte uns zu, weiterzugehen und wir taten es. Ich hörte Schreie vor uns. Als ich um eine Biegung in der Höhle bog, sah ich zwei Männer mittleren Alters, die versuchten, die gesichtslosen Monster abzuwehren. Einer der beiden hatte eine Pistole. Er hielt sie einem von ihnen an die Brust und schoss ihm das Herz heraus. Das Monster fiel zurück, aber ein anderes packte es von hinten und das andere lebende Monster schlug den zweiten Mann schnell nieder, packte seinen Kopf und schlug ihn gegen die Steinwände der Höhle. Dann arbeiteten die beiden ungeheuer zusammen und eines griff nach der Brust des Mannes. Seine Finger berührten sanft den Stoff des Hemdes und begann dann mit unvorstellbarer Kraft die Haut und die Knochen des Mannes auseinander zu ziehen. Der Mann schrie auf, hustete Blut, aber das andere Monster hatte seine Arme zu fest hinter seinem Rücken gefesselt, so, dass er sich nicht wehren konnte. Bald hatten sie ihm das Herz aus der Brust gerissen und der Kopf des Mannes sagte zur Seite. Eines der Ungeheuer hielt es ihm an dem blanken Kopf. Der Kopf schien in der Mitte aufzuspalten und tausende von winzigen schwarzen Zähnen mit Augen zeigten sich für einen Moment, als er das Herz des Mannes verschlang. Sie ließen den toten Körper auf die Seite fallen und das andere Monster wiederholte den Vorgang mit dem bewusstlosen Mann und fraß auch sein Herz. Dann gingen sie weiter und das einzige verbliebene Zeichen ihres Vorbeigehens waren die Leichen mit riesigen Löchern in der Brust. Eine von ihnen durch einen Schuss, die anderen beiden durch etwas weitaus Schrecklicheres. Mary, Adam und ich begannen wieder uns vorwärts zu bewegen. Unzählige Schritte näherten sich nun von hinten und wir begannen alle so schnell zu rennen wie wir konnten. Bald endete das Höhlensystem und wir kamen in einem uralten Eichenwald heraus. Dort warteten die beiden Monster auf uns und Adam und ich liefen vorwärts und griffen an. Meinen schaltete ich schnell aus, aber der, der Adam Angriff war zu schnell. Das Monster hatte sich hinter Adam geschlichen und wollte ihm gerade am Hals packen, als Mary aufsprang und ihren Dolchen die Stelle stach, wo das Gesicht der Abscheulichkeit hätte sein sollen. Er stieß ein ohrenbetäubendem Schrei aus, als sich sein Kopf öffnete und es sterbend zurückfiel, aber durch die Ablenkung konnten Dutzende weiterer Monster aus den Käfigen das Ende der Höhle erreichen. Wir rannten alle um unser Leben. Hier entlang, sagte Mary keuchend. Sie führte uns einen kleinen Wildpfad hinunter und wir fanden einen alten Steinkeller mit einer schweren Tür. Wir stiegen alle ein und ich stellte fest, dass die Tür von innen verriegelt werden konnte. Adam steckte seine Streitkolben durch den Riegel, als sich ein Monster von außen näherte und anfing, gegen die Türe zu schlagen. Ich hörte Dutzende weitere Schritte um uns herum und ich wusste, dass wir umzingelt waren. Das war's, sagte ich hier gibt es keinen drin. Wir können uns nicht gegen all die Monster wehren. Mary setzte sich ebenfalls und summte vor sich hin, aber ich bemerkte, dass ihr jetzt Tränen über das Gesicht liefen. Adam grinste mich nur an und nahm seinen Rucksack ab. Hast du das vergessen? fragte er. Ich habe mir das Buch geschnappt, als Er zog den großen uralten Folianten heraus, auf dessen Vorderseite der Titel Der Todesengel stand. Von der Vorderseite tropften unablässig Blutstropfen. Die Stimme von Seth begann zu vibrieren und hallte um uns herum. Wollt ihr eure Seelen schon hergeben, Freunde? Es ist nicht nötig, dass ihr alle wie Schafe zur Schlachtbank geführt werdet, denn ich bin der Gute Hörte und ich hasse es, wenn meine Schafe von den Wölfen zerrissen werden. Er lachte darüber. Adam ignorierte die Stimme, die aus dem Nirgendwo und von überall her kam und öffnete das Buch. Die Seiten waren zunächst leer, doch dann erschien ein mit Blut geschriebener Text. Das Buch stand aus meiner Sicht auf dem Kopf, aber Adam las schnell und runzelte Mary lass mich das Messer sehen, sagte Adam und streckte seine Hand aus. Mary reichte es ihm. Laut dem Buch hier brauche ich nur ein Gebet zu sprechen und diesen Namen in meinen Arm zu ritzen und dieses Ding wird zu uns kommen und alle retten. Die Tür zum Steinkeller begann heftiger zu wackeln, da immer mehr Monster aufzutauchen schienen. Dann solltest du dich beeilen, wir viel Zeit, bis diese Dinger durchbrechen, sagte ich. Narren, du solltest das Buch nicht öffnen. Wollt ihr den Wächter in eure Welt bringen? Der Wächter würde die Sonne töten, den Mond zerstören, jeden Stern auslöschen. Der Wächter schert sich nicht im geringsten um euer Leben. Seth plapperte weiter, aber wir alle ignorierten es. Und Adam begann das Ritual. Das Gebet erschien in Blut auf den Seiten und er begann es zu lesen, während er das Messer über seinen linken Arm hielt. Ein alter Mann möge sterben, ein Neugeborenes möge atmen, die Maden schlemmen, die Infektion brodelt, der Winter kommet und geht nie mehr, der einsame Abweichler, der Wächter, lebt und täuscht, der Engel des Todes steht wieder auf, der ewige Kreislauf einer blutigen Herrschaft. Während er die letzte Strophe las, ritzte er sich den Namen Asael in den linken Arm und schmerzte einen Moment lang, als das scharfe Messer seine Arbeit verrichtete, dann hielt er den Arm über seinen Kopf, das Blut ran seinen Arm hinunter, bildete und formte sich zu immer größeren Rinnsalen, drehte sich dann scharf und zielte direkt auf sein Sobald der erste Tropfen die Mitte seines Brustkorbs erreichte und der Schwerkraft zu trotzen schien, während er seinen Brustkorb hinunter und wieder hinauf rollte, geschah etwas Erstaunliches und Schreckliches. Adams Augen begannen, ein sanftes weißes Licht auszustrahlen und er begann, über dem Boden zu schweben. Hinter ihm sah ich dutzende Visionen seines schwebenden Körpers, die sich abspalteten, als würde ich in ein Spiegelbild schauen, das sich in einem anderen Spiegelbild spiegelt. Die Dutzenden von ihm wurden immer mehr, bis es nach Hunderten, dann nach Millionen, dann nach einer Ewigkeit aussah. Sie verschwanden in einem Punkt am Horizont. Jeder der Körper begann zu verschwinden und dann kamen Augen ins Blickfeld, die sich über die unzähligen Körper wälzten und sich veränderten. Bald konnte ich nichts mehr von dem sehen, was einmal Adam gewesen war. Sein ganzer Körper war mit weichen, leuchtenden, weißen Augen bedeckt, die in alle Richtungen gleichzeitig starrten. dann richteten sich die Milliarden von Augen auf den ewigen Körpern, alle gleichzeitig auf mich und ich spürte ein Gefühl des Schreckens und des Untergangs in einer Intensität, die ich nie für möglich gehalten hätte. Wer ruft nach mir? sagte eine sanfte Stimme von überall und nirgends gleichzeitig. Sie ließ die Wände und den Boden leichter beben. Ich versuchte, den Blick abzuwenden, konnte es aber nicht. Die ewigen Kopien von Adams Körper fielen alle in einem einzigen Moment in sich zusammen und ich starrte wieder nur auf die Stelle, an der Adams Körper gelegen hatte und der endlose Gang von Spiegelbildern verschwand augenblicklich. Mary stand auf und wich bis an den Rand des Kellers zurück. Ich wusste, dass ich antworten musste, auch wenn mich all diese starrenden Augen an den Rand des Wahnsinns zu bringen schienen. Wir, wir brauchen deine Hilfe, Asael, sagte ich. Der Todesengel lachte, als die Tür zu zersplittern begann. Ich konnte Krallen und Hände sehen, die hindurchgriffen und nach dem tasteten, was die Tür geschlossen hielt. Eine von ihnen schlängelte sich an den Streitkolben heran und rüttelte ihn los. Und warum sollte ich dir helfen? fragte er und seine Stimme schien mit jeder Silbe den Boden zu erschüttern. Ich bin in einer anderen Welt mit meinen sechs Brüdern beschäftigt. Weil... sagte ich und zeigte auf ihn. Weil... weil Seth diese Dinger losgelassen hat, um den Körper deines Wirts zu töten und ich habe das Gefühl, dass du ohne einen Wirt in ein Gefängnis zurückkehren musst, aus dem du gekommen bist. Die Augen des Todesengels richteten sich alle auf die Tür, als der Streitkolben herausfiel und die Tür aufschwang. Dutzende von Monstern strömten herein. Der schwebende Todesengel lachte darüber und hob seine Arme. Riesige Stacheln und Dornen schausten aus der Erde hervor, umschlangen die Monster und zogen sie in den Boden zurück. Innerhalb von Sekunden verstummten ihre Schreie. Keiner stand mehr da. Von hinten hörte ich eine andere, tiefere Stimme. Die feurigen Augen von Seth waren in die Steinwand eingelassen und er trat heraus, wobei sein schwarzer, giftiger Körper sofort zum Vorschein kam. Er und der Todesengel starrten sich einen langen Moment lang an. Maria ergriff meinen Arm und wir begannen aus dem Steinkeller zu gehen. Als wir die Schwelle erreichten, hob Seth einen Arm und die Decke begann auf Asael einzustürzen. Massive Steinblöcke fielen auf seinen Kopf und innerhalb von Sekunden war er begraben. Die Kakophonie des einstürzenden Gebäudes ließ meine Ohren klingeln und Mary und ich begannen blind links vorwärts zu rennen. Als ich zurückblickte, sah ich, wie die Steine in die Luft flogen und Asael von der Stelle, an der der Steinkeller gestanden hatte, nach oben schwebte. Seth flog ebenfalls und blickte hasserfüllt auf seinen Feind herab. Asael hob eine ätherische Hand und eine riesige Eiche wurde aus dem Boden gerissen und flog in Seths Richtung. Er wehrte sie mühelos ab, flog höher in den Wald hinein und ließ sie harmlos unter sich vorbeifliegen. Vor mir sah ich eine Luke in der Mitte des Waldes. Es sah nicht so aus, als gehöre sie hierher, aber ich wusste, dass wir uns irgendwo verstecken mussten. Während Seth und Asael kämpften, rannten wir darauf zu und öffneten sie und was ich sah, verblüffte mich. Ich schaute hinunter in die Luke, aber auf der anderen Seite schaute ich nach oben durch die Stelle, wo Adam und ich mein Auto geparkt hatten. Ich blickte zurück und sah, wie Asael und Seth sich mit Feuer und Lava bewarfen und den Wald um sie herum in Brand setzten. Ich nickte Mary zu und sie sprang, ohne zu zögern hindurch. Dann folgte ich ihr. Es war eine verwirrende Erfahrung, durch die Luke hinunter zu steigen, um dann ein paar Meter vor meinem Auto aus einer geheimen, schmutzigen Tür herauszukrabbeln. Kaum war ich draußen, schlug die Tür hinter mir zu und sie verwandelte sich wieder in flache Erde. Ich schaute mich um und sah, dass es dort auch keine Tankstelle mehr gab, nur endlose Bäume. Ich brachte Mary ins Krankenhaus, ging dann nach Hause und verband meine eigenen Wunden mit einem Erste-Hilfe-Kasten. Ich wusste nicht, was ich mit Adam machen sollte. Nachdem ich mich gewaschen und geschlafen hatte, beschloss ich, am nächsten Tag zur Polizeiwache zu gehen und Adam als vermisst zu melden. Ich sagte ihnen, dass ich ihn von der Arbeit nach Hause gebracht hatte, aber seitdem keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Sie ignorierten meine Anzeige und meinten, ich solle wiederkommen, wenn er in ein paar Tagen immer noch nicht aufgetaucht sei. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn wahrscheinlich nie wiedersehen werde. Sein Opfer hat es Mary und mir jedoch ermöglicht, diesen Ort zu verlassen. Ich hoffe, dass er noch irgendwo am Leben ist und vielleicht einen Ausweg findet, so wie wir es getan haben. Aber wann immer ich jetzt schlafe, höre ich Adam schreien. In meinen Träumen hat er immer eine weiße Iris und Pupillen und er schaut sich immer entsetzt um und fragt, wo er ist. Hinter ihm sehe ich einen ewigen Himmel, der mit ätherischen, glühenden Augen bedeckt ist. In der heutigen Geschichte geht es um einen Buschpiloten in Alaska. Als er zu einem Einsatz fliegt, gerät er in einen Sturm und muss mitten in der Wildnisnot landen. Dort trifft er nicht nur auf einen seltsamen Kerl in einer Forschungseinrichtung, die nicht existieren sollte. Er findet auch heraus, dass mit dem Sturm vor einer Woche noch etwas anderes, das nicht von dieser Weltstand gekommen war. Ein grauenhafter Kampf ums Überleben beginnt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal mit einem Flugzeug geflogen seid und ob euch dort was Unheimliches begegnet ist. Viel Spaß mit der Geschichte. Ich bin die letzten fünf Jahre oder so als Buschpilot in Alaska geflogen. Es ist ein ziemlich guter Job für die richtige Art von Person. Es versteht sich von selbst, dass man ein ziemlich geschickter Pilot sein muss. Insbesondere von kleinen und leichten Flugzeugen, aber darüber hinaus erfordert es auch eine besondere Art von Persönlichkeit. Menschen, die soziale Interaktion und den sicheren Komfort der Zivilisation schätzen, sollten sich nicht bewerben. Autarkie und mechanisches Geschick sind so ziemlich die Grundvoraussetzungen für diejenigen, die auf dieser Seite des Grabes bleiben wollen und ich würde sagen, es ist ziemlich wichtig, dass sie einen klaren Kopf haben und in Stresssituationen nicht zur Panik neigen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich spreche nicht von Nervenkitzelsuchern oder Menschen, die keinen gesunden Respekt vor dem Tod haben. Diese Leute überleben in der Regel nicht allzu lange in diesem Geschäft. Sie enden entweder als ein weiteres Mitglied in der langen Liste vermisster Flugzeuge, die jedes Jahr um neue Einträge ergänzt wird, oder sie lernen schnell, dass ihre Arbeitgeber nicht bereit sind, ihre teure Ausrüstung und Fracht mit jemandem zu riskieren, der nicht jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme ergreift, um die sichere Rückkehr des Flugzeugs zu gewährleisten. Ich will damit nur sagen, dass man in der Lage sein muss, seine Ängste beiseite zu schieben, wenn man mitten im Geschehen ist. Wenn etwas schief geht, braucht man einen klaren Kopf. Man kann immer noch kotzen oder ohnmächtig werden, wenn man wieder sicher auf dem Boden ist. Ich hatte schon einige kalte Schweißausbrüche, als ich nach einem beinahe Zusammenstoß mit dem Jenseits auf einer gefrorenen Landebahn stand. Ich komme aus Südflorida, wo ich die meiste Zeit damit verbracht habe, in einer kleinen, zweimotorigen Beachcraft-Puddlejump-Charter zu fliegen. Interessant, sicher, aber der Umgang mit Menschen war noch nie meine Stärke. Ich bin nicht gerade der gesellige Typ, erst recht nicht, wenn ich versuche zu fliegen. Wenn man vier Passagiere hat, die ein paar Meter hinter einem sitzen und erwarten, dass man auf ihrem zweistündigen Flug über die Everglades den Reiseleiter spielt, wird es schnell langweilig. Zumindest war es bei mir so. Ich schätze, für manche Leute funktioniert es. Jedenfalls rief mich ein Fliegerkumpel, mit dem ich seit Jahren nicht mehr gesprochen hatte, eines Tages aus heiterem Himmel an und bot mir einen Job bei der Busch-Charter-Firma an, mit der er in Fairbanks arbeitete. Einer ihrer Piloten hatte beschlossen, dass die harten Winter in Alaska und die Abgeschiedenheit mehr waren, als seine Nerven ertragen konnten. Also kündigte er, packte seine Koffer und ging zurück in den Süden. Um ehrlich zu sein, hatte ich nie wirklich in Erwägung gezogen, in Alaska zu arbeiten. Ich hatte immer den Eindruck, dass die meisten Busch-Piloten, die dort arbeiteten, stall, das heißt Short Take-Off and Landing, im Hinterland flogen, seit sie alt genug waren, um zu laufen. Nick versicherte mir, dass es dort oben viele angesehene Piloten gab, die aus den Lower 48 stammten. Als er mir die Gehaltszahlen nannte, brauchte ich nicht lange zu überlegen, bevor ich meine Entscheidung getroffen hatte, und zwei Wochen später stand ich im Büro meines neuen Arbeitgebers. Damals wusste ich noch nicht, welches Grauen mir bevorstand. Das ist schon eine Weile her, und obwohl es ein wenig dauerte, bis ich mich an diese Art der Buschfliegerei gewöhnt hatte, die hier verlangt wird, lebte ich mich recht schnell ein und bekam bald mein erstes Fluggerät zugewiesen, eine Dehavilland DHC 2 Beaver. Ich nannte sie Maggie, nach einem Hund, den ich als Kind hatte. Mann, was für eine Schönheit sie ist. Sie ist sonnengelb, mit schwarzen Paspeln, und sieht noch genauso tadellos aus, wie 1976, als sie vom Band rollte. Die Beaver ist wahrscheinlich das beste Buschflugzeug, das je den Himmel zierte, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Maggie mich mehr als einmal vor einem dummen Fehler bewahrt hat. Wie auch immer, ich komme vom Thema ab. Zu der Zeit, als sich diese Geschichte ereignete, flog ich also schon seit etwa einem Jahr für Viking Buschchartas. Ich war gerade von einem Versorgungsflug zu einer Rangerstation in der Nähe des Denerle zurückgekehrt, als ich über Funk einen Anruf von meinem Disponenten erhielt. Ich befand mich gerade im Hangar und trank eine heiße Tasse Kaffee, während der Mechaniker die Tundra-Reifen von Maggie aufzog und die Schwimmer austauschte, die ich für die Übergabe der Vorräte benötigt hatte. Die großen, fast cartoonhaften Reifen waren perfekt für die meisten Gebiete, in die ich zu fliegen pflegte, und sorgten für eine weiche, wenn auch energische Landung. Ich freute mich darauf, in meinen Wohnwagen zurückzukehren und mich zu entspannen, vielleicht einen Film zu sehen, bevor ich einschlief, aber das Knistern meines Funkgeräts verriet mir, dass meine aufregenden Pläne für die Nacht wohl nicht aufgehen würden. Hier ist Hooper, antwortete ich und nahm einen Schluck von dem dampfenden Kaffee. Die Stimme von Buck Jacobs antwortete, durch das leichte Rauschen. Hey, Hoop, wie sieht's aus bei dir? Äh, Mike arbeitet an Maggies Ausrüstung und ich wollte mich gerade auf den Heimweg machen. Was gibt es? Es gab eine kurze Pause, bevor Buck antwortete. Tut mir leid, Hoop, aber du musst eine Kehrtwende machen. Wir haben gerade einen Anruf von einer Ranger-Station in der Nähe von Birch Creek erhalten. Die haben da oben jemanden, der mit einem Braunbären zusammengestoßen ist und ziemlich übel zugerichtet ist. Ich fluchte leise vor mich hin, aber es war okay. Ich habe vor einer Weile gelernt, dass hier oben jeder hilft, wenn er gebraucht wird. Man weiß nie, wann man selbst auf der anderen Seite des Telefons steht. Äh, können Sie ihn nicht selbst rausfliegen? fragte ich, aber ich ging schon um mein Flugzeug herum zu Mike Nichols, der dort arbeitete. Negativ, Hoop. Es ist ein Notfall und wir sind der nächstgelegene Posten. Ich würde Jackie schicken, aber sie ist noch nicht von ihrer Fahrt nach Minto zurück, antwortete er. Okay, Buck, keine Sorge. Ich helfe Mike, Maggie wieder aufzurüsten und vorzubereiten. Ich sollte in einer Stunde oder so bereit sein, sagte ich. Danke, Hoop. In 15 Minuten hast du die Details in deinen Händen. Abmarsch! Und damit war mein entspannter Abend vorbei. Wie vorhergesagt, rollte ich eine Stunde später über die private Landebahn des Unternehmens und die Vibrationen des großen Sternmotors erzeugten ein sanftes Dröhnen, das den Innenraum erfüllte. Es war kurz vor 15 Uhr, als ich in der Luft war und da es Ende Februar war, wusste ich, dass es noch etwas mehr als zwei Stunden bis zum Sonnenuntergang war. Wenn alles glatt lief, sollte das genug Zeit sein, um die Ranger-Station zu erreichen, den Passagier einzuladen und vor Einbruch der Dunkelheit wieder in Fairbanks zu sein. Das Wetter war ziemlich gut, als ich aufbrach. Es herrschten knapp über 10 Grad und obwohl für den Abend Schnee gemeldet war, war der Himmel klar, als ich über die Bäume stieg und nach Nordosten zur Ranger-Station flog. Die ersten 30 Minuten verlief alles reibungslos, bevor die fernen Gewitterwolken, die ich am Horizont beobachtet hatte, sich plötzlich für mich zu interessieren schien und viel schneller auf mich zukam, als mir lieb war. Erschwerend kam hinzu, dass ich ein leichtes Rumpeln des Motors bemerkte, das gelegentlich auftrat. Ich war mir nicht sicher, ob ich langsam einen der neuen Zylinder verlor oder ob es etwas anderes war, aber ich behielt es auf jeden Fall im Auge. Wäre ich auf einer normalen Versorgungsfahrt gewesen, hätte ich sofort umgedreht, und wäre zurück nach Fairbanks geflogen, um es überprüfen zu lassen. Aber ich war mir bewusst, dass es jedem, der mit einem Grizzly aneinander geraten war, wahrscheinlich sehr schlecht ging. Mein Flug zur Birch Creek Ranger-Station könnte für diese unglückliche Seele den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Nach einer weiteren Viertelstunde wusste ich, dass ich es nicht bis zur Ranger-Station schaffen würde. Die heranziehenden Gewitterwolken hatten mich nun eingeholt und bedeckten den Nachmittagshimmel mit einer dicken Decke aus grau-schwarzer Hässlichkeit. Ich konnte die Blitze sehen, die in regelmäßigen Abständen darin aufleuchteten, und die Luft war unruhig geworden. Erschwerend kam hinzu, dass das Fehlzünden des Motors, das ich schon länger spürte, immer häufiger und heftiger wurde. Und ich war mir sicher, dass nun mehrere Zylinder auszufallen drohten. Ich schnappte mir das UKW-Funkgerät und funkte die Zentrale an. Viking Boden, Viking 320 Foxtrot. Buck Stimme, ertönte einen Moment später. Viking 320 Foxtrot, Viking Boden, ich höre dich, Hub. Buck, ich bin hier in schlechtes Wetter geraten und habe Probleme mit dem Motor bekommen. Ich fürchte, ich muss den Flug abbrechen und mich auf den Heimweg machen. Bitte informiere die Ranger Station in Birch Creek über meine Situation. Buck widersprach nicht. Er wusste, dass ich ein Pick-Up wie diesen nicht wegen ein paar Schneegestöber abbrechen würde. Verstanden, Hub. Ich sehe mir gerade das Wetterradar an. Ich empfehle dir, deinen Kurs um 1,8,5 Grad zu ändern und auf 900 zu gehen, um das Schlimmste zu vermeiden. Verstanden. Viking 320 Foxtrot out, sagte ich, neigte das Flugzeug nach rechts und begann mein Rückflug zum Flugplatz. Die Gewitterfront, die mich von links überholt hatte, war mit ihrem Anflug ebenfalls gesunken und brachte die Wolken tief und dicht. Ich drückte das Joch nach vorne, begann meinen Sinkflug zu Bugs Empfehlung und hoffte, dass mir keine verirrten Berge im Weg waren. Fünf Minuten später kämpfte ich mit dem Wind um die Kontrolle über Maggie und befand mich nun fast im Whiteout-Zustand, wobei ich mich zur Navigation fast ausschließlich auf meine Instrumente verließ. Die Turbulenzen wurden immer heftiger und warfen das Arbeitstier-Buschflugzeug wie ein Drachen im Sturm umher. Mehr als einmal ließ mich das Ächzen der Flügel streben, den Verdacht aufkommen, dass der Sturm Maggie über ihre Komfortzone hinaustrieb und die Grenzen ihres Fluggerätes testete. Ich stieg weiter ab und sank auf 500 Fuß, wohl wissend, dass ich bei diesen schlechten Sichtverhältnissen mein Glück mit dem Gelände herausforderte. Die Luft war hier unten und zwar etwas sauberer und die Sicht etwas besser, aber ich wurde immer noch herumgeschleudert und ich wusste, dass ich bald wieder aufsteigen musste, um die Kammlinie zu überwinden, von der ich wusste, dass sie nicht allzu weit vor mir lag. Ein nervtötendes, metallisches Geräusch über meinem Kopf lenkte meine Aufmerksamkeit kurzzeitig ab und in diesem Moment beschloss ich, einen Platz zu finden, an dem ich sie absetzen und den Sturm so gut wie möglich abwarten konnte. Die Bäume unter mir wurden jetzt in dieser Höhe sichtbar. Ihre Spitzen durchstießen die niedrige Wolkendecke und den schweren Schneefall wie geisterhafte Klauen, die aus den Tiefen eines abgrundtiefen Grabes nach mir griffen, um mich hinunterzuziehen. Das größte Problem, das ich mir jetzt stellte, war die Suche nach einem geeigneten Platz für eine sichere Landung. Ich wusste, dass der Wind mich vom Kurs abgebracht hatte und ich kannte mich in diesem Gebiet nicht so gut aus wie in den meisten anderen, die ich überflogen hatte. Mir waren keine Landebahn in der Nähe bekannt und ich betete, dass ich eine Lichtung finden würde, die groß genug war, um sie unterzubringen. Ein weiterer Motorschaden, diesmal schlimmer. Diesmal fiel das angestrengte Dröhnen des Sternmotors für eine halbe Sekunde komplett aus, bevor es wieder einsetzte und zum ersten Mal, seit ich nach Alaska gekommen war, wurde mir klar, dass die Möglichkeit bestand, dass ich es nicht nach Hause schaffen würde. Wenn das Triebwerk bei dem jetzt starken Rückenwind komplett ausfiel, würde meine Fluggeschwindigkeit schnell abfallen, bis einer meiner Flügel den Geist aufgab. Dann würde sich die Biwa überschlagen und ich würde in einer unaufhaltsamen Todesspirale auf den Boden zustürzen. Es könnte Monate oder Jahre dauern, bis mein Wrack hier draußen in der Wildnis entdeckt würde. Ich überlegte, ob ich versuchen sollte, in den Wind zu drehen, um in diesem Fall so viel Fluggeschwindigkeit wie möglich zu behalten, aber die Böen waren so stark, dass ich mich nicht traute, es zu versuchen, vor allem nicht mit einem stotternden Motor. Ich wollte gerade die Zentrale anfunken und Buck über meine sich verschlechternde Situation informieren, als sich die dichten Wolken vor mir kurz auflösten. In diesem Moment dachte ich, ich hätte die wichtigste Lotterie meines Lebens gewonnen. Direkt vor mir, eine Viertelmeile entfernt war die unverwechselbare, rechteckige Form einer kleinen Landebahn zu erkennen. Sie war mit Schnee bedeckt, vor dem ich hoffte, dass sie nicht zu tief lag, aber es war meine Rettung, eine Rettungsleine, die ich nicht abzulehnen wagte. Schnell passte ich meinen Anflug an und setzte die Klappen, als ich die Landebahn ansteuerte. Eine weitere starke Böe versuchte, mich aus der Ausrichtung auf die schmale Lichtung zu werfen, aber ich kämpfte mit Gas und Ruder, so gut ich konnte, während ich beobachtete, wie der Höhenmesser stetig zurückging, wie eine analoge Uhr, die in der Zeit rückwärts läuft. Ich griff nach dem Funkgerät, um Buck, meine Situation und meine ungefähre Position mitzuteilen, aber die nächste Böe riss mir fast das Steuer aus der linken Hand und ich ergriff sofort wieder mit beiden Händen das Steuer. Meine Flughöhe sank auf 200 Fuß. Ich war zu schnell, das wusste ich. Bei dieser Geschwindigkeit würde ich entweder ganz über die Landebahn hinausschießen und in die dichte Baumreihe prallen oder so hart auf den Boden aufschlagen, dass ich meine Ausrüstung abscheren und mir dabei wahrscheinlich das Rückgrat brechen würde. Ich konnte die Maschine nicht weiter abbremsen, weil ich sonst riskiert hätte, bei dem starken Rückenwind unter die Überziehungsgeschwindigkeit zu fallen und das hätte einen schnellen Ausflug auf den gefrorenen Boden bedeutet. 100 Fuß. Maggies Flügel tauchten jetzt unter die Baumgrenze, als ich in den langen und schmalen Streifen der Landebahn einflog, wobei die hohen Zedern und Fichten um mich herum ahnungsvoll aufragten. Der Rückenwind ließ nach, behindert durch die große Baumbarriere hinter mir und ich holte tief Luft, um den Mächten für dieses unerwartete Glück zu danken. 50 Fuß. Mit voll ausgefahrenen Klappen baute ich schnell Geschwindigkeit ab und meine Reflexe übernahm den Übergang von meinem fast ballistischen Flug zu einem kontrollierten Abflug, für den die Biva viel besser geeignet war. Zehn Fuß. Ich zog den Steuerknüppel zurück und gab kurzzeitig Gas, als mein Fahrwerk die Schneedecke küsste. Das Buschflugzeug wackelte 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 setzte etwas härter auf, als mir lieb war. Ich rollte noch etwa 20 Meter weiter, bevor Maggie im knietiefen Schnee zum Stehen kam und ich war dankbar, dass ich nicht umgekippt war. Ich stellte den Motor ab, legte die Stirn auf der Steuer und versuchte meinen Herzschlag unter Kontrolle zu bringen. Ich glaubte nicht, dass das Zittern an meiner Hände etwas mit der Temperatur zu tun hatte. Das Tageslicht wurde schwächer, war aber immer noch hell genug, um mir durch Maggies Fenster einen guten Blick auf meine Umgebung zu ermöglichen. Ich befand mich in der Mitte der Landebahn, wie ich vermutete, da die Bäume auf beiden Seiten etwa gleich weit von mir entfernt zu sein schienen. Hier unten auf dem Boden waren die Bäume noch imposanter. Sie ragten zu und die Wälder dahinter boten tiefe Schatten, die durch den starken Schneefall, der mir weiterhin die Sicht versperrte, noch verstärkt wurden. Ich griff nach dem Funkgerät und betätigte das Mikrofon, um die Zentrale zu rufen. Ich hatte nicht viel Vertrauen, dass das UKW-Gerät die Bäume und den Gebirgskamm zwischen mir und Back durchdringen würde, aber einen Versuch war es wert. Nach einem langen Moment zischenden Rauschens versuchte ich es erneut, aber mit dem selben Ergebnis. Es war zweifelhaft, dass ich ein Signal empfangen konnte, bis der Sturm vorüber war, und selbst dann hielt ich es für unwahrscheinlich, wenn ich Maggie nicht wieder in die Luft bekommen würde. Nach kurzem Überlegen und einem resignierten Seufzer holte ich den Notrufsender aus meiner Jackentasche und aktivierte ihn. Das Gerät würde ein Notsignal zusammen mit meinem Standort an den Überwachungsdienst senden. Ich wusste, dass es mindestens einen Tag dauern würde, bis Hilfe eintraf, aber je eher ich den Notruf absetzte, desto eher würde man mich erreichen können. Ich warf einen weiteren Blick durch die Fenster des Rumpfes nach draußen. Wenn es eine Landebahn gab, bedeutete das, dass möglicherweise jemand in der Nähe war. Ich glaubte nicht, dass es hier draußen eine Ranger-Station gab, aber es gab genug Jagdhütten und Gehöfte, so, dass die Chance, einen Unterschlupf zu finden, recht groß war. Im Inneren des Flugzeugs war es immer noch warm, aber ich wusste, dass das bei diesem Wetter nicht lange so bleiben würde, vor allem, weil die Nacht nahte. Ich schnallte mich ab und kletterte durch die Sitze zurück in den Frachtraum, wo ich meinen schweren Mantel anzog und meinen Notfallrucksack schuld hatte. Ich schnappte mir mein Gewehr aus der Halterung hinter dem Pilotensitz, entriegelte und schwang die Frachttür auf. Ein arktischer Windstoß schlug mir ins Gesicht und ich blinzelte mit den Augen dagegen an, zog schnell meine Schutzbrille auf und die Kapuze hoch, bevor ich mich auf die schneebedeckte Landebahn fallen ließ. Ich zog die Frachttür zu und stapfte um das Heck des Flugzeugs herum, blieb in den Furchen stehen, die Maggies Räder hinterlassen hatten und drehte mich langsam im Kreis, während ich versuchte, irgendwelche Anzeichen menschlicher Anwesenheit auszumachen. Trotz des heulenden Windes, der meinem Mantel und meiner Kapuze zerrte, nahm ich den unverkennbaren Geruch von Waldrauch wahr und atmete erleichtert auf. Wenigstens wusste ich, dass ich hier draußen nicht allein war. Als ich meine Umgebung abtastete, fiel mein Blick auf etwas, das wie ein kleiner Geräteschuppen am westlichen Rand der Lichtung aussah und ich bewegte mich so schnell, wie es der tiefe Schnee zuließ in seine Richtung. Links davon entdeckte ich ein hüfthohes Geländer, das einen Weg markierte, der in die schattige Baumreihe führte und beschleunigte mein Tempo. Ich folgte dem Weg und spürte nun die Holzplanken unter meinen Stiefeln. In den Bäumen angekommen ließ der brutale Wind des Sturms nach und der Schnee rieselte in langsamen tanzenden Strudeln von den Baumkronen herab, bevor er sich mit einem gedämpften Zischen auf dem Boden niederließ, das so klang, als würde der Wald um mich herum leise ausatmen. Durch das schwache Licht der aufkommenden Dämmerung und den Schneefall konnte ich nicht viel mehr als die Bäume in meiner Nähe sehen und ich stützte mich auf den Handlauf um mich zu orientieren. Es dauerte noch ein paar Minuten in denen ich mich durch den schneebedeckten Weg schleppte bis ich das Gebäude endlich sah. Zuerst dachte ich es sei eine Jagdhütte einsam inmitten des endlosen Baummeeres. Als ich näher kam konnte ich jedoch sehen dass es viel größer war als ich zuerst dachte niedrig und breit und von moderner Bauweise eine Art Schild stand zwischen zwei Holzpfosten direkt neben dem Weg dessen Oberfläche mit Schnee und Eis bedeckt war ich hielt inne um es frei zu pinseln und war etwas überrascht als ich den blauen Hintergrund und das Logo der Alaskan Division of Agriculture sah die weiße Schrift darunter wies darauf hin dass es sich um das White River Basin Agriculture Research Center handelte ich hatte noch nie davon gehört dass die ADOA Forschungszentren in der Wildnis unterhielt aber ich nahm an dass es nicht allzu weit hergeholt war das bedeutete dass ich mich nicht einem abgelegenen Jagdlager näherte sondern einem Regierungsposten und das bedeutete dass meine Überlebens- und Rettungschancen gerade erheblich gestiegen waren ich stieß einen Freudenschrei aus tätschelte das Schild als wäre es ein alter Freund der gerade eine gute Nachricht überbracht hatte und joggte die verbleibenden paar Meter bis zur Eingangstür des Gebäudes als als ich mich dem Gebäude näherte schwang die Tür jedoch plötzlich auf und warf gelbes Licht auf den weißen Schnee ein Mann trat aus der Tür schulterte eine Schrotflinte und richtete sie direkt auf meinen Kopf wobei er mich mit großen wilden Augen aus dem Lauf anstarrte bleiben sie stehen schrie er mich an wobei seine Worte in wütenden Dampfschwaden durch die eisige Luft drangen kommen sie nicht näher halt warten sie warten sie nur antwortete ich und nahm reflexartig die Hände hoch ich bin nicht hier um Ärger zu machen er machte eine Bewegung mit der Schrotflinte lassen sie das Gewehr fallen ganz langsam ich warne sie ich werde nicht zögern sie in Stücke zu schießen wenn sie eine plötzliche Bewegung machen ich hielt meine freie Hand hoch um zu zeigen dass ich keine Bedrohung darstellte bückte mich langsam und legte das Gewehr auf den Boden bevor ich wieder aufstand was ist hier los wer sind sie was machen sie hier fragte er ich konnte sehen wie die Mündung der Schrotflinte zitterte und befürchtete dass er mich aus Versehen erschießen würde nur weil er nervös war er trug einen Mantel der wie eine Regierungsjacke aussah mit einem gestickten Aufnäher auf der Schulter und hatte einen Bartwuchs von einer Woche ganz ruhig Boss sagte ich und versuchte meine Stimme ruhig gleichmäßig zu halten mein Name ist Hooper ich bin Pilot bei Viking Bush Charters in Fairbanks mein Flugzeug ist im Sturm abgestürzt und ich hatte Glück dass ich ihre Landebahn gefunden habe bevor ich abgestürzt bin ich begann mich zu fragen ob Glück noch das richtige Wort war er sah mich eine Minute lang an seine Augen musterten mich dann winkte er mich erneut mit dem Gewehr zu sich nehm deine Schutz Brille ab damit ich die Augen sehen kann sagte er das überraschte mich aber ich nickte und nahm langsam die getönten Brillen ab wobei ich darauf achtete keine plötzlichen Bewegungen zu machen er beugte sich zu mir herüber seine Augen waren fest auf meine gerichtet und suchten dann scheinbar zufrieden senkte er abrupt seine Waffe und nickte als ob er sich selbst beruhigen wollte er ruckte mit dem Kopf zurück zur Tür und sein ganzes Verhalten änderte sich plötzlich nun Hupa kommen sie rein und bring das Gewehr mit hier draußen ist es verdammt kalt mit diesen Worten drehte er sich um und ging zurück ins Haus wobei er das Gewehr an die Innenwand neben der Tür lehnte jetzt noch verwirrter als zuvor griff ich nach meinem Gewehr und hob es vom verschneiten Boden auf ohne meinen Blick von dem Mann zu nehmen so unauffällig wie möglich betätigte ich den Hebel lud eine Patrone und folgte ihm hinein es war eine bizarre Interaktion dass ich sicher gehen wollte dass er mich nicht nochmal überraschen würde falls er sich anders überlegen würde als ich das Gebäude betrat und die Tür hinter mir schloss fand ich mich in einem holzgetäfelten Besucherraum wieder mit einer Couch an der einen Wand und einem lodernden Kamin vor dem ein paar Stühle standen an der gegenüberliegenden der Mann hatte sich an einen kleinen Tisch in der Nähe des Kamins gesetzt schenkte sich ein Glas Whisky aus einer halbleeren Flasche ein und schien nun völlig desinteressiert an meiner Anwesenheit zu sein ich runzelte die Stirn und schaute mich im Raum um abgesehen von der spärlichen Einrichtung befand sich gegenüber der Tür durch die ich gekommen war eine geschlossene Tür mit dem Schild Zutritt verboten der Mann nahm einen großen Schluck aus seinem Glas drehte sich wieder zu mir um und hielt mir die Whisky Flasche entgegen Ich schüttelte nur den Kopf Das alles tut mir leid sagte er und deutete vage auf die Tür hinter mir Man kann nicht vorsichtig genug sein Ich bin Morgan Tate Feldforschung Ich musterte ihn misstrauisch Okay Morgan Tate Haben Sie die Angewohnheit Besucher mit einer Schrotflinte zu begrüßen Ich war mir immer noch nicht sicher mit wem ich es hier zu tun hatte aber irgendetwas stimmte eindeutig nicht Er grinste nur über diesen kleinen Scherz nickte dann und nahm einen weiteren Schluck Whisky In letzter Zeit Ja Ja Verdammt Oder zumindest würde ich das wenn ich Besuch bekäme Er deutete mit seinem Becher auf mich und setzte sich schwer auf den Stuhl Ich bekam langsam den Eindruck dass dies nicht der erste Drink des Tages für Mr. Morgan Tate war Sie sind der erste lebende Mensch den ich seit über einer Woche sehe fügte er hinzu Sind Sie der Einzige hier fragte ich und sah mich in dem Raum um An der Wand neben der Tür befand sich eine Reihe von Haken und ich bemerkte mehrere Mäntel die dort hängen Er schmunzelte etwas Unleserliches hinter seinen Augen Nun ja Ich wusste nicht was er für ein Spielchen trieb aber ich voll langsam die Geduld Könnten Sie das näher erläutern ich habe einen ziemlich harten Tag und Sie machen es mir nicht gerade leichter Der dunkelhaarige Mann trank seinen Drink aus und stand auf Sicher warum nicht ich nehme an dass sie jetzt dazugehören sagte er und ging an mir vorbei zur Tür mit Zugangsbeschränkung ich folgte ihm als er die Tür aufstieß und einen schmalen gekachelten Korridor entlang ging der von grellem Neonlicht erhält wurde ich fühlte mich fehl am Platz eher als würde ich durch die Flure eines Krankenhauses gehen als durch ein Gebäude von einer Regierungsgesellschaft die sich mit Agrarkultur mitten im Busch beschäftigt er schaute über seine Schulter und nahm meine Überraschung zur Kenntnis ja nicht ganz das was sie erwartet haben sagte er blieb vor einer schwer aussehenden Tür am Ende des Korridors stehen und tippte einen schnellen Kot in die Tafel über dem Griff ein ich hörte ein leises klicken und er stieß die Tür auf so dass ein dunkler Raum dahinter sichtbar wurde er trat ein und und Licht flackerte auf als ich ihm folgte der Raum in dem wir uns nun befanden war größer als der vorherige wahrscheinlich 30 Fuß breit und roch nach Antiseptikum und Chemikalien erinnerte mich an ein Leichenschauhaus obwohl die verdeckten Objekte zu klein waren um menschliche Körper zu sein was ist das für ein Ort fragte ich und ließ meinen Blick über alles schweifen genau wie auf dem Schild draußen steht Hooper ist dies das White River Basin Agriculture Research Center antwortete er und lehnte sich an einen der Tische es wurde eingerichtet um die Wanderungen große Säugetiere zu beobachten die möglicherweise mit dem Klimawandel zusammenhängen klingt interessant er grinste nein das tut es nicht nicht mal für mich und ich arbeite hier können sie sich vorstellen dass vor einer Woche noch 25 Forscher hier gelebt und gearbeitet haben 25 Hooper hier war die Hölle los Mann ein unangenehmes kribbeln lief mir über den Rücken und ich bewegte das Gewehr in meiner Hand dessen Gewicht mich beruhigte während es an meiner Seite hing falls Tate es bemerkt hatte hatte er es nicht erwähnt was was ist letzte Woche passiert fragte ich vorsichtig als er sich wieder zu mir umdrehte war das grinsen aus seinem gesicht verschwunden und seine augen hatten sich geweitet was auch immer jetzt in seinen gedanken vorging er fand es nicht mehr lustig das war als sie kamen Hooper sie die Schatten Mann die verdammten Schatten sie kamen durch den Sturm du erinnerst dich doch an den Sturm oder der Sturm ich wusste wovon er sprach ich glaubte nicht dass irgendjemand hier ihn so schnell vergessen würde es war für etwas mehr als einer Woche als dieser verrückte Schneesturm aus dem Nichts kam unvorhersehbar und unerklärlich was als wolkenloser und für die jahreszeit ungewöhnlich warmer morgen begann endete damit dass wir unter fast einem meter schnee begraben wurden als es vorbei war der himmel hatte sich innerhalb einer stunde von hell und sonnig in eine graue wütende granitfarbe verwandelt und die wolken waren so tief und schwer dass man sie fast berühren konnte unsere wetterstation auf dem flugplatz meldete anhaltende windgeschwindigkeiten von 50 knoten mit böen bis zu 85 und für die nächsten 14 stunden herrschte völliger white out wir waren alle im hangar gefangen kauerten um die kerosin heizungen herum und hörten dem wind zu der versuchte die schwere stahlkonstruktion um uns herum zu zerreißen als der nächste tag anbrach war er einfach verschwunden und durch den klaren blauen himmel des vorherigen morgens ersetzt niemand hatte eine gute erklärung dafür aber ich hatte gehört wie ein paar der alten hasen die die maschinen werkstatt betrieben im hintergrund darüber geflüstert hatten ich konnte nicht viel von dem verstehen was sie sagten es war mir auch egal wenn ich ehrlich bin aber sie klangen besorgt damals fand ich es seltsam dass das wetter sie so sehr beunruhigte wie es den anschein hatte diese jungs waren beide voll blut inuit und knallhart es war fast schon komisch dass sie sich wegen eines überraschenden schneesturms sorgen machten nein jetzt wo ich darüber nachdenke schien es fast so als ob sie sich mehr sorgen über irgendetwas im schneesturm machten ich bin mir nicht sicher da sie ständig zwischen den sprachen hin und her wechselten aber diesen eindruck hatte ich jedenfalls die schatten fragte ich verwirrt sein blick war einen moment lang in die ferne gerichtet verloren in seiner eigenen welt im nächsten moment richtete er sie wieder eifrig auf mich als hätte er gerade eine erleuchtung gehabt und sagte ja willst du einen sehen ob ich einen schatten sehen will wovon zum teufel redest du da man das ergibt gar keinen sinn aber er war schon wieder in bewegung und ging quer durch den raum zu einer anderen tür er winkte mir ihm zu folgen gab sein code ein und schieß die tür auf wortlos folgte ich ihm wobei mir unbehagen ins ohr flüsterte er führte mich einen weiteren flur entlang wobei er regelmäßig über die schulter schaute als wolle er sich vergewissern dass ich noch einen gefangen die anderen forscher hielten es nicht für möglich aber ich wusste dass ich es kann sagte er und es hörte sich fast so an als spräche er mehr mit sich selbst als mit mir er blieb vor einer tür mit der aufschrift OR2 stehen stieß sie auf und ging hinein ich ging zögernd hinter ihm her denn ich hatte ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache ein langsames Gefühl des Grauens hatte sich seinen Weg durch mein Unterbewusstsein gebahnt und ich war mir nicht sicher ob ich diesem Mann noch weiter folgen wollte die ganze Situation fühlte sich falsch an und ich begann zu glauben dass Mr. Morgan Tate mehr als nur ein wenig gestört war wo waren die anderen Forscher die er erwähnt hatte ich würde bezweifeln dass sie überhaupt existierten wären da nicht die Größe des Gebäudes und die Mäntel die ich neben der Tür gesehen hatte der Raum den ich jetzt betrat war viel kleiner als die anderen und wirkte wie eine Art Kontrollraum an der Wand zu meiner Linken befanden sich schmale Schränke und ein Regal mit Kleiderhaken an denen mehrere weiße Laborkittel hingen zu meiner Rechten befand sich eine Konsole mit Monitoren und Tastaturen und darüber schien der gesamte obere Teil der Wand ein Beobachtungsfenster zu sein das in einen abgedunkelten Raum führte an der gegenüberliegenden Wand befand sich eine dieser Schleusentüren die man in Isolierbereichen von Krankenhäusern sieht aus rostfreiem Stahl und mit einem kleinen runden Fenster in der glatten Oberfläche die Computermonitore waren eingeschaltet und zeigten verschiedene Diagramme und Datenströme an Tate setzte sich auf einen der Stühle an der Konsole und begann in die Tastatur zu tippen »Sie sind unglaublich so etwas haben wir noch nie gesehen« sagte er abwesend Ich trat näher an das Beobachtungsfenster heran und versuchte in dem dunklen Raum dahinter etwas zu erkennen aber alles was ich sah war eine tiefe schwärze »Haben Sie etwas da drin?« fragte ich und fühlte mich plötzlich sehr unbehaglich Ich war mir nicht sicher ob ich das sehen wollte was dieser Verrückte mir zeigen wollte Warum ist das Licht aus? Er blickte kurz von der Konsole weg und schenkte mir ein seltsames Grinsen Das Licht aus Das Licht ist nicht aus Damit stand er auf beugte sich vor und schlug mit dem Absatz seiner Faust gegen das Fenster so dass ich erschrocken zusammen zuckte Ich verstand nicht ganz was ich dann sah Die Dunkelheit die mir die Sicht versperrt hatte wurde plötzlich beiseite geschoben als würde jemand einen Vorhang gewaltsam vor dem Fenster wegreißen und aus dem Blickfeld verschwinden Aber auch das war nicht ganz richtig Die plötzliche Bewegung war eher fließend fast so als würde der Rauch von einem unglaublich starken und unsichtbaren Ventilator weggezogen Ein gedämpftes Kreischen drang an meine Ohren dass ich unheimlich nach einer schlechten Imitation eines Raubvogels anhörte Ich nahm Ich nahm an dass der Beobachtungsraum schalldicht war oder zumindest nahezu schalldicht und fragte mich wie laut das Kreischen gewesen sein musste damit es meine Ohren erreichte Ich lehnte Ich lehnte mich näher an das Fenster und schaute nach oben und nach links wohin die Dunkelheit verschwunden war aber ich konnte keine Spur von ihr sehen Dann blickte ich in den Rest des Raumes und stieß angesichts des absoluten Grauens das ich nicht wirklich sie waren nur noch Skelette die noch immer die Kleidung trugen die sie bei ihrem Sturz getragen hatten die meisten waren unversehrt aber ein paar waren an den Stellen an denen sie auf den gefließten Boden aufschlugen verstreut die Knochen waren von allen Resten des Fleisches befreit und waren weiß gebleicht Was zum Teufel sagte ich voller Abscheu und Schock kaum mehr als ein Flüstern Tate nickte aufgeregt es ist unglaublich nicht wahr die anderen sind abgehauen aber ich konnte zwei von ihnen in den Warteraum locken und dort einsperren ich trat zurück spürte wie sich mein Magen umdrehte und blickte Tate ungläubig an aber aber die Leichen er nickte wieder fast eifrig ja so habe ich sie angelockt die meisten der verbliebenen Forscher sind hierher geflohen um sich zu verstecken siehst du es muss essen jagen es kann ohne Nahrung nicht überleben genauso wenig wie du oder ich am Anfang waren es zwei aber als die Nahrung ausging wandte sich dieser gegen den anderen und jetzt gibt es nur noch den einen die nahrung du meinst diese leute ich verstärkte den griff meines gewehrs und trat einen schritt zurück um ein wenig abstand zwischen uns beiden zu schaffen als die schatten in der dunkelheit des sturms kamen konnten einige von ihnen in das gebäude schlüpfen bevor wir merkten was los war die hälfte der forscher wurde in dieser nacht im schlaf entführt sehen sie sie verstecken sich und warten auf den richtigen moment sie meiden das licht ich glaube es schwächt sie aber in der dunkelheit er brach ab und ich sah wie sich ein unbehagliches lächeln auf seinen lippen ausbreitete fast wie eine bewunderung so schien es in der dunkelheit da leben sie dort gedeihen sie dort herrschen sie ich trat noch einen schritt zurück griff mit der freien hand nach dem türgriff hinter mir öffnete ihn und stieß ihn mit dem fuß an du bist verrückt sagte ich und brachte das gewehr auf höhe seiner brust an wenn er es überhaupt bemerkte gab er kein zeichen seine augen hatten wieder dieses verrückte glitzern angenommen und er stand auf und nickte leicht was was beruhigen sollte es gibt nichts mehr zu essen hooper es ist schon tage her dass ich es füttern konnte er machte einen langsamen schritt auf mich zu und ich tat es ihm gleich und zog mich zurück er lächelte und fuhr fort als würde er einem kind etwas erklären ich kann nur noch mich selbst anbieten aber das ist nicht genug verstehst du denn nicht das ist nicht nur ein ding nicht nur ein tier es ist weit jenseits unseres verständnisses weit jenseits unserer eigenen primitiven evolution es ist perfekt sein blick wanderte kurz von mir weg zu einem rot leuchtenden knopf auf der konsole in der nähe und seine Hand wanderte dorthin nicht rief ich und hob das gewehr an meine schulter tun sie es nicht es gibt nichts wovor man sich fürchten müsste sagte er mit einer obszönen karikatur von sanftmut in seiner stimme es geht ganz schnell seine Hand schwebte über dem kopf ich werde dich erschießen Tate zwing mich nicht dazu von dort wo ich stand konnte ich durch das beobachtungsfenster eine weitere dieser schleusentüren sehen und zu meinem entsetzen drängte sich an der schwelle eine wirbelnde masse undurchdringlicher schwärze ich konnte ihre vorfreude fast spüren es war nicht das erste mal dass es gefüttert worden war es wusste was kommen würde in dem moment als ich den blick von ihm abwandte drückte tate den knopf mit einem fluch drückte ich im selben moment den abzug des gewehres aber es war zu spät das ohrenbetäubende geräusch in dem kleinen raum war immens aber selbst als das geschoss die brust des mannes durchschlug hatte er den knopf bereits gedrückt ich sah ein setzt zu wie sich die beiden schleusentüren zurückzogen und ohne weiter drüber nachzudenken drehte ich mich um und floh so schnell mich meine müden muskeln tragen konnten zum glück brauchte man die kurz zum öffnen der türen nicht um sie zu verlassen und ich rannte den gang hinunter und durch den forschungsraum als ich daran vorbeiging und die tür zum empfangs bereich aufstieß hörte ich wieder dieses jammernde kreischen von irgendwo hinter mir eindringlich und jenseitig viel lauter als zuvor dann hörte ich ein weiteres geräusch diesmal war es das gequälte schreien von morgen tate ich dachte nur kurz darüber nach als ich die außentür ruckartig öffnete und in den schneesturm floh ich konnte nur hoffen dass die fütterungszeit mir genug zeit geben würde um es zurück zu maggie zu schaffen die Luft hatte sich mit einbruch der dämmerung noch mehr verdunkelt und war kälter geworden glücklicherweise schien der sturm viel von seiner wut verloren zu haben denn die front war inzwischen vorbeigezogen und ließ mich in ihrem relativ ruhigen kielwasser zurück ich lief dem pfad entlang es war gerade noch hell genug um den spuren zu folgen die ich auf dem hinweg gelegt hatte das gewehr lag schwer in meinem griff aber ich wagte es nicht meine einzige verteidigung zu verlieren als das heulende kreischen durch die bäume hinter mir halte verdoppelte ich mein tempo und betete dass es mich nicht finden würde bevor ich maggie erreicht hatte diese eisige luft brannte in meinen lungen und meine kehle war rau als ich die schneebedeckte landebahn erreichte beim anblick meiner leuchtend gelben maggie die geduldig auf meine rückkehr wartete weinte ich fast vor freude ich erreichte die ladeluke klappte sie auf warf mich hinein und zog sie hinter mir zu als ein weiterer dieser eindringlichen schreie meine ohren erreichte diesmal näher viel näher ich wagte es nicht aus dem fenster zu schauen als ich meinen rucksack und mein gewehr ablegte und wieder auf den pilotensitz kletterte ich schnallte mein gurzack an und meine hände tanzten über die kontrollen die startprozedur wurde zur zweiten natur batterie hauptschalter an kraftstoff wahlschalter in die mitte gemisch hebel nach vorne öl abstell hebel nach unten ein schrilles heulen drang durch die kabine und etwas schwarzes bewegte sich draußen eilte von fenster zu fenster von tür zu tür und suchte es war jetzt hier und versuchte einen weg ins innere zu finden konzentriere dich verdammt drosselkappe auf 10% kraftstoffdruck auf 5 psi gepumpt motor angelassen ich erstarrte meine windschutzscheibe war plötzlich völlig schwarz geworden und hüllte mich in dunkelheit auch wenn ich in der strukturlosen leere die nur einen meter von meinem gesicht entfernt war nicht sehen konnte spürte ich dessen verzweiflung ich spürte seinen seelenlosen blick und darunter eine dunkle bosheit einen unmenschlichen und fremdartigen hunger ich drückte auf den anlasser und der neunzylinder sternmotor begann sich zu drehen zunächst langsam träge und schleppend mir gefror das blut in den adern als ich merkte dass der motor nicht ansprang meine gedanken schweiften zurück zu den motor problemen die ich vor meiner notlandung gehabt hatte und in diesem moment war ich mir sicher dass mich mein glück endgültig verlassen hatte doch dann gab es eine fehlzündung dann eine zweite eine dritte und aus dem auspuff kamen schwarze rauchschwaden und dann sprang er an der große schöne pratt and whitney radial motor und das laute dröhnen stieg sanft und gleichmäßig an als maggie aus ihrem schlummer erwachte ich drückte den gashebel nach vorne die trägheit drückte mich in meinen Sitz ich kümmerte mich nicht mehr um die fehlzündungen des motors oder den Sturm ein feuertod in den bäumen war mir lieber als das was dieses ding mit mir vor hatte da war ich mir sicher der schnee war tief und selbst mit den großen tundra reifen musste ich mich anstrengen um nicht umzukippen als ich an geschwindigkeit gewann irgendwann verschwand die schwarze masse von meiner windschutz scheibe und vor mir eröffnete sich der herrliche Anblick eines offenen Weges mit dem vorbeiziehen der sturmfront hatte der wind die richtung gewechselt und ich hatte jetzt gegenwind was für meine bedürfnisse perfekt war ich drückte den gashebel auf voll gas und zog das steuer leicht zurück ich spürte wie die räder den boden verließen jetzt frei vom schnee widerstand und setzte meinen steigflug fort bis ich mich über den bäumen befand und sanft nach süden in Richtung heimat abdrehte als ich die landebahn überflog glaubte ich eine schwarze gestalt auf dem Boden unter mir zu erkennen die sie streckte und sich in ihrer vergeblichen Jagd nach mir schlängelte bevor ich sie in den bäumen verlor nach weiteren zehn minuten flug kehrte der motorschaden zurück aber maggie brachte mich wieder in sicherheit sie kümmerte sich immer um mich 40 minuten später war ich wieder auf dem Boden in fairbanks und rollte zum hangar ich hielt das buschflugzeug kurz vor dem ab und kletterte vorsichtig zur landebahn hinunter wo mein körper mit sich selbst kämpfte was zuerst passieren würde das kotzen oder das ohnmachtsgefühl zu diesem zeitpunkt würde ich gerne beides ertragen mike nichols kam aus dem hangar gejoggt als er meinen anflug hörte und half mir mich zu beruhigen mein gott hub du hast uns allen einen schrecken eingejagt das muss ein höllischer flug gewesen sein du siehst aus als hättest du ein gespenst gesehen man ich konnte nur nicken und stolperte in richtung des warmen hangars dankbar für seine schulter an der ich mich abstützen konnte kurz bevor wir die servicetür erreichten hielt er inne und sah maggie an buck hat mir gesagt dass du ein paar probleme mit dem motor hast aber er hat nichts von einem kein feuer ich habe ein paar zylinder verloren er stand noch einen moment länger da mit einem merkwürdigen gesichtsausdruck bevor er die tür öffnete und mich hinein führte seltsam ich dachte ich hätte schwarzen rauch unter der motorhaube aufsteigen sehen gleich nachdem du sie abgestellt hast jetzt arbeite ich nicht mehr in alaska ich bin wieder in florida wenn sie denken sie sehen einen schwarzen rauch da wo keiner sein sollte dann ist es vielleicht kein rauch vielleicht ist es einer der schatten in der heutigen geschichte geht es um einen mann der auf dem see hinter seinem haus mit seinem kanu eine runde am morgen schwimmen will doch dann zieht ein dichter nebel auf und im nebel dort im schwarzen wasser wartet ein unvergleichbarer schrecken auf ihn und wird ihn verfolgen viel spaß ich nehme dies in der flüchtigen hoffnung auf dass jemand irgendwo in der lage sein wird mir zu helfen dem ganzen einen sinn zu geben alles was ich will sind antworten ein verständnis das es mir erlaubt in meine frühere ungestörte weltanschauung zurückzukehren der see am rande meines gartens war mir immer normal vorgekommen jetzt habe ich das gefühl dass er nachts über mir schwebt und droht die unbekannten schrecken die er birgt loszulassen bevor ich mich an diesem ort verlor nutzte ich jede gelegenheit um unten am see zu sein das wasser war wie ein zweites zu hause jetzt erscheint es mir so fremd und ungewohnt ich werde meine erfahrungen so gut wie möglich schildern und alles worum ich bitte alles was ich mir erhoffe ist dass mir jemand helfen kann einen Sinn darin zu sehen bitte ich habe das gefühl dass ich meiner eigenen realität nicht trauen kann und die albträume die mir den wenigen schlaf rauben der mir vergönnt ist haben mich erschöpft zurückgelassen meine familie besaß unser haus in der privaten gemeinde die um den gannert see in messachusetts herum gebaut worden war schon länger als ich lebte und als ich aufwuchs verbrachte ich dort viele Sommer in Sörs und ich uns unter den wachsamen augen meiner Mutter oder meiner Tante von den Docks aus zu wettkämpfen auf dem See herausforderten wobei wir immer an unsere Grenzen gingen um zu sehen wer am weitesten hinausschwimmen würde ich gewann immer das Wasser war für mich ein zweites Zuhause geworden ein Ort an dem ich Trost und Vertrautheit fand und Jahre später als meine Großeltern näher zu meiner Familie ziehen mussten kam das Haus in meine Obhut ich hatte hier jahrelang ohne Zwischenfälle gelebt und ich hatte dafür gesorgt dass dies das Haus sein würde indem ich ich eines Tages eine Familie gründen würde jetzt habe ich vor umzuziehen sobald es mir möglich ist jede Sekunde die ich hier verbringe zehrt an meinen ohnehin schon strapazierten Nerven und ich kann den Anblick des Sees nicht mehr ertragen an dem Morgen an dem es geschah war es bewölkt frische Tautropfen klebten auf dem Gras das Dank des Wetters lebendiger Grün als sonst wirkte der Frühling war so gut wie da obwohl der Winter nicht so weit entfernt war und die hartnäckige Kälte die in der Luft zu liegen schien erinnerte mich daran unwillkürlich fröstelte ich zog den Kragen meiner Windjacke mit einer Hand zusammen und steckte die andere in eine Tasche während ich mich durch den Garten in Richtung des Privatwegs bewegte der zum Seeufer führte abgesehen von den Vögeln die sich gegenseitig Nachrichten zwitscherten war ich das einzige Lebewesen das so früh draußen war und das war mir auch ganz recht so ich öffnete den Zaun der meinen Garten vom Weg hinunter zum Ufer trennte und stieg die Steinstufen hinunter die den kleinen Hügel hinunter führten auf dem das Haus stand und betrat das Sandufer das vertraute Geräusch des Aufeinandertreffens von Wasser und Land begrüßte mich und ich machte mich auf den Weg zu einer Plane am Strand die ich abnahm und ein ziemlich altes ziemlich teures handgefertigtes Kanu zum Vorschein zu bringen das vor mir schon meinem Großvater gehört hatte ich sog die Luft ein beugte meine Knie um zu ziehen und begann das Kanu an den Rand des Wassers und in dessen Untiefen zu ziehen das eiskalte Wasser jagte mir einen Schauer über den Rücken und die Haut und verursachte eine Gänsehaut der Wind hatte ein wenig aufgefrischt so dass sich kleine Wellen auf der Oberfläche des Sees bewegten ich wartete während ich im seichten und das Kanu festhielt während es auf der Oberfläche schaukelte bis die richtige kleine Welle im Wasser war und ich hob mich selbst hoch und in das Boot mit einer so flüssigen Bewegung wie ich es nur konnte und stieß mich vom Ufer ab wie als Antwort darauf wehte eine Brise über das Wasser die den süßen Geruch der Morgenluft mit sich brachte und mir unwillkürlich ein Lächeln Ich ließ mich auf den sich wiederholenden aber entspannenden Akt des Ruderns ein wechselte die Seiten und passte meine Atmung an während ich vorwärts paddelte Eine plötzliche Brise schüttelte mich und machte mich für einen Moment unsicher bevor ich mich wieder konzentrieren konnte Ich runzelte leicht die Stirn und fragte mich ob ich das Wetter an diesem Morgen vielleicht unterschätzt hätte Ich hatte mich entschieden meine Windjacke zu tragen aber außer der Badehose und den Sandalen die ich immer auf dem Wasser trug hatte ich kaum etwas anderes an und ich begann zu glauben dass das nicht ausreichen würde wie wie als Antwort auf meine Sorgen peitschte eine unerwartet starke Windböe von hinten die mir die dünne Kapuze der Windjacke über die Augen warf und das Kanu fast drei Meter nach vorne schob Ich kämpfte damit das Gleichgewicht gegen diese plötzliche Bewegung zu halten und verlor fast mein Paddel bevor ich es schaffte ein gewisses Maß an Stabilität wieder Ich kicherte nervös vor mich hin und stellte mir vor wie dumm ich für jeden Nachbarn aussehen musste der zufällig gerade aus seinem Fenster schaute und mich dabei beobachtete wie ich gegen die Luft kämpfte Es war ein peinlicher Gedanke und ich fühlte mich seltsam verletzlich allein auf dem See Dieses Gefühl veranlasste mich einen Blick zurück zum Ufer zu werfen Da sah ich das erste Anzeichen dafür dass etwas nicht stimmte Ich war nicht länger als fünf Minuten auf dem See gewesen und ich war sicher dass dass das Ufer schon früher gesehen hatte doch innerhalb kürzester Zeit hatte sich eine Nebelwand die eher wie dichter weißer Rauch aussah über die Gegend gelegt die mit jeder Sekunde näher an den See herankam bis sie mir schließlich die Sicht auf das Land vollständig verdeckte vielleicht löste die geringe Sichtweite eine animalische Angst in mir aus oder irgendetwas tief in mir verstand die wahre Natur dessen was auf mich zukam aber als der Nebel näher kam und sich eine unheimliche Stille über das Wasser legte begann die Saat der Panik in meinem Kopf Wurzeln zu schlagen schnell beschloss ich ans Ufer zurück zu kehren auf dem Wasser zu sein selbst auf einem so vertrauten See wie diesem wäre bei so wenig Sicht nicht sicher denn kam immer näher und brachte eine unnatürliche Stille mit sich der mir die Haare auf dem Rücken zu Berge stehen ließ ich orientierte mich neu und paddelte bis ich das Kanu in die Richtung gedreht hatte aus der ich gekommen war inzwischen war mein Zuhause nur noch ein Schatten im Nebel der inzwischen fast den ganzen See verschlungen hatte ich sah zu wie das letzte sichtbare Stück des Nebel sich auf eine Weise darüber ergoss die sich fast zielgerichtet anfühlte ich fröstelte diesmal nicht wegen der Kälte obwohl es sich anfühlte als wäre die Temperatur um ein paar Grad gesunken sondern eher wegen des wachsenden Gefühls dass diese ganze Situation falsch war damals glaube ich hatte ich es zum ersten Mal gehört wäre es nicht so unnatürlich still gewesen hätte ich es wahrscheinlich nicht einmal über die Geräusche gehört die ich beim Rudern machte aber da von irgendwo in diesem fremden Nebel hätte ich schwören können dass ich ein deutliches Platschen gehört hatte ich hielt inne blieb so still wie möglich und ließ mich lautlos auf dem Wasser treiben eine Zeit lang war nichts zu hören außer dem Geräusch des auf dem Wasser treibenden Kanus und meinem absichtlich verlangsamten Atem während ich darauf wartete dass etwas die seltsame Stille durchbrechen würde ich wartete wohl Minuten Minuten lang und es herrschte nur Stille bis sie schließlich aufgab und weiter fuhr kaum hatte mein Paddel das Wasser berührt kehrten die Geräusche zurück eine Reihe sich wiederholender schwappender Geräusche von irgendwo hinter mir die Verwirrung wich schnell einer besorgten Erkenntnis als und ich zu verstehen begann was ich hörte irgendwo in dem seltsamen Nebel der sich über den See gelegt hatte schwamm jemand ein schleichendes Unbehagen machte sich in mir breit als ich einige Augenblicke lang da saß und dem unverwechselbaren Geräusch von etwas lauschte das sich durch das Wasser bewegte ein Moment lang erwog ich nach draußen zu rufen um zu erfahren wer von meinen Nachbarn unter solchen Bedingungen auf dem Wasser sein könnte aber der Gedanke in den Phantomnebel zu rufen ohne wirklich zu wissen wen oder was ich da rief verschwand schnell wieder aus meinem Kopf stattdessen paddelte ich führte ich weiß nicht genau wann aber irgendwann wurde mir klar dass ich schon viel zu lange gerudert hatte der See war mir so vertraut wie mein eigenes Haus und selbst als ich in den geisterhaften Dunst eintauchte wusste ich dass ich in irgendeiner Richtung schon vor einigen Minuten Land hätte erreichen müssen ich schluckte und versuchte die große Welle der Angst die in mir aufstieg zu unterdrücken mit jeder Sekunde in der ich kein Land sah wurden meine Bewegungen rigoroser ursprünglicher und verzweifelter komm schon komm schon flehte ich das nichts an bat darum dass es sich teilte und die vertrauten Küstenlinien hinter meinem Haus freigab ein uralter Cocktail aus Adrenalin und Angst begann durch meine Adern zu schießen und innerhalb weniger Minuten ruderte ich so wild dass das Wasser mich und das Innere des Bootes durchnässte die Zeit zog sich in die Länge und mit jeder Sekunde die ich weiter fuhr ohne Land zu sehen wuchs auch meine Verzweiflung irgendwann kam mir ein Gedanke ein Gedanke den ich zunächst zu unterdrücken versuchte der der aber schnell zu einer unumstößlichen Tatsache wurde je länger ich auf diesem gottverlassenen Wasser verbrachte irgendwie wusste ich selbst geblendet durch den Nebel dass ich den See verlassen hatte dass ich irgendwo anders war ich wollte es nicht akzeptieren ich konnte es nicht begreifen mein Verstand kämpfte wehrte sich gegen das was ich als Wahrheit erkannte und die Angst beherrschte jede meiner Handlungen und trieb mich mit wilder Wut voran ich weiß nicht wie lange ich so weitermachte durch die Panik schien sich die Zeit zu dehnen und zu etwas Bedeutungslosem zu verdichten und da ich keine visuelle Hilfe hatte um meine Bewegungen zu markieren hätte es eine lange Zeit sein können wie lange auch immer es war genug Zeit um die Erinnerung an das was ich vorhin gehört hatte in den Hintergrund treten zu lassen während mich die Hysterie erfasste sie tauchte wieder auf und drängte sich an die Spitze meiner Sorgen als ich es wieder hörte jemand oder wie ich später feststellen sollte etwas bewegte sich wieder durch das Wasser dieses mal schneller mein Kopf drehte sich in die Richtung der Geräusche meine Ohren wurden unwillkürlich spitz als das was sich im Wasser befand näher kam und sich der Abstand immer weiter verringerte ich erstarrte die Angst raubte mir die Kontrolle über meinen Körper und ich saß da die Augen auf den Nebel gerichtet in der Erwartung dass jeden Moment etwas durchbrechen würde ich hatte gerade erst begonnen darüber nachzudenken dass ich mich an einem anderen Ort als zu Hause befand an einem fremden Ort und dass irgendeinem Grund erfüllte mich die Möglichkeit auf etwas von dort zu treffen mit einer Angst die mir den Magen umdrehte für einige quälende Momente die längsten meines Lebens machten Angst und Unwissenheit mein Verstand unlogisch und meine Gedanken begannen in Bildern von unsichtbaren Schrecken zu schwimmen die aus dem Nebel auftauchten meine Brust begann zu brennen und ich merkte dass ich den Atem angehalten hatte ich wagte nicht aufzuhören denn das Geräusch kam näher so nah dass ich spürte wie sich die Haare in meinem Nacken aufstellten und sich eine Gänsehaut auf meiner Haut bildete langsam offenbarte sich ein Schatten eine dunkle Gestalt die aus dem reinen Dunst des Nichts auftauchte mein Herz war bereit aus meiner Brust zu springen während meine Augen sich anstrengten um etwas von der sich nähernden Dunkelheit zu erkennen Das Geräusch wurde langsamer je näher es kam während das Bild vor mir immer deutlicher wurde Ich atmete aus Erleichterung durchflutete mich und löschte die lodernde Panik die mich erfasst hatte Im Nebel zeichnete sich der Umriss einer Person ab Ich kicherte und lächelte unwillkürlich als mir klar wurde dass ich nicht der Einzige war der am frühen Morgen auf dem See unterwegs war Sicher es war seltsam wenn man die Tageszeit bedachte und ich konnte mir nicht vorstellen wie sie hineingekommen waren ohne dass ich sie gesehen hatte aber nichts anderes machte Sinn jemand anderes saß hier fest wo auch immer hier war zusammen mit mir der Gedanke gab mir einen gewissen Anschein von Trost in einem Moment der von so viel Angst geprägt war es würde nicht andauern die Person im Nebel näherte sich langsam ihre Gestalt wurde von Sekunde zu Sekunde deutlicher und ich räusperte mich um zu sprechen in der Hoffnung das letzte bisschen Angst zu vertreiben das mein Verstand trübte Hallo meine Worte schienen in der Luft zu hängen und sich an den geisterhaften Nebel zu heften irgendwie schien die folgende Stille dichter und erdrückender zu sein als zuvor denn meine Erwartung einer Antwort verwandelte sich schnell in Bedauern darüber dass ich überhaupt gesprochen hatte die Gestalt im Nebel bewegte sich weiter vorwärts leise wenn dann nicht das sanfte Flüstern des Unterwassers wäre das sie näher kommen ließ ich blinzelte und meine Verwirrung wuchs als die dunkle Gestalt im Nebel immer deutlicher hervortrat und seltsame Details sichtbar wurden als die Gestalt näher kam tauchte eine Frage nach der anderen in meinem Kopf auf die mich noch mehr verwirrte als der seltsame Nebel in dem ich gefangen war es kam näher und näher und je näher es kam desto mehr beunruhigende Details sprangen mir ins Auge die ein unheimliches Bild von etwas schufen das ich nicht ganz verstehen konnte vor allem zwei Details beunruhigten mich mehr als alle anderen das erste und am wenigsten auffällige Detail war die seltsame Art und Weise wie die Gestalt mir zuwinkte die Bewegung war klobig als ob sie von jemandem ausgeführt wurde der mit seinen Anhängseln nicht vertraut war und noch versuchte deren Gebrauch zu beherrschen es war seltsam fremd und unangenehm und ließ mich vor der scheinbar freundlichen Geste zurückschrecken das zweite und erschütterndste was mir auffiel war das Boot der Figur oder besser gesagt das Fehlen eines solchen erschien durch das Wasser zu gleiten befestigt an etwas knapp unter der Oberfläche außerhalb meiner Sichtweite das Wasser wann war es so dunkel geworden der See normalerweise kristall klar und wunderschön war jetzt tief schwarz und erinnerte mehr an Öl als an Wasser ich rieb mir energisch die Augen als wären sie allein verantwortlich für das was ich sah und mein Verstand wurde immer sicherer in der Annahme dass ich mich jetzt irgendwo anders befand irgendwo weit weg es war nah wie nah konnte ich nicht mit Sicherheit sagen aber nah genug dass mir immer klarer wurde dass ich etwas absurdes etwas unmögliches sah die die gestalt kam nur wenige meter vor mir zum stehen unnatürlich abrupt die darauf folgende spannung war dichter als der umgebende nebel und hielt mich noch mehr gefangen denn das phantom im nebel blieb regungslos unfassbar still auf der oberfläche des obsidianen wassers wir verharrten fast eine minute lang so einander fixiert festgefahren scheinbar auf die antwort des anderen wartend irgendetwas an seiner beobachtung an dem gefühl in der luft das ihn umgab ließ mir eine unkontrollierbare gänsehaut über den rücken laufen ohne vorwarnung riss er seinen arm nach vorne und griff hungrig nach mir das war genug um mich zum handeln zu bewegen ich duckte mich weg und wich nur knapp seinem greifarm aus der viel länger war als alles menschenmögliche mit einer schnellen bewegung schwang ich das paddel und schlug den arm des wesens weg bevor ich es wieder ins wasser warf ich begann von der gestalt weg zu rudern getragen von adrenalin und magenverdrehender angst ich muss ein paar meter entfernt gewesen sein als ich einen Blick hinter mich warf und mir das blut in den adern gefror der nebel hatte sich gerade so weit gelichtet dass ich sehen konnte wie die eben noch so menschlich wirkende gestalt etwas unmögliches tat sie tauchte langsam und zielstrebig unter die schwarze wasseroberfläche und verschwand aus meinem Blickfeld ich weiß nicht was ich zu sehen erwartet hatte irgendwo in den tiefen meines geistes hatte ich glaube ich bereits akzeptiert dass es was auch immer es war kein mensch war doch in diesem moment als ich so plötzlich mit der realität konfrontiert wurde war alles woran ich denken konnte eine flucht ich wollte diesem ding dem nebel und dem albtraum zu dem der see geworden war entkommen ich weiß nicht wie lange ich nach meiner begegnung mit dem ding im nebel weiter fuhr vielleicht ein paar stunden vielleicht auch länger aber ich wurde mir sehr bewusst wie müde hungrig und kalt ich war ich war stundenlang auf dem wasser gewesen viel länger als ich an diesem morgen erwartet hatte und ich hatte nur ein leichtes frühstück gegessen und nicht zu wissen wann ich wieder zugang zur nahrung haben würde schien mein magen nur noch lauter und häufiger knurren zu lassen also versuchte ich den gedanken ganz zu vermeiden was mir jedoch nicht gelang und die vorstellung zu verhungern und an diesem unbarmherzigen ort langsam zu einer unkenntlichen schale zu verkümmern kratzte an meinem kopf und fraß ich langsam durch meine gedanken es nagte an meinem verstand ein vertrautes geräusch irgendwo vor mir riss mich von der grenze Das Geräusch, so vertraut wie immer, aber immer noch außer Sichtweite. Verzweifelt paddelte ich in die Richtung des Geräusches, in die Richtung des Steges, der Rettung bedeutete. Eine Rückkehr in die Welt, die ich kannte. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber der See wusste, was ich vorhatte, und er ließ mich nicht einfach gewähren. Eine Strömung, die eher zu einem reißenden Fluss passte, setzte scheinbar aus dem Nichts ein, und mit jedem Augenblick wurde das Knarren des Steges leiser. Nein, nein, verdammt nochmal, nein, schrie ich den See an, von dem ich nun überzeugt war, dass er irgendwie verstand, was er tat, und dass er es mit Absicht tat. Er spielte mit mir, und das wollte ich nicht zulassen. Ich verlor die Kontrolle. Nenne es Wahnsinn, Verzweiflung. In Wirklichkeit war's wahrscheinlich beides. Getrieben von einem einzigen Gedanken und einer einzigen Motivation. Egal wie unlogisch. Ich muss den Steg erreichen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich bezweifle, dass ich überhaupt etwas gedacht habe. Ich nehme an, dass das Dock, das mit dem Land verbunden war, in meiner Vorstellung die Erlösung darstellte. Eine Verbindung zwischen dem Wasser und der Welt. Und die einzige Hoffnung in meinem Herzen, dass ich diesem Ort jemals entkommen und meine Heimat jemals wiedersehen würde. Es war bestenfalls ein fadenscheiniger Glaube, aber ich war nicht mehr in der Lage, vernünftig und rational zu entscheiden, und der Glaube war alles, was ich brauchte, um zu handeln. Ich sprang aus dem Kanu, das sofort von der seltsamen Strömung weggerissen wurde und im Nebel verschwand, während ich in das dunkle Wasser unter mir stürzte. Das tiefschwarze Wasser war mehr als eiskalt. Seine beißende Kälte brannte auf meiner Haut und ließ mich meine Entscheidung sofort bereuen. Es schien, dass die Veränderungen des Wassers mehr als nur ästhetisch waren, und ich begann, das Gefühl in meinen Fingern und Zehen zu verlieren. Die seltsame Strömung, die das Kanu mitgerissen hatte, schien mir jedoch nichts auszumachen, und mit einem letzten Anflug verzweifelter Energie gelang es mir, bis zu der vertrauten Holzkonstruktion zu schwimmen, die Sicherheit bedeutete. Als ich mich auf den Steg zog, sank mein Herz durch meine Brust und verschwand in den Tiefen unter mir. Ich kroch, und jede Bewegung des Stegs unter meinem Gewicht war eine erdrückende Bestätigung dessen, was ich bereits wusste. Ein guturaler, wütender Schrei zerrte durch die Luft, halte vom Wasser wieder und durchdrang den Nebel. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich begriff, dass er von mir kam. Meine Kehle war rau, und mein Schädel pochte vor Schmerz, als ich mich in der Mitte des Stegs zusammenrollte und nutzlos inmitten dieses unvorstellbar ausgedehnten Meeres der Dunkelheit trieb. Der Steg war jetzt ein improvisiertes Floß, den Kopf in den Beinen vergraben, die Hände in den Haaren verheddert. Ich war allein. Der Gedanke klang so laut in meinem Kopf, dass ich mir sicher war, ihn ausgesprochen zu haben. Ich zog mich fester an mich selbst, in der Hoffnung, dass ich mich an diesem unlogischen Ort vielleicht selbst verschwinden lassen könnte, wenn ich mich nur nah genug an mich heranzöge, wobei sich mein Herz und mein Verstand von Hoffnung lehrten. Ich hatte es schon fast erwartet, als ich in der Ferne die schwachen Geräusche von etwas hörte, das näher schwamm. Immer näher. Ich zwang mich, mich aufzusetzen, und starrte nach vorne, in den Nebel, der sich nun zu lichten schien, als eine vertraute Gestalt auftauchte. Ich setzte mich auf und ging langsam zurück in die Mitte des Stegs, um ihn nicht umzuwerfen. Ich zitterte, und ich konnte nicht sagen, ob es am eiskalten Wasser lag oder an der Art, wie sich die Stimmung in der Luft mit dem Näherkommen dieses Wesens zu verändern schien. Der Nebel verflüchtigte sich, und die Klarheit des Wassers schien teilweise zurückzukehren, wenn auch nur in geringem Maße, so, dass ich einige Aspekte meiner Umgebung erkennen konnte. Ich begriff schnell, dass der Nebel, die tiefschwarze Dunkelheit des Wassers, mich nur schützte, mich vor der unvorstellbaren Realität der Situation abschirmte. Als sich der letzte Nebel auflöste, spürte ich, wie das letzte bisschen Kampf, das noch in mir war, aus meinem Körper wich. Ich war nicht mehr auf dem See. Ich wusste nicht mehr, ob ich noch auf der Erde war. Das Wasser dehnte sich in alle Richtungen aus und hörte nur dort auf, wo das Ding auftauchte. Aber der Himmel, oh Gott, dieser Himmel, der Himmel war tiefviolett, wie ein blauer Fleck, übersät mit Sternen und den drei riesigen Monden, die über mir hingen und mir auf erschreckende Weise zeigten, wie weit ich von allem entfernt war, was ich jemals gekannt hatte. Wäre da nicht die Situation, meine völlige Isolation auf diesem fremden Ozean, wäre es wunderschön gewesen. Stattdessen empfand ich nur ein drückendes Entsetzen, während mein Verstand damit kämpfte, meine unmögliche, neue Realität zu verarbeiten. Eine Angst, die durch meine Adern strömte und meinen Körper wie Gift erfüllte, als die Gestalt aus dem Nebel auftauchte. Ich habe lange gebraucht, um eine angemessene Beschreibung des Dings zu finden, das ich sah. Des Dings, das mich durch den Nebel verfolgte. Es hat mich viel Zeit gekostet. Bilder von den vielen schrecklichen Dingen, die die Meere und Seen der Welt zu bieten haben, zu durchforsten, um etwas, irgendetwas zu finden, das dem Ding gleicht, dem ich in diesem See begegnet bin. Am ehesten kann ich es mit dem Seeteufel vergleichen, dem hässlichen Ding mit den gezackten Zähnen und dem Licht auf der Stirn, mit dem er seine Beute anlockt, basierend auf einigen seiner Hauptmerkmale. Ich verstand sofort, warum die Gestalt ohne Boot über das Wasser zu gleiten schien und warum sie sich so seltsam bewegte. Was ich gesehen hatte, war nur ein Teil des Ganzen. Ein großes, fleischiges Anhängsel von menschlicher Gestalt und Größe, das aus dem Körper von etwas Unbekanntem nach oben und aus dem Wasser ragte. Seine fischähnlichen Augen waren groß und dunkel, jedes von ihnen so groß wie ein Essteller und starrten mich mit einer unheimlichen Intelligenz an, die ich fast genauso erschreckend fand wie den Rest seiner Erscheinung. Überall auf der Oberfläche der albtraumhaften Kreatur wuchsen weitere, menschenähnliche Anhängsel, die sich gespenstisch im Wasser bewegten und nach etwas griffen und schnappten. Mir dämmerte die Erkenntnis, wonach sie alle griffen. Nach mir. Ich kann mich kaum auf den flüchtigen Tanz der Figuren konzentrieren, die aus der Kreatur sprießen. Und ihr Gesicht. Lieber Gott, ihr verdammtes Gesicht. Ich konnte den Blick nicht abwenden. Sein Kopf war breit und fischähnlich, mit Reihen von nur zahnähnlichen Zähnen, die offen standen und darauf warteten, zu verschlingen. Es war mit einer Reihe von Auswüchsen bedeckt, diesen grauen, durchsichtigen Anhängseln, die absichtlich menschenähnlich aussahen. Dünne Knochen zogen sich durch die vielen Gliedmaßen des Dings, die dafür verantwortlich waren, dass es sich einigermaßen artikulieren konnte. Das Anhängsel, das über das Wasser ragte und das so geformt war, dass es einem Menschen im Nebel ähnelte, streckte ein seiner Arme nach mir aus und winkte mich zu sich. Irgendwie triefte der Akt vor Bosheit und ich erkannte, dass es mich verhöhnte. Ich starrte auf die Kreatur hinunter. Das perverse Grauen schwebte direkt unter mir und wartete darauf, mich zu verschlingen. Sein Lächeln wurde breiter und etwas blitzte hinter seinen glasigen Augen auf. Irgendwo in meinem Inneren, in den dunkelsten Teilen meines Verstandes, fühlte ich mich gezwungen, nach ihm zu tauchen. Mein Kopf schwirrte, als sich ein pochender Schmerz in meinem Gehirn ausbreitete und mich ohnmächtig zu machen drohte. Seine Augen erinnerten mich an den Ozean, in dem ich mich verloren hatte. Dunkel, mit etwas Bedrohlichem, das unter der Oberfläche lauerte. Es war in meinem Kopf. Ich konnte es spüren. Irgendwie war dieses Ding aus der Tiefe in meinem Kopf und zog mich gedanklich in die Hölle unter mir. Ich kämpfte gegen das wachsende Verlangen an, mich von der Bestie verschlingen zu lassen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Das Ding biss die Zähne zusammen und starrte mich mit einem magenverachtenden Lächeln an, das die untere Hälfte seines Gesichts völlig einnahm. Der Schmerz in meinem Kopf verstärkte sich, ebenso wie das überwältigende Verlangen, einfach hineinzufallen und es zu beenden. Ich bewegte mich vorwärts. Das Dock begann unter meinem Gewicht zu schwanken und drohte bei jeder Bewegung zu kippen. Das bisschen Verstand, das mir geblieben war, flehte und schrie mich an, aufzuhören, mich so weit wie möglich von der Kante wegzuschleudern, von der Abscheulichkeit, die unter mir wartete. Es wurde von den eindringenden Gedanken der Kreatur übertönt, die mich näher zu sich zog. Ich kam näher, sein Lächeln wurde breiter. Meine Finger berührten zuerst das eiskalte Wasser, als ich mich vorwärts zog. Näher, näher. Ohne Vorwarnung drehte sich der Steg unter meinem Gewicht und stürzte mich ins Wasser. Der plötzliche Adrenalinstoß rüttelte mich wieder wach und frischer Schrecken schoss durch meine Adern, als mich die schreckliche Erkenntnis überkam, was gleich geschehen würde. Panik beherrschte jede meiner Bewegungen, während ich vorwärts strampelte und verzweifelt versuchte, den Steg wieder zu erreichen, der wieder einmal die Rettung bedeutete. Hinter mir begann etwas vorwärts zu schwimmen. Ich warf einen Blick über die Schulter und jede Hoffnung auf ein Überleben wurde schnell zunichte gemacht. Die Gestalt über dem Wasser war nur noch wenige Meter entfernt und kam schnell näher. Ich biss die Zähne zusammen, blieb im Wasser stehen und spannte mich an. Ich würde auf einem fremden Ozean sterben, irgendwo, wo es undenkbar war. Ich würde nie erfahren, warum oder wie ich dort hingekommen war und ich würde dort sterben. Das Ding im Wasser schien meine Gedanken zu bemerken und sein Lächeln wurde noch breiter, denn sein Mund stand offen, als der Abstand zwischen uns zu schwinden begann. Ich schloss meine Augen und wartete auf das unvermeidliche Ende. Ich spürte den Wasserstrahl, als er sich näherte und zog einen letzten Atemzug ein. Die folgenden Sekunden schienen sich zu einer Ewigkeit auszudehnen. Ich wartete auf etwas, auf einen stechenden Schmerz oder ein helles Licht, wenn ich das nächste Leben betrat. Aber da war nichts, nur das Rauschen des Sees und mein schweres Atmen. Mehrere quälende Augenblicke lang weigerte ich mich, die Augen zu öffnen, weil ich mich dem Anblick dieses Dings nicht erneut stellen wollte. Schließlich siegte die Neugier über die Angst und ich wagte einen Blick. Es war stehen geblieben, völlig regungslos, nur wenige Meter von mir, unheimlich still. Ich war wie erstarrt, weil ich fürchtete, dass jede Bewegung es wieder in eine wilde Verfolgungsjagd versetzen und zu meinem Tod führen könnte. Irgendetwas in den Augen der Kreatur, das ich nicht genau zuordnen konnte, gab mir das Gefühl, dass ich das Risiko vielleicht eingehen könnte. Langsam begann ich mit den Füßen zu strampeln und bewegte mich zurück zum Steg, ohne das Ding aus den Augen zu lassen. Ich stieß mit dem Rücken gegen das Holz, was mir einen Schrecken einjagte, der sofort einer Erleichterung wich, als ich merkte, dass ich ihn erreicht hatte. Schnell zog ich mich auf den Steg, wieder, ohne die Kreatur aus den Augen zu lassen, die regungslos unter Wasser lag. Das Lächeln des Wesens verblasste so plötzlich, dass mir das Herz stehen blieb und seine Mundwinkel verzogen sich zu einer schrecklichen, schmerzhaften Grimasse. Was es als nächstes tat, war das Überraschendste und sollte die unmittelbarste Vorahnung erweisen. So schnell, wie es aufgetaucht war, ließ sich das Wesen in die Tiefe hinab und verschwand. Die Verwirrung kam ebenso plötzlich wie die Angst, als ich sah, wie dieser Albtraum von einem Wesen, einem Raubtier, einer fremden Welt verschwand. Ich ließ mich zurückfallen. Eine Welle der Erschöpfung löste das Adrenalin ab, das mich auf Trab gehalten hatte und ich begann mich umzudrehen und meine Umgebung zu betrachten. Der Nebel hatte sich größtenteils gelichtet, was ich kaum zur Kenntnis genommen hatte, da ich mit der Kreatur von vorhin beschäftigt war und war. hatte mich noch nicht wirklich umgesehen. Hätte ich früher hingesehen, hätte ich eher bemerkt, warum die Kreatur geflohen war. Nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der ich jetzt schwebte, war das Land aufgetaucht. Wie so vieles in dieser Situation fühlte sich auch hier etwas falsch an. Zum zweiten Mal auf diesem See offenbarte sich mir das Grauen schnell. Zuerst dachte ich, es läge an meinen Augen. Vielleicht war es ein Trick des Lichts im schwindenden Nebel, aber ich hatte geglaubt, eine Bewegung zu sehen. Ich blinzelte einmal und betete zu Gott da draußen, dass er mir zuhören möge, dass das alles aufhören sollte. Ich glaube, er hat geantwortet, aber es war der Gott dieses Ortes und er war genauso böse wie alles andere hier. Die Insel war mit dunklen Gestalten bedeckt, die sich in einem kranken, rasenden Ritual stritten und kämpften und sich gegenseitig zerfleischten. Plötzlich hielten die Gestalten inne, stellten ihr abscheuliches Schauspiel ein und bewegten sich, als wären sie von einem einzigen Geist geeint. Auf einmal versammelten sie sich an den Ufern dieser unmöglichen Insel und ich konnte sehen, was sie wirklich waren. Sie waren humanoid, zweibeinig, zweibeinig, zweiarmig, all das, aber sie waren alles andere als menschlich. Ihre Haut war von einem kränklichen Grau, mit Schwimmhäuten an den Händen und riesigen dunklen Augen, wie die der Kreatur aus der Tiefe. Sie schnatterten und schnalzten, strömten in Scharen vorwärts von der Insel weg, eine herabsteigende Armee, wütender, hungriger Mäuler. Für ein paar Sekunden, bevor die Angst mich wieder einholte, fragte ich mich, ob diese Dinger das Ergebnis dessen waren, was passiert, wenn man zu lange an diesem Ort verweilt. Ich stellte mir vor, wie ich als hirnloses Tier die anderen auf der Insel anknabberte und zerriss und es schauderte mich. Ich zog den Tod vor. Sie strömten vorwärts und mein Herz schlug schneller, um mich auf das Unvermeidliche vorzubereiten. Ich würde von diesen Kreaturen, den Menschen dieses Sees, in Stücke gerissen werden und an diesem Schrecken hatte ich mich gewöhnt. Aber auf das, was dann folgte, war ich nicht vorbereitet. Es begann mit dem Wasser, das zuerst vibrierte und dann zu beben begann, wobei sich Wellen an der Oberfläche bildeten. Ich hatte es zunächst kaum bemerkt und merkte erst, was vor sich ging, als die Kreaturen im Wasser ihren Vorwärtsdrang einstellten und mit einer solchen Intensität schnatterten und gackerten, dass es mich mit einer Furcht erfüllte, von der ich bis daher nicht gewusst hatte, dass ich sie erleben konnte. Dann veränderte es sich. Ich kann nicht erklären, wie ich mich fühlte, wie es war, es zu beobachten. Die Landmasse, die die Kreaturen beherbergt hatte, die Insel, die so plötzlich aufgetaucht war, veränderte sich. Der Nebel hatte aufgehört, sich zurückzuziehen und sammelte sich bedrohlich um die Masse im Wasser. Ich warf einen Blick auf die Kreaturen im Wasser. Sie hatten ihre Verfolgung. Ganz eingestellt. Stattdessen richteten sie ihre Aufmerksamkeit kollektiv auf die sich bewegende Masse, mit so etwas wie Angst in ihren Gesichtern. Gesichter, die, wie ich weiß, der Kreatur, die ich vorhin gesehen hatte, sehr ähnelten. Eine weitere Verschiebung, deutlicher als zuvor, löste eine Reihe von aufgeregten Schreien und Rufen der Kreaturen aus, die in einer Art Jubelfeier zu strampeln, zu johlen und zu schreien begann. Die Insel begann sich zu erheben. Was ich dann sah, war unglaublicher als alles, was ich hierzuvor erlebt hatte. Die albtraumhafte Kakophonie der Kreaturen im Wasser steigerte sich zu einer fiebrigen Tonlage, als sich der Schatten eines Ungetüms vom Wasser bis zum Himmel erstreckte und das alles im Schutz des Nebels. Das Dock wurde von einer plötzlichen Welle von verdrängtem Wasser angehoben und in die Luft geschleudert. Für einige Augenblicke schien die Zeit zu verlangsamen. Ich beobachtete, wie der seltsame fremde Ozean in unharmonischen Wellen unterging, während sich wütende dunkle Wolken aus dem Nebel, der die kolossale Kreatur umgab, ergossen und drohten, die Hölle zu entfesseln. Ich sah die Legion von Kreaturen, fast menschlich und doch so anders, wie sie das Geschehen beobachteten, unfähig, ihre Emotionen zu ermessen. Ich weiß nicht, wie hoch ich geschleudert wurde, aber als ich mit dem Wasser in Berührung kam, fühlte es sich an, als würde ich auf dem Boden aufschlagen. Ein klingelndes Geräusch erfüllte meine Ohren. Orientierungslos kämpfte ich um die Richtung und meine Lungen brannten, als ich versuchte, meinen Weg an die Oberfläche zu finden. Wie durch ein Wunder gelang es mir, nach Luft zu schnappen und ich sah verschwommen die Szene, die sich mir bot. Es war eine, die am wenigsten erklärbar von allen waren. Die Kreaturen stiegen, aus dem Wasser, oder besser gesagt, sie wurden gezogen, in einem Strom von Körpern, die sie strampelnd und kämpfend gegen eine unsichtbare Macht wehrten, die sie aus dem Seer riss. Das Ungetüm hatte seine volle Größe erreicht, seine gewaltige Gestalt ragte über das Wasser und in den purpuren Himmel darüber, eingehüllt in diesen seltsamen Nebel. Vom höchsten Punkt des Ungetüms, wo eigentlich ein Kopf sein sollte, ging ein helles Licht aus, das mich zwang, meine Augen für einen Moment abzuwenden. Ich blinzelte und beobachtete, wie die kleineren Kreaturen im Licht verschwanden. Es ist schwer zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass ihre Aufregung verschwunden war und durch Angst und Verwirrung ersetzt wurde, die sich von meiner eigenen nicht unterschied. Sie schienen das Ungetüm anzubeten, es zu verehren, was mich zu der Frage veranlasste, ob dieses in Nebel und Wolken gehüllte Ding der schreckliche Gott von wo auch immer ich war, war. Das Licht begann sich zu verstärken, strahlte eine spülbare Hitze aus und zwang mich, den Blick abzuwenden. Ich wollte es nicht sehen, nicht spüren, wie es in meinem Kopf herumwühlte, wie die Kreatur von vorhin. Das Wasser um mich herum wurde immer heftiger und das Wetter zog mit. Ein Blitz in einer Reihe von ungewöhnlichen Farben färbte den Himmel in einem Spektakel, das ebenso schön wie erschreckend war. Ich wurde hin und her geworfen, konnte meinen Blick nicht von dem Ungetüm abwenden und starrte in die Wolken über mir, in das Licht, das das Ungetüm ausstrahlte. Ich schätze, es ist unmöglich, es genau zu wissen. So in die Wolken gehüllt, hätte ich nicht sehen können, was es wirklich tat, aber ich habe es gespürt. In meinem Kopf habe ich es gespürt. Es drehte sich um und sah mich an. Ich war von einem riesigen Scheinwerfer umgeben, der mich blendete und meinen Geist mit Bildern von Reisen auf einem fremden Meer erfüllte. Ich sah Mannschaften aus allen Zeitaltern quer durch Zeit und Raum, die auf Ozean und Seen segelten, in Flüssen und Bächen schwammen, auf der Erde und auf Welten, die ich nicht kannte und die sich alle in der gleichen Situation befanden, verloren in einem Sturm oder in einem seltsamen und plötzlichen Nebel, um sich bald auf einem fremden Meer wieder zu finden. Alle ereilt dasselbe Schicksal. Einer nach dem anderen fiel unbekannten, unmöglichen Schrecken zum Opfer und war für immer an diesem Ort verloren. Ich spürte, wie mein Verstand unter der schieren Menge an Informationen zu kollabieren begann und die Bilder, die folgten, brachen ihn völlig auseinander. Ich konnte nicht mehr, ich konnte die Informationsflut nicht mehr ertragen, ich konnte die Schreie der ehemaligen Opfer dieses Ortes nicht mehr hören, lieber würde ich sterben. Ich entfernte mich vom Licht des Ungetüms und zog mich in die dunklen Tiefen des Ozeans zurück. Ich kämpfte gegen den Drang an umzukehren, an die Oberfläche zurückzukehren und wehrte mich gegen die Bilder von Monstern, die in der Tiefe auf mich warteten. Alles, selbst die Kreatur von vorhin mit ihrem bedrohlichen Lächeln, war besser als ein weiterer Moment im Licht des Ungetüms. Das Wasser begann zu vibrieren und irgendwie hörte ich etwas, ein Geräusch, wie ein gewaltiges Horn, das die Struktur des Universums erschütterte. Ich wusste, dass es das kolossale Ungeheuer da oben war. Ich wusste, was es wollte. Es wollte mich in sein Licht ziehen. Ich wusste nicht, was passieren würde, wenn es erfolgreich war, aber ich wusste, dass es wahrscheinlich ein Schicksal schlimmer als der Tod war. Ich spürte, wie es geistig und körperlich an mir zerrte und versuchte, mich zurück an die Oberfläche zu reißen. Meine Lungen fühlten sich an, als stünden sie in Flammen, aber ich nutzte jede mir verbliebene Kraft, um mich immer näher an die Tiefe zu ziehen. Ich spürte, wie das Wasser anstieg, wie es von dem Umgetüm in die Luft gezogen wurde und der Schrecken darüber ließ mich nur noch schneller schwimmen. Meine Sicht verdunkelte sich mit jeder Sekunde, während ich weiter in die Vergessenheit schwamm. Ein weiteres Rumpeln durch das Wasser. Ich spürte, wie ich zu verblassen beginne, während meine Gedanken und Erinnerungen an meine Familie meinen Geist zu erfüllen beginnen. Ich würde sterben. Damit hatte ich mich abgefunden, aber wenigstens würde es nach meinen eigenen Vorstellungen gehen. Ich schloss die Augen und spürte, wie mich der letzte Rest an Kraft verließ, als mich der Instinkt überkam, einen Atemzug zu nehmen. Dann spürte ich es, ein Ziehen von unten, vertraut von früher, eine seltsame, unerklärliche Strömung, wie die, die mein Kanu genommen hatte und die mich jetzt nach unten zog. Ich wehrte mich nicht und die Strömung riss mich mit unglaublicher Geschwindigkeit hinunter, dass ich fast ein Schleudertrauma bekam. Ich wurde mit blendender Kraft herumgeschleudert und war dem seltsamen Gefühl, das hinter der Strömung steckte, ausgeliefert. So ging es weiter, bis die Welt langsam verblasste und ich den Mund öffnete, um Luft zu holen. Das Letzte, was ich sah, als ich mich umdrehte, war ein Licht, das von der Oberfläche ausstrahlte und auf mich herabstarrte, durch mich hindurch. Ich erwartete Dunkelheit, doch stattdessen wurde ich von Albträumen begrüßt, zumultartige Träume, in denen ich von grinsenden Bestien zerrissen und von alten Göttern entführt wurde. Ich wachte in hellem Licht auf und wollte sofort fliehen, bis mich zu Tränen der Erleichterung rührte. Ich war an Land. Ich setzte mich auf und meine Augen gewöhnten sich an die Sonne. An die Sonne, am blauen Himmel, meine Sonne. Ich sprang zurück und spürte das kalte Wasser des Sees an meinem Fuß. Ich kroch weg, wich zurück, wie vor einem hungrigen Tier, und in gewisser Weise war es das wohl auch. Ich erhob mich und stolperte zuerst, als ich das Gleichgewicht wieder erlangte, bevor ich mich umdrehte, um das Ufer herumzulaufen und zurück zum Pfad lief, zurück zu meinem Zuhause. Selbst während ich dies hier beende, hadere ich mit mir selbst, ob ich es veröffentlichen soll, weil ich riskiere, dass es sich verrückt anhört. Ich nehme an, es spielt keine Rolle, ob es ein Forum gibt, das für meine Erfahrungen empfänglich sein sollte. Ich nehme an, es ist wohl dieser Ort hier. Ich weiß nicht, was ich von meiner Erfahrung halten soll. Ich bin dankbar, dass ich überlebt habe, obwohl ich mit Traumata zu kämpfen habe, die ich unmöglich einem Therapeuten vortragen kann. Wenn ich in der Zwischenzeit etwas aus meiner Erfahrung mitnehmen kann, dann ist es, dass man das Wasser meiden sollte, wenn ein Nebel in der Luft liegt oder ein seltsamer Sturm über einem tobt. Wenn ihr findet, ich bin ein Zeitreisender aus dem Jahr 2345. Es tut mir so leid für das, was kommen wird. Geschrieben vom Reddit-User JL Goodwin 1990. Okay, lasst mich zuerst einmal sagen, dass ich genau weiß, dass mir niemand von euch glauben wird. Schließlich ist die Idee des Zeitreisens zu diesem Zeitpunkt gerade erst dabei von etwas, das von der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Welt im Allgemeinen gemieden wird, zu etwas zu werden, das in den Kinderschuhen steckt und ernst genommen wird. Und es gibt so viele Leute, die sich als Zeitreisende ausgeben, die es in Wirklichkeit gar nicht sind, sogar hier auf YouTube. Aber unabhängig davon, ob du daran glaubst oder nicht, versichere ich Zeitreisender bin. Ich sage gleich zu Beginn, dass ich euch meinen richtigen Namen nicht nennen werde, und zwar aus dem einfachen Grund, dass, nun ja, ich lebe tatsächlich gerade jetzt, im Jahr 2023, und ich kann es mir nicht leisten, dass sich die Geschichte ändert, aus Gründen, die ich gleich erläutern werde. Ich werde auch nicht viel über die Zukunft in Bezug auf Dinge wie Politik oder ähnliches verraten, also fragt mich bitte nicht danach, aber ich nehme an, ich sollte ein paar eher vage Angaben machen, die euch im Laufe der Zeit helfen können, euch davon zu überzeugen, dass ich die Wahrheit sage. Es könnte helfen, die richtigen Leute davon zu überzeugen, dass meine Warnung echt ist. Zunächst einmal werden in weniger als zwei oder drei Jahrzehnten nicht nur die Heilmittel für Krebs und andere schwere Krankheiten gefunden sein, sondern sie können auch durch eine einfache Impfung verabreicht werden. In gewisser Weise hat die Pandemie, die ihr erlebt habt, dazu beigetragen, ihre Entwicklung zu beschleunigen. Wir machen auch den Tod selbst eher zu einer Wahl als zu einer Unausweichlichkeit. Die Forschung Verlängerung, die derzeit durchgeführt wird, führt dazu, dass wir Jahrhunderte, wenn nicht länger, leben können, aber auch unseren jugendlichen Körper so lange behalten, wie wir wollen. Das bedeutet, dass viele von euch, die dies lesen, zu meiner Zeit noch am Leben sein könnten. Ich war einer von denen, die auf den Zug aufgesprungen sind, nachdem sie die Fehler ausgemerzt hatten. Ich meine, stellt euch vor, ihr hättet euren eigenen Körper in euren Zwanzigern mit all dem Wissen und der Weisheit, die ihr durch ein langes Leben erlangt habt, ganz zu schweigen davon, dass ihr all die Dinge tun könntet, die ein einziges natürliches Leben nicht zulassen würden. Anfangs stößt das auf den Widerstand von Menschen, die sich Sorgen machen, dass sie länger als ein natürliches Leben leben könnten. Benzin wird in ungefähr 20 Jahren verboten sein, aber ein synthetischer Kraftstoff bedeutet, dass die Menschen nicht gezwungen sind, Elektroautos zu fahren. Darüber war ich sehr froh, denn das bedeutete, dass ich weiterhin mit meinem Cadillac Level herumfahren konnte. Allerdings sind viele Menschen von der Begeisterung für fliegende Autos, die gegen Ende des 21. Jahrhunderts aufkommt, begeistert. Ich aber nicht. Ich bleibe lieber auf dem Boden. Glaubt mir, Unfälle in der Luft sind nicht schön. Die Raumfahrt hat jedoch erst richtig Fahrt aufgenommen, nachdem die Artemis Mission die Menschen wieder auf den Mond gebracht haben, also in ein paar Jahren, wenn es nach euch geht. Und sobald die Mondbasis und der Raumhafen gebaut waren, nun ja, von da an ging es Schlag auf Schlag. Reisen zu Planeten wie dem Mars und zu Monden wie Europa und Titan wurden zu regelmäßigen Ereignissen, selbst für die nicht so wohlhabenden Menschen. Und was die Zeitreisen angeht, nun, die Arbeit daran hat etwas länger gedauert als erwartet. Und das ist der Grund, warum ich das hier jetzt aufnehme. Seht, es gab viele Diskussionen, als nicht nur in die Zukunft, was mit Zeitdilitation bereits möglich war, sondern auch in die Vergangenheit. Es wurde fast so sehr zu einem Wettlauf zwischen allen Ländern der Welt, wie es der Weltraumwettlauf in den 60er Jahren gewesen war. Jeder wollte für immer in die Geschichtsbücher eingehen, als derjenige, der endlich die Fähigkeit erfunden hatte, durch die Zeit selbst zu reisen. Aber die Menschen hatten es nicht mehr so eilig wie früher, als sie nur noch ein Jahrhundert oder weniger zu leben hatten. Die Wissenschaftler konnten viel länger arbeiten, ohne sich Gedanken über ihre Pensionierung oder ihren Tod machen zu müssen. Während des ersten Teils dieser Zeit war ich ehrlich gesagt selbst nicht an den Bestrebungen beteiligt. Ich hatte mein Leben mehr oder weniger umgekrempelt, als mir Ich habe etwas aus mir gemacht und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, da ich auch hier meine Identität schützen möchte, möchte ich sagen, dass ich ein Bestseller Autor geworden bin, ein Entdecker, der alles gemacht hat, von der Besteigung des Mount Everest auf der Erde und des Olympus Mons auf dem Mars bis hin zur Verwendung des enormen Reichtums, den ich durch das Schreiben und andere geschäftliche Unternehmungen erwirtschaftet habe, um Unterwasserstädte zu errichten, die ähnlich aussahen wie Rapture aus dem Videospiel Bioshock. Ich lebte mein bestes Leben in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts bis zur Mitte des 23. Aber es gab etwas, das mir die ganze Zeit über im Kopf herum schwörte. Ich hatte so viel getan, so viele Dinge von meiner Liste abgehakt, aber es gab eine Sache, die noch nicht passiert war. Und wenn Sie erraten haben, dass ich eine Zeitreise machen wollte, dann herzlichen Glückwunsch, Sie haben gerade eine Reise für zwei Personen nach Europa gewonnen. Schon als kleines Kind, das am Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts aufgewachsen ist, wollte ich die Vergangenheit besuchen. Zum Beispiel zu den neunten jährlichen Filmfestspielen in Cannes 1956, um zu sehen, wie Jacques Cousteau's The Silent World mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde, ausgestorbene Tiere wie den Berberlöwen und den Germanischen Tiger sehen und auf alten Ozeandampfern wie der Queen Mary und der Queen Elizabeth über die Weltmeere fahren. Das wäre der Anfang. Auf diese Weise haben sie mich dazu gebracht, einen Großteil der Forschung zu finanzieren. Ein Risikokapitalgeber, dessen wirklichen Namen ich nicht nennen werde, der aber der Einfachheit halber Reynolds genannt wird, trat an mich als einen seiner ersten großen Investoren heran. wie ich während meiner Buchtouren meinen Wunsch nach Zeitreisen erwähnt hatte. Verdammt, ich hatte sogar eine ganze Buchreihe darüber geschrieben. Als er mich an jenem Tag anrief, schoss ich deshalb sofort in meinem Stuhl hoch und hörte ihm aufmerksam zu. Sohn, sagte er über dem Videobildschirm auf meinem Schreibtisch, ich weiß schon lange, dass du die Vergangenheit besuchen willst, und ich sah, wie ein Lächeln über sein Gesicht huschte. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass wir die jenigen sind, die dem Ziel am Nächsten kommen, und wenn du bereit bist, ein wenig Zeit und Geld in mein Projekt zu investieren, werde ich es dir ermöglichen, einer der Ersten zu sein, die tatsächlich in die Vergangenheit reisen können. Ich lehnte mich in meinem Stuhl nach vorne. Nun, dann würde ich sagen, Sie haben jetzt meine Aufmerksamkeit, Mr. Reynolds. Von diesem Moment an war ich gefesselt. Ich wurde in sein Labor gebracht, wo ich, ehrlich gesagt, schockiert feststellte, dass er nicht gelogen hatte. Sie waren näher dran, als jede der hunderte anderer staatlicher oder privater Einrichtungen, die versuchten, es zu beherrschen. Selbst für mich war es extrem kompliziert zu verstehen, werde versuchen, das, was er herausgefunden hat, in Laien Sprache zu erklären. Viele Wissenschaftler in diesem Jahrhundert glauben, dass man eine Zeit Dilitation erfährt, wenn man sich in die Nähe eines Schwarzen Lochs begibt. Das bedeutet, dass ein Jahr in der Nähe eines Schwarzen Lochs 80 Jahre oder so zurück auf der Erde bedeuten würde. Und das wurde bereits im Jahr 2190 bewiesen, als eine Raumsonde, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts gestartet war, zurückkam und genauso aussah wie fast ein Jahrhundert zuvor. Es gibt auch die Theorie, dass Schwarze Löcher in umgekehrter Weise funktionieren könnten, nämlich als Wurmlöcher, die Menschen sowohl teleportieren als auch in die Vergangenheit schicken. Das Problem ist, dass man dafür einen Teilchenbeschleuniger von fast einer Milliarde Kilometer Länge und ein stabiles Wurmloch bräuchte. Beides war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Bis das Team von Reynolds eine Entdeckung machte. Sie waren nicht nur in der Lage, einen viel kleineren Teilchenbeschleuniger zu verwenden, sondern auch ein künstliches Wurmloch zu schaffen. Ein von Menschenhand geschaffenes Schwarzes Loch in ihrem Labor. Natürlich waren viele Menschen, auch ich, darüber besorgt. Ich fragte Reynolds, ob es irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen gäbe, um zu verhindern, dass das künstliche Schwarze Loch schnell von selbst wächst. Er deutete nach oben auf den Teilchenbeschleuniger, der von der Decke hing. Victor, mein Junge, der Teilchenbeschleuniger hat über 90 Millionen Sensoren, die das Loch überwachen und wenn sie irgendeine Art von Anomalie oder ein schnelles Wachstum aus eigenem Antrieb außerhalb unserer Parameter entdecken, wird eine Notabschaltung ausgelöst, die das Loch in die Nicht-Existenz zappt. Er klopfte mir auf den Rücken. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich nahm ihn beim Wort. Es war so verdammt dumm von mir, das einfach so stehen zu lassen. Aber ich war geblendet davon, wie nah wir dran waren, nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit zu erobern. Und im Jahr 2338 versuchten wir schließlich zum ersten Mal, das künstliche Wurmloch zu nutzen, um ein Portal in die Vergangenheit zu öffnen. Da wir nicht allzu weit in die Vergangenheit reisen wollten, beschlossen wir, probeweise nur ein einziges Jahr zurück zu reisen. Alle Wissenschaftler, andere Investoren und sogar das Hausmeisterpersonal drängten sich im Zuschauerbereich des Labores, um zu sehen, ob sich die Arbeit, die Milliarden von Dollar und buchstäblich Jahrhunderte gekostet hatte, tatsächlich auszahlen würde. Und das tat es auch. Zu unserem großen Schock und Erstaunen öffnete sich das Wurmloch. Durch das Glas hindurch konnten wir etwas auf der anderen Seite des Lochs sehen. Wir sahen das Labor, das noch genauso aussah wie im letzten Jahr um diese Zeit. Aber das war es nicht, was uns die Kinnlade herunterfallen ließ. Ich konnte sehen, wie ich von Reynolds und seinem Team durch die Kammer geführt wurde und wie sie mich über die Fortschritte informierten, deren Ergebnisse wir jetzt sahen. Ich drehte mich zu Reynolds um und stellte fest, dass er den Anblick vor uns mit einem Gefühl des Stolzes und der Errungenschaft betrachtete. Ich spürte, wie sich mein eigenes Grinsen auf meinem Gesicht ausbreitete. Es ist tatsächlich möglich, dachte ich ekstasisch in meinem Kopf. Nach so vielen Jahrhunderten des Hoffens ist es tatsächlich sich zu mir umdrehte. Das Lächeln des Mannes breiter als mein eigenes, wenn das überhaupt möglich war. Glaubst du mir jetzt, Victor? fragte er. Ein Moment lang herrschte völlige Stille im Zuschauerraum. Dann brachen alle in Jubel und Beifall aus. Wir schüttelten uns die Hände, umarmten uns und beglückwünschten uns dazu, dass wir als Erste das geschafft hatten, was wir sollten das Geschehene für uns behalten. In ein paar Jahren würde ein wissenschaftlicher Kongress stattfinden, auf dem er der Welt unsere Errungenschaft zeigen wolle. Wir waren alle zu übermütig und zu sehr damit beschäftigt, uns in unserem eigenen Ruhm zu sonnen, um über die Folgen einer solchen Entscheidung nachzudenken. Dinge wie Sicherheitsprotokolle und ordnungsgemäße Verfahren kamen uns nicht in den Sinn. Dieser Fehler war nicht nur der erste große, sondern auch der schlimmste. Ich glaube nicht, dass es so weit gekommen wäre, wenn wir unsere Erkenntnisse gleich an Ort und Stelle preisgegeben hätten. Danach gab es ein paar Probleme. Wir konnten leicht ein Wurmloch öffnen, das ein paar Jahre zurückreicht. Genauso leicht ein paar Jahrzehnte zurück. Verdammt, selbst anderthalb Jahrhunderte zurück, erforderten etwas mehr Energie, waren aber machbar. Ebenso war es möglich, von einem Ende des Wurmlochs in der Gegenwart in die Vergangenheit und zurückzureisen. Wir schufen eine tragbare Version des Teilchenbeschleunigers und des Wurmlochs, die es uns ermöglichte, von der Gegenwart in die Vergangenheit zu reisen. Theoretisch könnte man mit dem tragbaren Pad immer weiter in der Zeit zurückspringen. Um jedoch in die Gegenwart zurückzukehren, brauchte man das Hauptgerät. Niemand konnte einen Weg finden, die Rückkehr in das tragbare Pad einzubauen. Das Problem war, je weiter man in die Vergangenheit reisen wollte, desto mehr Energie wurde verbraucht und desto größer musste das Wurmloch sein, um eine so lange Strecke zu durchqueren. Der Teilchenbeschleuniger hatte zeitweise einen Kurzschluss, so dass wir unsere Erkundungen einschränken mussten, bis die Reparaturen durchgeführt werden konnten. Einer der Investoren, Travis, wandte sich nach einem Treffen mit Reynolds im Frühjahr 2345 an mich und äußerte seine Bedenken. Was mich beunruhigt ist, dass, wenn er versucht, ein Portal zu weit in der Zeit zurückzuöffnen, die Sicherheitsvorkehrungen kurzgeschlossen werden könnten, weg, sagte er und schaute sich um, um sicher zu gehen, dass er nicht abgehört wurde. Reynolds hatte die meisten von uns in letzter Zeit in Aufregung versetzt. Wenn ich darauf fixiert war, die Vergangenheit zu besuchen, dann war er geradezu besessen davon. Er hat nie verraten, warum, aber das alte Foto von ihm und seiner Mutter, die vor Jahrhunderten gestorben war, gab mir einen kleinen Hinweis auf seine Motive. Aber immer, wenn wir jetzt unsere Bedenken äußerten, schnappte er statt beschwichtigender Antworten und Zusicherungen zu und wirkte fast so, als würde er gleich zuschlagen. Ehrlich gesagt, mache ich mir auch Sorgen darüber, aber was können wir tun? Niemand außer uns weiß, wie weit wir schon sind und wenn wir auch nur versuchen, irgendjemandem außerhalb unserer Gruppe etwas zu sagen, weiß nur Gott, was er tun vor allem, wenn die Enthüllung weniger als zwei Monate entfernt ist. Travis holte tief Luft. Das ist mir egal, es ist viel zu gefährlich, um es noch länger geheim zu halten. Jemand muss es jemandem draußen sagen. Und damit drehte er sich um und ging weg. Ich sah ihm nach, ohne zu bemerken, dass hinter mir eine winzige, ferngesteuerte Wanze uns beobachtete, bevor sie davon huschte. Etwa anderthalb Monate lang dachte ich über seine Worte nach, ohne zu wissen, was ich tun sollte. Schließlich, nur noch wenige Tage bis zur Enthüllung der Welt, beschloss ich, ins Labor zurückzukehren und mit Reynolds zu sprechen. Im Gegensatz zu den anderen war der Mann noch einigermaßen freundlich zu mir und ich hatte das Gefühl, dass er mir noch genug Vertrauen entgegenbrachte, um mich anzuhören. Ich betrat das Labor mit meiner persönlichen Schlüsselkarte und stellte fest, dass er nicht in seinem Büro war. Ich konnte jedoch feststellen, dass er vor kurzem hier gewesen war. Der Kaffeewärmer auf seinem Schreibtisch glühte immer noch leicht rot und aus der Tasse daneben stieg immer noch Dampf auf. Also drehte ich mich um und ging zum Beobachtungsbereich. Als ich näher kam, hörte ich Stimmen. Ich konnte noch nicht erkennen, wer sie waren und ich wurde langsamer, als ich hörte, wie eine Stimme wütend, fast verzweifelt um etwas bat. Ich erstarrte und spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief. Ist jemand in das Labor eingebrochen? Ich blickte nach unten und sah ein weggeworfenes Metallrohr, das von einer kürzlich durchgeführten Reparatur stammte und hob es auf. Ich spürte, wie sich jeder Muskel in meinem Körper anspannte, drückte den Knopf, um die pneumatischen Türen zu öffnen und glitt hinein. Hier war niemand, aber ich konnte jetzt erkennen, dass die Stimmen aus dem Hauptraum selbst kam. Ich ging in der Hocke zum Glas und spähte langsam hinüber. Was ich sah, ließ mich fast auf den Hosenboden fallen. Reynolds stand in dem Raum, fast direkt unter dem Teilchenbeschleuniger. Um ihn herum standen etwa zehn oder zwölf Mitglieder seines persönlichen Sicherheitsteams. Aber das war nicht der schlimmste Anblick. Oh Gott, Travis lag auf einer alten medizinischen Trage, wie man sie in alten Irrenhäusern des zwanzigsten Jahrhunderts sah. Seine Arme und Beine waren festgeschnallt und er kämpfte darum, sich aus den Fesseln zu befreien. Die Sprechanlage im Raum war eingeschaltet geblieben und ich konnte nun hören, was die Stimmen sagten. Hör zu, Reynolds, Sie wissen nicht, was Sie da tun. Das Wurmloch ist zu instabil, demonstrieren, vor allem, wenn Sie es auf einmal so weit in der Zeit zurück öffnen wollen. Sie wissen nicht, was passieren wird. Ein Moment lang schwieg Reynolds, dann begann er zu kichern. Es war allerdings kein normales Lachen, es klang absolut wahnsinnig. Ich habe in meinem Leben schon Millionen von Horrorfilmen gesehen und so viele verrückte, böse Lacher gehört, aber so ein echtes Lachen zu hören, ließ Travis zu sprechen, zu leise, als dass ich es hätte hören können, aber was auch immer er sagte, ließ ein Blick des völligen Entsetzens über Travis Gesicht fallen. Oh, oh mein Gott, stöhnte er auf. Ein Gefühl des Grauens begann mich zu durchströmen. Auch wenn ich nicht wusste, was Reynolds ihm gesagt hatte, wusste ich, dass es nichts Gutes war. Der Mann klopfte Travis etwas, das ich verstehen konnte. Du wirst der Erste sein, Travis, damit ich es mit eigenen Augen sehen kann, bevor die große Enthüllung stattfindet, und nichts, was du, Victor, oder irgendjemand anderes tun kann, wird mich aufhalten, begann er, in Richtung Ausgang zu gehen. Auf Wiedersehen, Travis, sagte er und verließ das Labor. Jetzt wusste ich, wohin er gehen wollte. Er kam in den Beobachtungsraum und nur Gott wusste, was er tun würde, wenn er mich hier finden würde. Es gab nur eine einzige Tür, die aus dem Raum hinaus führte. Ich wusste jedoch, dass es viel zu spät war, zu versuchen, durch sie zu entkommen. Der verwirrte Mann war jetzt auf dem Weg hierher und würde mich beim Verlassen des Raumes sehen. Ein ziemlich großer Luftschacht, dessen Abdeckung wegen Reparaturarbeiten entfernt worden war, fiel mir auf und ich legte das Rohr ab, als ich Stimmen hörte, die sich der Tür näherten. Bevor ich in den Lüftungsschacht kletterte, fiel mir noch etwas ins Auge. Ein Gegenstand, der in einem Leinensack steckte und in den wenigen Sekunden, die mir noch blieben, schnappte ich ihn mir, kletterte auf den Tisch in der Mitte des Raums und schließlich in den Luftschacht. Ich kam gerade noch rechtzeitig, denn weniger als eine Sekunde später hörte ich, wie sich die pneumatischen Türen öffneten und sah durch die Öffnung Reynalds und seine Schläge eintraten und zum Glas gingen. Ein Moment später begannen die Lichter im Labor zu flackern und wurden schwächer. Das größte Entsetzen, das ich je gefühlt habe, durchströmte mich. Er schaltete den Teilchenbeschleuniger ein, um das Wurmloch zu öffnen. Durch das Glas sah ich, wie Travis vergeblich versuchte, sich zu befreien. Unter mir hörte ich, wie Reynalds ein leises, böses Kichern ausstieß. Dann wandte er sich an den Mann zu seiner Linken. Tu es, sagte er barsch. Daraufhin schlug der Mann mit seiner fleischigen Faust auf einen roten Knopf an der Seite der Wand. Und ich musste mir beide Hände vor den Mund halten, um nicht zu schreien. Habt ihr schon einmal davon gehört, was man Spaghettifizierung nennt? Wahrscheinlich nicht. So nennen Wissenschaftler in der Zukunft das, was passiert, wenn ein schwarzes Loch ein Objekt in seiner Bahn verschluckt, sei es ein Stern oder ein Planet oder in diesem Fall eine Person. Das Wurmloch öffnet sich und als es das tat, begann Travis zu schreien. Es war der schmerzhafteste, quälendste Schrei, den ich je von einem Menschen gehört habe. Dann sah ich, wie sowohl er als auch die Trage in Richtung des sich öffnenden schwarzen Lochs gesogen wurden. Das war jedoch nicht das Schrecklichste daran. Als er sich dem Loch näherte, schien sich sowohl er als auch die Trage zu dehnen und gleichzeitig zu stauchen, als würde er durch einen Fleischwolf gedreht werden. Sein Schrei begann, blechern zu klingen. Er stieg um Loch gesaugt würde, wäre der Prozess der Spaghettifizierung eine der schrecklichsten und schmerzhaftesten Arten zu sterben. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie mit dieser Hypothese verdammt untertrieben haben. Für uns war es innerhalb von 20 Sekunden vorbei, aber ich wusste, dass das, was für uns Sekunden waren, für Travis aufgrund der Zeitdilitation eine Ewigkeit des Sterbens gewesen war. Der Beschleuniger wurde abgeschaltet und das schwarze Loch schwankte noch einen Moment, bevor es verschwand. Als es verschwunden war, wandte sich Reynolds an seine Männer. Bereitet die Pläne und Gegenstände vor, die für die Enthüllung der Welt benötigt werden. Ich möchte, dass alles bereit ist, wenn es soweit ist, sagte er. Eine Wache nickte. Ja, Sir, wir werden alles vorbereiten. Und wenn Victor hier herumschnüffeln sollte, während sie weg sind, fragte er. Ich spürte, wie eine neue Welle von Angst und Schrecken durch mich hindurchschwappte, als die Frage beantwortet wurde. Dann mach mit ihm Schluss, so wie wir es mit Travis gemacht haben. Ich werde nicht zulassen, dass er sich in diese Sache einmischt. Eigentlich mach das nicht. Geht danach raus und findet ihn. setzt ihn in meinen Privatjet und bringt ihn so weit wie möglich weg. Er verdient das, was auf ihn zukommt, mehr als jeder andere, und ich will, dass er einer der Letzten ist, der geht. Und damit drehte er sich um und verließ das Labor. Ich konnte nicht anders, als in dem engen Metallraum bei seinen Worten unkontrolliert zu zittern, während die Wachen einige Papiere und Geräte einsammelten und dann das Labor verließen. Es dauerte lange, bis ich von dem Lüftungsschacht herunter kletterte und mich aus dem Labor schlich. Ich hatte schreckliche Angst, dass ich jeden Moment erwischt werden würde, aber ich schaffte es, ungesehen rauszukommen. Ich kehrte nicht nach Hause zurück, eigentlich in keines meiner Häuser auf der ganzen Welt. Ich wusste, dass dort überall Männer auf mich warten würden. Dadessen tat ich etwas, was ich seit Jahrhunderten nicht mehr getan hatte und kehrte zu meinen Armen und bescheidenen Wurzeln zurück. Zunächst hob ich schließlich Zuflucht in einem extrem heruntergekommenen Motel in der Stadt, das sich selbst als authentisches Motellerlebnis des frühen 21. Jahrhunderts anpriest. Während ich dort war, versuchte ich verzweifelt, jeden zu kontaktieren, den ich erreichen konnte, um ihn zu warnen. Vor allem, nachdem ich eine getippte, ausgedruckte Rede, die ich seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hatte, in einer Tasche entdeckt hatte, das meiste davon bezog sich auf die Enthüllungsrede, aber der letzte Teil war es, der mich dazu veranlasste, in Panik alle Mächtigen anzurufen. Selbst jetzt noch erfüllen mich die Worte dessen, was zu einem verdrehten Manifest wurde, mit einem unbeschreiblichen Entsetzen. Die Rede lautete Und nun, meine Damen und Herren, muss ich diesen Vortrag mit einem kleinen Eingeständnis beenden. Gerät kann in der Tat ein Wurmloch durch die Zeit öffnen. Es kann der Menschheit erlauben, Zeit und Raum zu durchqueren. Es kann uns erlauben, uns nach Belieben in die Vergangenheit und die Zukunft zu bewegen. Aber das war nur der Nebeneffekt. Es war nicht das, wofür ich diese Maschine eigentlich in erster Linie entworfen habe. Für mich ist die Menschheit so eine Anomalie. Das war sie schon immer, seit ich ein Kind war und meine Mutter mich darüber aufklärte, wie böse wir als Spezies sind. Für die Umwelt, für einander und für das Universum als Ganzes. Zunächst verstand ich nicht, warum sie nicht nur die Menschen, sondern alles empfindungsfähige Leben auslöschen wollte, aber im Laufe der Jahrhunderte habe ich ihre Ansichten immer besser verstanden. Die Menschen waren nie dazu bestimmt, so lange zu leben. Viele von uns, sowohl hier im Publikum als auch bei den Zuschauern zu Hause, sollten nicht so lange leben, wie wir es getan haben. Wir alle hätten das Richtige tun sollen und sterben schon vor langer Zeit. Es ist ekelhaft, uns weiterleben zu lassen. Jedes Jahr, das ich weiter lebte, war eines, das ich hasste. Aber ich weiß, dass ich die Mehrheit der anderen nie dazu bringen werde, meine Ansichten zu teilen, unsere Ansichten, die Anti-Natalisten. Und so habe ich im Geheimen jahrhundertelang mit ihnen an einem endgültigen Plan gearbeitet, um die Entscheidung für uns alle zu treffen. Keiner von euch verdient es, über den heutigen Tag hinaus zu leben. Alles intelligente, empfindungsfähige Leben im Universum muss das Richtige tun und aufhören zu existieren und niemand von euch verdient es, durch die Zeit reisen zu können. Dies ist der Moment, in dem die Menschheit und alles enden wird und es ist zu spät, um zu entkommen. Möge das Universum durch die Auslöschung allen Lebens verbessert werden. Das war die Rede. Und jetzt sollte ich wohl erklären, warum ich euch das alles erzähle, wie ich es geschafft habe, hierher zurückzureisen, warum ich all diese Dinge offenbare. Es ist, weil ich nicht in der Lage war, Reynolds aufzuhalten. Ich habe tagelang verzweifelt versucht, jemanden in der Regierung zu erreichen, um sie zu warnen. Ich habe Nachricht um Nachricht hinterlassen, aber genau wie die Regierung jetzt ist sie in der Zukunft so ein verdammtes Chaos, dass entweder niemand meine Nachrichten erhalten hat oder sie als Schwindel ignoriert wurden. Zumindest so lange, bis es zu spät war, um Reynolds zu stoppen. Denn am 17. August 2345 um genau halb drei Uhr nachmittags betrat Reynolds die Bühne im umgebauten Los Angeles das Convention Center vor Millionen von Zuschauern und weiteren Milliarden von Zuschauern auf der ganzen Welt. Er enthüllte seine Maschine, die er aus dem Labor in das Zentrum gebracht hatte, und tat genau das, was in der vorbereiteten Rede gesagt wurde. Die Welt staunte, als sie glaubte, ein neues Zeitalter in der Existenz der Menschheit eingeleitet zu haben, das nicht nur die Sterne, sondern auch die Zukunft und die Vergangenheit erreichen kann. Ich saß auf dem uralten, kaum funktionierenden Smart-TV in meinem Hotelzimmer, während ich mich verzweifelt vorbereitete. Ich sah den Moment, in dem er mit seiner Manifestrede begann. Ich sah, wie sich die Erkenntnis in der Menge ausbreitete, wie sich die Blicke der Begeisterung und Freude in existenzielles Grauen und Entsetzen verwandelten. Einige versuchten, sich auf ihn zu stürzen, um ihn aufzuhalten, aber seine Wachen, von denen ich erkannte, dass sie ebenfalls Antinatalisten waren, erschossen sie. Dabei spielte es keine Rolle, ob es sich um Männer oder Frauen handelte. Sie wurden wie tollwütige Tiere erschossen, ohne jegliche Reue. Und dann zog Reynolds den Hebel. Die Bildschirme blieben nicht lange an. Ich habe auch nicht gewartet, um viel zu sehen. Aber das Wenige, das ich sah, wird sich für den Rest meines Lebens in mein Gedächtnis einbrennen. Das schwarze Loch öffnete sich und wuchs schnell. Viel schneller, als ich es jemals zuvor gesehen hatte. Es war ein unkontrollierbares schwarzes Loch, eines, das vielleicht niemals aufhören würde, zu wachsen. Ich sah, wie Millionen von Menschen mit dem Prozess der Spaghettifizierung begann. Die Schmerzensschreie und die Qualen von Millionen von Menschen, deren Leben auf einmal endete und die sich eine buchstäbliche Ewigkeit lang in die Vergessenheit zogen, müssen sich anhören wie die tiefsten Gruben der Hölle, gefüllt mit den verdammten Seelen. Bevor der Tag zu Ende ging, war die Erde verschwunden. Sie wurde, von dem sich ständig ausdehnenden Schwarzen Loch verschluckt. Milliarden von Leben wurden auf die schrecklichste und schmerzhafteste Weise ausgelöscht, die man sich vorstellen kann. Und es gab keine Möglichkeit, auch nur zu versuchen zu entkommen, da sich die gesamte Erde innerhalb des Ereignishorizonts befand. Und nach allem, was ich weiß, wuchs das Schwarze Loch immer weiter. Soweit ich weiß, hat sie die gesamte Galaxie verschlungen und ist auf dem Weg, das gesamte Universum zu verschlingen und es wird jedes intelligente, empfindungsfähige Wesen auslöschen. Ich weiß es nicht, ich habe es nie gesehen. Seht ihr, das Ding, das ich an jenem Tag in der Tasche hatte, die zusammen mit der Kopie von Reynolds Rede lag, die Sache, die ich sah und die mich dazu veranlasste, sie überhaupt erst zu ergreifen, war der tragbare Teilchenbeschleuniger. Ich schätze, der Verrückte hat nie wieder daran gedacht, da er nie vorhatte, es richtig zu benutzen. Und während ich die letzten Augenblicke seiner Rede verfolgte, tippte ich verzweifelt ein beliebiges Datum, ein Jahrhundert zuvor, in die am Handgelenk befestigte Zeitwahltaste ein. Ich schaffte es gerade noch, mich in der Zeit zurückzuschicken, bevor Los Angeles ausgelöscht wurde. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es hierher, ins Jahr 2023 geschafft habe. Nach diesem ersten großen Sprung habe ich es nicht gewagt, mehr als ein paar Jahrzehnte zurückzuspringen. Ich befand mich in unerprobten Gewässern und wollte nicht versehentlich das Wurmloch destabilisieren und mir selbst das antun, was allen anderen angetan worden war. Und ich fand heraus, dass ein Rücksprung einen körperlich auslaugen kann. Gott sei Dank verursacht es keine negativen Auswirkungen wie Krebs oder das Wachstum von Tumoren, aber es macht einen müde und führt dazu, dass man zwei oder drei Tage durchgehend schläft. Und nun sollte ich erklären, warum ich überhaupt hier bin. Zunächst einmal muss ich sagen, dass es mir sehr leid tut. Es tut mir so leid, dass ich so blind war, dass ich so leicht für mein Geld benutzt werden konnte, um einen so bösen Plan in die Tat umzusetzen. Es tut mir so leid, dass ich, ob ich es nun wollte oder nicht, ein Teil des Geschehens war. Es tut mir so leid, dass ich in meinem Streben nach einem jahrhundertelangen Traum zum Spielball werden durfte. Aber ich habe einen Plan, um zu versuchen, diese schreckliche, böse Tat zu verhindern, die alle früheren menschlichen Gräueltaten im Vergleich dazu wie ein Witz aussehen lassen. Das wird allerdings ein Opfer von mir erfordern. Ich glaube, es wird mich ein Stück von mir selbst kosten, ein Stück meiner Seele, denn aufgrund des Reichtums und der Macht, die er durch das Vermögen seiner Eltern erlangt hat, werde ich nicht mehr zuschlagen und versuchen können, Reynolds im Erwachsenenalter zu töten. Daran hatte ich schon gedacht, als ich Mitte des 23. Jahrhunderts landete. Das heißt, so wie all die Leute hier online davon sprachen, was sie mit anderen schrecklichen, bösen Männern, Diktatoren, machen würden, wenn sie Zeit reisen könnten, muss ich... Nein, ich kann mich nicht dazu durchringen, es offen auszusprechen. Selbst für den bösesten Mann, den es gibt, bringe ich es nicht übers Herz, offen zu sagen, was ich glaube, tun zu müssen, und zwar auf die Art, wie ich es tun muss. Und ich weiß, dass es eines der schwersten Dinge sein wird, damit zu leben, was ich getan habe, wenn ich es getan habe. Aber es muss getan werden. Deshalb mache ich, bevor ich das tue, einen letzten Sprung zurück von hier, um mir eine letzte Chance auf Glück und Frieden zu geben, für ein paar Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert. Ich werde mir selbst ein letztes Geschenk machen. Ich werde mich selbst in die frühen 1900er Jahre zurückschicken. Ich sammle derzeit altes Bargeld und noch mehr Gold, Dinge, die ich zu meiner Zeit nicht mehr bekommen konnte, um damals ein neues Leben zu beginnen. Ich werde den Berberlöwen und den Tasmanischen Tiger und all die anderen längst ausgestorbenen Tiere sehen. Ich werde 1956 zu den Filmfestspielen in Cannes fahren und Jacques Cousteau die Hand schütteln und sehen, wie sein erstaunlicher Film den Preis gewinnt. Ich werde viele Ozeanüberquerungen auf Ozeandampfern machen. Und ich werde noch viel mehr tun, denn die lebensverändernden und altersumkehrenden Therapien werden noch 480 Jahre andauern, bevor sie nachlassen. Und die ganze Zeit über werde ich mich vorbereiten, geistig, emotional und körperlich auf die schreckliche Tat, die ich vollbringen muss, um die Menschheit, um alles vor dem Ende zu bewahren, damit ihr alle eure Kinder, Enkelkinder und so weiter, ein langes, glückliches Leben führen könnt, solange ihr wollt. Ich wache schon jetzt, fast jede Nacht schreiend auf, weil ich den Schrecken des letzten Tages im 24. Jahrhundert gesehen habe. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich noch mehr schreien werde, nachdem ich dies getan habe, aber es muss getan werden. Ich bleibe nur noch ein paar Wochen hier, nur um einen letzten Blick auf eine Zeit zu werfen, die ich schon fast vergessen hatte. Also bitte, wünscht mir Glück, so morbide das auch sein allerdings vor einer Sache waren, eine Sache, die mich sowohl beunruhigt, als auch erschreckt. Weit mehr, als jedes fiktive Monster oder jeder Slasher es je könnte. Es gibt ein Element der Zeitreise über das Hypothesen aufgestellt, aber nie bewiesen wurden. Eines, von dem ich selbst nach einer Zeitreise nichts weiß, die Theorie des Multiversums. Wenn jemand in der Zeit zurückreist und den Lauf der Geschichte in irgendeiner Weise verändert, so die Theorie, würde sich nicht die Zeitlinie, in der er sich befindet, sondern eine neue, verzweigte Zeitlinie ändern, die neu entsteht, in der die Veränderung stattfindet, während die andere genauso weiterläuft, wie sie ursprünglich war. Die Person, die die Änderung vorgenommen hat, würde nie wissen, dass sie sich in der neuen, verzweigten Zeitlinie befindet, sie könnte es nicht. Ich bete zu Gott, an den ich immer noch glaube, an den aber so viele in meiner Zeit schon lange nicht mehr glauben, dass die Multiversumstheorie falsch ist, dass ich, wenn ich dies tue, das Schicksal dieses Universums nicht ändern werde, dieser Zeitlinie. Falls dem so ist, es tut mir so leid, was noch kommen wird. Ich arbeite abends in einem Supermarkt. An der Kasse steht ein Mann, mit dem etwas ganz und gar nicht stimmt. Vom Reddit User Doomed Geek. Beinahe hätte ich den Aufruf, über die dröhnende Musik Kopfhörern überhört, als ich die Milch in der Tiefkühlabteilung auffüllte. Ich war mit meinen Gedanken zwischen dem Versuch, mich in der künstlichen Kälte der Tiefkühltruhe warm zu halten und dem Lied, das aus meinen Kopfhörern dröhnte, hin und her gerissen, als ich es aus dem Ohr hörte, dass ich etwas freigelassen hatte. David und Matthew an die Kasse. Bitte, ich zischte über die uralte Beschallungsanlage und dröhnte durch ein ohrenbetäubendes elektronisches Quietschen und eine Wolke aus Audioschnee. Ich kramte mein Handy aus der Tasche und prüfte die Uhrzeit. 1 Uhr 23 nachts? Ich hatte noch vier Stunden Schicht. Normalerweise war der Laden um diese Zeit leer. Am meisten los war immer in der Stunde vor oder nach meiner Schicht. Da ich während der meisten meiner Stunden dort wenig bis gar keine Kunden hatte, vertrieb ich mir die Zeit damit, die im Laufe des Tages gelehrten Sachen aufzufüllen. Deshalb kam es mir seltsam vor, dass ich an die Kasse gerufen wurde. Ich hätte mir nie vorstellen können, was mich da wirklich erwartete. Ich bezweifelte, dass ich an Chelseas Kasse einen Überschuss an wartenden Kunden angesammelt hatte und ich hatte ihr Minuten zuvor gesagt, dass ich die verderblichen Waren einräumen würde. Wenn mich jemand so spät noch brauchte, kam er normalerweise einfach zu mir und fragte mich. Ich überlegte, ob ich die Aufgabe zu Ende bringen sollte oder nicht und war mir nicht sicher, ob es das Beste war, die Milch für eine unbestimmte Zeit außerhalb des Gefrierschranks zu lassen, als der Gänge und bewegte sich so zügig, dass ich sofort wusste, dass etwas im Busch war. Ich nickte ihr zu und machte den Mund auf, um zu fragen, ob das, was sie an der Kasse brauchte, warten konnte, bis die Milch weg war. Doch als ich ihren Gesichtsausdruck sah, schienen mir die Worte im Hals stecken zu bleiben. Sie war seltsam blass und sah aus, als wäre sie gerade auf ihrer eigenen Beerdigung gewesen, mit großen, wässrigen Augen und sie zitterte wie Espenlaub, so stark, dass ich mir Sorgen um ihr Gleichgewicht machte. Sie starrte mich mit einem Blick aus tausend Meilen Entfernung an, als hätte sie gerade einen Geist gesehen. Sie bewegte sich so schnell und kam so nah an mich heran, dass ich vor Überraschung fast gegen die Kühltruhe stieß, als sie ihren Mund an mein Ohr brachte und flüsterte, »Da ist jemand an der Kasse!« Ihre Stimme war unsicher und angespannt vor Aufregung. »Er will nicht gehen! Irgendetwas stimmt mit ihm nicht!« Als sie sich zurückzog, konnte ich einen Schimmer von »Ich weiß nicht« Terror nehme ich an in ihren Augen sehen. Diese Entschlossenheit schwankte, als ein Blick, der eine Mischung aus Unbehagen und Panik war, über ihr Gesicht ging. Mein Verstand drehte sich angesichts ihres ungewöhnlichen Zustands. Chelsea war sonst so cool, wie man nur sein konnte. Nachdem sie aus New York in unsere Kleinstadt gezogen war, hatten Matt und ich immer gescherzt, dass sie robuster gebaut war als der Rest von uns und wann immer wir es mit einem widerspenstigen Kunden zu tun hatten, ob Mann oder Frau, sie wurde damit fertig. Ein unheimlicher Schauer lief mir über den Rücken, der ausnahmsweise nicht von der Tiefkühltruhe kam und ließ mich zusammenzucken, als ich an einen Kunden dachte, der Chelsea zu Tränen rühren konnte. Ist er ein... Hat er eine Waffe? Sie schüttelte den Kopf, wischte sich die Augen und schniefte. Nein, er steht nur da und sieht mich an und er will nicht sprechen oder weggehen und er macht ständig dieses Geräusch. Wo ist Matt? fragte ich. Matt war unser Kollege und der dritte in der Spätschicht mit uns. Er und Chelsea waren seit ein paar Monaten zusammen und hatten angefangen im Ready-Markt zu arbeiten, um für eine Wohnung zu sparen. Er war ein lustiger, kühler Typ, der Konflikten stets aus dem Weg ging, das perfekte Yin zu ihrem Yang. Er neigte dazu, im Laden herumzuhüpfen, so wie ich, und tat ein bisschen von allem, was zu tun war, obwohl er die Angewohnheit hatte, mehrmals pro Schicht extra lange Rauchpausen zu machen. Er sagte, er bringe hinten den Müll raus, und du warst die erste Person, die ich gefunden habe. In diesem Moment sah ich aus dem Augenwinkel etwas am anderen Ende des nächsten Ganges, in der Nähe der Kassen. Für einen Moment sah ich aus dem Augenwinkel, dass sich jemand in einer Weise an das Regal lehnte, die aus Gleichgewichtssicht kaum Sinn machte und nur seine obere Hälfte verbarg, um uns taktlos zu beobachten. Natürlich folgten meine Augen, und als ich meinen Kopf ein wenig drehte, um an Chelsea vorbei in den Gang zu schauen, aus dem sie gerade gekommen war, erhaschte ich einen Blick auf etwas, das aussah wie ein Mann, der hinter das am weitesten entfernte Regal schaute. Als ich mich umdrehte, um ihn zu sehen, verschwand er mit einer fast cartoonhaften Inbrunst und verschwand mit einer erschreckenden Schnelligkeit aus meinem Blickfeld. Ich blickte den leeren Gang hinunter und spürte Nadelstiche auf meiner Haut. Chelsea folgte meinem Blick und ihre Augen weiteten sich noch mehr, als sie sich umdrehte, um in meine Richtung zu schauen. Ich spürte, wie sich mein Herzschlag beschleunigte. Chelsea's Reaktion und der seltsame, wenn auch kurze Blick des Mannes am Ende des Ganges gaben mir das Gefühl, dass wir es zumindest mit jemandem zu tun haben könnten, der ein wenig ungewöhnlich ist. Dennoch sah ich keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, herauszufinden, was er wollte, oder ihn zu bitten zu gehen. So verzweifelt, wie Chelsea bereits war, wusste ich, dass ich etwas tun musste, um eine Szene zu vermeiden. Aber ich wollte nicht für eine Eskalation der Dinge sorgen. Ich ging den Gang entlang, in Richtung Kasse. Ich hörte Chelsea keuchen, und fast sofort legte sich ihre Hand um mein Handgelenk und zog mich zurück. Nein, nicht, er ist, er ist nicht in Ordnung. Ihre Augen tränten, aber sie wankte nicht. Ein Ausdruck von panischer Entschlossenheit zeichnete sich auf ihren Zügen ab, als sie mir in die Augen sah. Wenn er ein Spinner ist, werde ich ihn bitten zu gehen. Wenn er sich weigert, rufe ich die Polizei, versicherte ich und zog vorsichtig meinen Arm weg. Du kannst hier bleiben oder nach hinten gehen, wenn du willst. Sie starrte mich einige Augenblicke lang an, kaute auf ihrer Lippe, während sie zu überlegen schien, und wischte dann mit dem Handrücken über die Augen. Nein, ich komme mit dir. Wenn er wieder komisch wird, rufe ich die Bullen. Ich schnitt eine leichte Grimasse, obwohl ich es nicht wollte. Es war nicht so, dass ich es ihr nicht zutraute, das zu tun, was sie sagte, aber ich hatte sie noch nie in einem solchen Zustand gesehen und machte mir Sorgen, was passieren könnte, wenn sie weiterhin in der Nähe des jenigen war, der das mit ihr gemacht hatte. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass wir keine Zeit für eine Diskussion hatten und der Blick in ihren Augen sagte mir, dass es mindestens eine brauchen würde, um sie davon abzubringen. Also machten wir uns auf den Weg zur Kasse. Es ist seltsam, ich bin diesen Gang in diesem Monat wahrscheinlich schon hunderte Male gegangen und habe dabei nicht ein Anspannung spürbar zunahm, als wir uns den Kassen näherten, sank mein Magen mit jedem Schritt tiefer. Plötzlich fühlten sich die hellen Lichter und der gebräunte Fußboden des Ladens wie der eines Krankenhauses an und die Beklemmung wogte durch mich, als ob wir auf dem Weg zum Arzt wären, um schlechte Nachrichten zu erhalten. Als wir das Ende des Ganges erreichten, bemerkte dort das seltsame Geräusch, das mit unserer Annäherung zunahm. Es war ein anhaltendes Klicken, das zunächst an das Klirren einer Fahrradschaltung erinnerte, wenn man die Füße von den Pedalen nimmt. Chelsea blieb stehen und erschrecken überwand ihre Abwehrkräfte, als sie erstarrte, als wir uns den Kassen näherten. Sie schüttelte energisch den Kopf und presste sich halbherzig die Hände auf die Ohren. Mein Gesichtsausdruck war wahrscheinlich genauso verwundert, wie ich mich fühlte und sie gab eine Erklärung ab. Ich bleibe hier. Ich mag nicht, wie er mich ansieht. Ich werde von hier aus zusehen. Ich war entnervt, hatte aber kein Bedürfnis zu widersprechen, denn ihr Unbehagen war offensichtlich. Das war, gelinde gesagt, untypisch für sie. Da ich in den letzten Monaten mit Chelsea und ihrem Freund Matt zusammengearbeitet hatte, hatte ich eine Art lockere Freundschaft mit den beiden entwickelt und sie waren sogar die einzigen Kollegen, mit denen ich gelegentlich außerhalb der Arbeit etwas unternahm. In dieser Zeit hatte ich Chelsea als den Typ Mensch kennengelernt, der sich über die Gelegenheit freute, einen aus der Reihe tanzenden Kunden in die Schranken zu weisen, sehr zum Leidwesen von Matthew. Sie so zu sehen war mehr als nur ein wenig beunruhigend. Das seltsame Klicken wurde lauter, als ich aus dem Gang trat. Als die Kassenreihe in kam, kam auch er. Sofort wurden mir zwei Dinge bewusst. Das erste war, dass das Klicken von ihm kam, mit ziemlicher Sicherheit das Geräusch, von dem Chelsea gesprochen hatte. Das zweite war der Geruch. Er war dick und säuerlich, ein Gestank, der die Luft zu durchdringen schien, als ich mich näherte und der eine alte Erinnerung wach rief. Ich wohnte in der Nähe eines Bauernhofs, auf dem ein paar Ziegen lebten, die als Ausreißer berüchtigt sind. Meine Brüder und ich haben uns immer gefreut, wenn wir eine von ihnen auf unserem Grundstück fanden und sie nach Hause jagen konnten. Eines Eines Sommers, als ich noch ein Kind war, erzählten uns unsere Nachbarn, dass eine der Ziegen, ein dreijähriges Tier, mit der Angewohnheit nachts auszubrechen, seit ungewöhnlich langer Zeit nicht mehr gesehen worden war. Etwa zur gleichen Zeit begannen wir aus dem Wald in der Nähe unseres Hauses, einen überwältigenden Gestank zu riechen, der von der Brise getragen wurde und uns ein paar Tage lang plagte, so schlimm, dass wir nicht mal draußen spielen wollten. Ein schrecklicher Geruch, wie altes Fleisch, das in der Sonne liegt. Mein ältester Bruder fand den Kadaver des Tieres ein paar Tage später nicht weit hinter der Baumgrenze. Papa vermutete, dass ein Berglöwe ihn in die Finger bekommen hatte. Wie dem auch sei, ich habe diesen Geruch nie vergessen. Der Geruch von Verwesung, der jetzt aus irgendeinem Grund durch unseren Lebensmittelladen wehte. Das Frösteln, das ich spürte, als ich näher kam, machte mich sicher, dass irgendwo gerade jemand über mein Grab trat. Der Mann an der Kasse trug einen kaputten Flanellanzug und ein paar schmutzige Jeans, die aussahen, als wären sie monatelang ungewaschen getragen worden. Er stand mit dem Rücken zu mir, aber ich konnte sehen, dass er schwankte. Sein Körper wippte von einer Seite zur anderen, als ob er um sein Gleichgewicht kämpfen würde. Trotz der schwarzen Kapuze, die er trug, konnte ich sehen, dass sein Kopf in einem seltsamen Winkel nach rechts geneigt war. Wie geht's Ihnen, Sir? rief ich mit meiner Kundenbetreuungsstimme, als ich die Lücke zwischen Kasse und Gang überquerte. Kann ich Ihnen helfen? Ich umrundete das gegenüberliegende Ende des nächstgelegenen Regals mit den billigen Ostersüßigkeiten und hielt Abstand zwischen dem Mann und mir, während ich mich näherte. Ich spürte, wie sich das Mittagessen des Tages in meinem Bauch drehte, während der schwere Geruch von Fäulnis und Schimmel, feucht und überwältigend, beim Näherkommen unerträglich zu werden begann und seine Quelle außer Frage stand. Wieder dieses Geräusch, das mich vage an das seltsame Schnattern meiner Katze erinnerte, als sie einmal aus dem Haus geflohen war, um einen Vogel zu jagen. Obwohl sein Kapuzenpulli sein Gesicht verdeckte, war ich mir sicher, dass er das Geräusch mit dem Mund gemacht hatte, aber wie, da war ich und aus der Nähe war es noch beunruhigender. Als ich um die Kasse herumging, konnte ich den Mann zum ersten Mal von vorne sehen. Verdammter Mist! Es war ein Zeugnis meiner Selbstbeherrschung, dass ich es schaffte, meinen Ausbruch auf meine Gedanken zu beschränken. Er sah aus wie der wandelnde Tod. Sein Gesicht war papier dünn und blass, wie ich es für Tote oder Sterbende gehalten hatte, doch es wirkte fast plastisch, glänzend und hohl, auf eine Weise, die mir Gänsehaut bereitete. Es war maskenhaft und ich konnte nicht sagen warum, aber es schien, als würde sein Gesicht nicht zu ihm passen. Etwas Dunkelrotes lief über seinen Mund und seinem Kinn und ich brauchte nicht viel, um zu erraten, was es war. Der zerfetzte Zustand seiner Lippen verriet mir, dass er sie fast bis zur Unkenntlichkeit abgekaut hatte. Umso erschreckender waren diese Augen. Sie waren blutunterlaufen, das Weiß war fast vollständig durch ein blasses Rot ersetzt, und seine Iris bestand aus zwei obsidianfarbenen Zwillingslöchern, die sich mit einem glasigen, aber unheimlichen Blick durch meinen Schädel bohrten. Ich erschauderte aus Beunruhigung und Abscheu. Er starrte mich mit diesen scharlachroten Augen an, als ob er versuchte, in meine Gedanken zu spähen. Ein Moment lang verschlug es mir die Sprache. Eine seltsame, ursprüngliche Angst durchströmte mich unter diesem Blick, der sich so unmenschlich anfühlte. Mein Herz schlug mit einem schmerzhaften Pochen so laut, dass ich es fast hören konnte, während meine Kehle trocken zu werden schien und mich über meine Worte stolpern ließ. Kann ich, äh, kann ich Ihnen helfen? Meine Worte schienen mehrere lange, angespannte Sekunden lang in der Luft zu hängen, die mit jedem Augenblick schwerer zu werden schien. Langsam neigte er den Kopf zur Seite, in einer fast reptilienhaften Geste. Seine Augen wichen nicht ein einziges Mal von den meinen. Oh Gott, dieses Gesicht! Am liebsten hätte ich geschrien oder ihn angegriffen oder wäre aus dem Laden gerannt und hätte mich nie wieder umgesehen. Ich konnte nicht mal zurück starren, um seine schreckliche Visage zu sehen. Diese kranke, blasse Haut war viel zu unnatürlich. rörf kam es aus seinem Mund, doch seine Lippen bewegten sich nicht ein einziges Mal, bis die Mundwinkel schwanken und sich sein Lächeln fast unmerklich dehnte. Es hörte sich so an, als würde er das K immer wieder machen, wie eine kaputte Schallplatte. Es war nicht wie ein Stottern, eher so, als er versuchte herauszufinden. Wie sein Mund funktionierte, indem er den Laut wiederholte, während er mich anschaute. Der Gedanke, dass es sich um einen psychischen oder drogenbedingten Vorfall handelte, wurde immer wahrscheinlicher. Sir, ich... kann ich Ihnen helfen? Der kalte Schauer, der mir über den Rücken lief, ließ meinen ganzen Körper zusammenzucken, und als der Mann schließlich sprach, spürte ich, wie das Grauen begann, durch mein Bewusstsein zu sickern. Er klang genau wie ich. Ich habe schon öfters Nachahmungen gehört. Ich habe sogar ein paar eigene, die ich auf Partys auspacke. Dies war nicht so. Er sprach buchstäblich, mit meinen eigenen Worten, in meiner Stimme zu mir, als ob es eine Aufnahme wäre. Bis zu diesem Moment war ich mir sicher, dass der Mann vor mir, so seltsam die Dinge auch gewesen waren, eben ein Mann war. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass das vielleicht nicht der Fall war. Kann ich Ihnen helfen? Er wiederholte es, und wieder war es, als hätte ich ein verzögertes Echo. Willkommen bei Ready, Mart, sagte er jetzt mit Chelseas Stimme. Mach, dass er aufhört. Bitte mach, dass er aufhört. Chelsea schrie von dort, wo sie stand, hielt sich die Hände über die Ohren, und Tränen liefen ihr über das Gesicht. Ich konnte ihr ihre Reaktion nicht verübeln. In diesem Moment kämpfte ich damit, zu begreifen, was vor sich ging, und ein kleiner Teil von mir betete immer noch, dass ich wieder in der Schicht eingeschlafen war, und dies ein schrecklicher, lebendiger Albtraum war. Der Mann, das Ding, was auch immer es war, lächelte daraufhin, die erste entzifferbare Geste, die er seit seinem Eintritt gemacht hatte. Sein Kopf drehte sich um, fast um 180 Grad, und er wandte sich Chelsea zu, obwohl sein Körper nicht mal wankte, sondern immer noch mir zugewandt war. Sein Kiefer klappte so tief und plötzlich herunter, dass ich mir sicher war, dass er sich vom Knochen gelöst haben musste. Stopp! Hör auf, mich so anzusehen! Stopp! Als er das nächste Wort sprach, traf mich ein kalter Schauer der Erkenntnis, und ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, auch Chelsea. Hey, lass mich verdammt noch mal in Ruhe! Hill! Diese unheimliche Nachbildung von Matthews Stimme endete abrupt. Irgendwie schien das schlimmer zu sein, als wenn sie weitergegangen wäre. Der Ausdruck auf Chelseas Gesicht war anders als alles, was ich je außerhalb eines Films gesehen hatte. Es war eine seltsame Mischung, aus lebensverändernder Traurigkeit, Entsetzen und unbändiger Wut auf einmal. Es hat Matthews Stimme! Ihre Stimme zitterte, als sie sprach, und jede Emotion in ihrem Gesicht spiegelte sich in ihren Worten wieder. Wie kann es Matthews Stimme haben? Bisher hatte es nur uns imitieren können, nachdem es uns gehört hatte, und jetzt hatte es eben Matthews Stimme benutzt. Die Andeutung hing über ihm wie eine Guillotine. Die Tatsache, dass er immer noch nicht auf die Lautsprecheranlage reagiert hatte, oder vom Müll rausbringen zurückgekommen war, goss nur noch mehr Öl ins Feuer. Ich bemühte mich, meine nächsten Worte so ruhig wie möglich auszusprechen, was in Anbetracht der Lage nicht so einfach war. Chelsea, geh Metz suchen und ruf die Polizei. Chelsea nickte, aber bevor sie einen Schritt machen konnte, um zu gehen, machte das Ding ein Geräusch. Es war anders als alles, was ich bisher von einem Lebewesen gehört habe. Am ehesten kann ich es mit dem Geräusch vergleichen, das eine Autobremse vor einem Unfall macht, oder mit dem Kreischen eines geflügelten Dinosauriers in einem Film. Es war lang und durchdringend, die Art von Geräusch, bei der ich spürte, wie mein Trommelfell und meine Knochen gleichermaßen bebten und völlig anders als alles, was menschliche Stimmbänder produzieren. Chelsea drehte sich um und hielt sich die Ohren zu. Ich tat dasselbe, aber es war zu spät, denn der Schmerz in meinem Kopf war schlimmer als jede Migräne, die ich je hatte. Ich spürte einen scharfen Knall in meinem linken Ohr, gefolgt von einem Tinnitus-ähnlichen Klingeln und einem seltsamen, feuchten Rinnsal auf der Seite meines Kiefers. Der Mann, oder was auch immer dieses Ding war, streckte einen Arm aus und zeigte mit einem abnormen langen Finger in Chelsies Richtung, sehr zu ihrem Entsetzen. Sein Mund wurde tiefer und tiefer und tiefer, bis sein Unterkiefer über das Schlüsselbein hinausragte, während das furchtbare Gekreische weiterging. Das Licht flackerte einmal, dann zweimal, dann ein drittes Mal. Sein grässliches Heulen war zu Ende. Ein Moment lang herrschte nur eine furchtbare Stille, die nur durch das anhaltende Klingeln in meinem Ohr und das Flackern der Lichter unterbrochen wurde. Es war die Art von Stille, die sich kurz vor einem Tornado einstellt, wenn alles eine unnatürliche Stille annimmt und die Luft mit einer ahnungsvollen Energie aufgeladen ist. Ich nahm Blickkontakt mit Chelsea auf und ich konnte sehen, dass sie es auch spürte. Im Nu war sie verschwunden und lief den Gang hinunter in den hinteren Teil des Ladens. Sie muss ein paar Meter weit gekommen sein, als dieses Ding einen weiteren seiner schrecklichen Schreie ausstieß. Die Lichter gingen aus, dann wieder an, dann wieder aus. Die Dunkelheit blieb, dicht und erstickend. Mein Herz klopfte schmerzhaft, als ich mich bemühte, durch das Klingeln hindurch zu hören, denn meine Sehkraft war nun fast verschwunden, da das Licht aus war. Das erste, was ich hörte, war Chelseas überraschter Aufschrei. Das nächste war ein plötzliches Geräusch von Schritten, die sich vorwärts bewegten. Immer weiter. Ich konnte wieder sehen und das erste, was ich bemerkte, war, dass der Raum vor mir völlig leer war. Er war verschwunden. Lauf, rief ich, obwohl ich wusste, dass es weder notwendig noch fruchtbar war, aber es schien die einzige Anstrengung zu sein, die ich in Anbetracht dessen, was mir bevorstand, unternehmen konnte. Ich rannte zur Kasse, schnappte mir den kleinen Baseballschläger, den Matt für den Notfall darunter verstaut hatte und rannte in Richtung des Gangs, den Chelsea entlanggegangen war, denn ich wusste, dass er wahrscheinlich auch dort war. Das Licht ging aus. Wieder Dunkelheit. Was auch immer dieses Ding mit dem Strom gemacht hatte, es schien, ein wiederkehrendes Problem zu sein. In meiner Blindheit stieß ich mit der Schulter gegen eines der Regale und zuckte zusammen, als das kalte Metall es schaffte, durch den Ärmel meines Hemdes in meinen Arm zu schneiden. Scharfe Schmerzen durchdrangen ihn, aber ich lief weiter. Irgendwo in der Dunkelheit ertönte Chelsea's plötzlicher Schrei, der sich sofort mit einem weiteren, seltsamen Schrei von diesem Ding vermischte. Das Licht ging an. Ich konnte wieder sehen. Mein Herz setzte aus. Ich sah gerade noch rechtzeitig, wie ihr Gesicht verschwand, als sie aus dem Gang und außer Sichtweite geschleift wurde. Für die kurze Sekunde, in der wir Blickkontakt hatten, war der unbändige Schrecken in ihrem Gesicht so groß wie nichts, was ich je gesehen hatte. Ich rannte so schnell ich konnte, um die kurzen Momente der Sicht nicht zu vergeuden und schaffte es, das Ende des Ganges zu erreichen, bevor das Licht ausging. Ironischerweise fiel es mir ein wie eine Glühbirne, die in einem Augenblick aufging. Mein Handy! Zwischen den altrumhaften Ereignissen und dem Adrenalin der Nacht war es mir irgendwie völlig entgangen. Ich kramte in meiner Tasche, nach dem Gerät und machte mir nicht mal die Mühe, es zu entsperren, als ich die Taschenlampe aktivierte. Schnell wählte ich den Notruf 911. Der Anruf klang, als würde ich ihn aus einem Tunnel 600 Fuß unter der Erde tätigen. Die Stimme des Disponenten war schwach und abgehakt. Ja, ich rufe aus dem Readymart an der Ecke North und Stony Creek an. Mein Kollege wird angegriffen und ich glaube, mein anderer wurde, ich konnte mich nicht dazu durchringen, getötet zu sagen, verletzt, wir brauchen sofort die Polizei. Sir, für online. Obwohl der Empfang hier nie der beste war, hatte ich noch nie eine derartige Störung erlebt und wusste sofort, dass es an dieser Sache lag. Ich war mir nicht mal ganz sicher, ob sie mich gehört hatte und obwohl ich wusste, dass man laut Protokoll in der Leitung bleiben sollte, konnte ich es mir nicht leisten, zu bleiben und zu reden, während diese Kreatur Chelsea hatte. Ich hing auf und ging den beiden hinterher. Der hintere Teil des Ladens war leer. Das Einzige, was am anderen Ende des Ladens zu sehen war, war das Milchregal, das ich eingelagert hatte. Darunter bildete sich eine Wasserpfütze. Mir fiel ein, dass ich nicht sicher war, wozu dieses Ding fähig war. Ich hatte schon gesehen und gehört, wie es Unmögliches tat und würde sicher eine körperliche Auseinandersetzung riskieren, wenn ich es verfolgte. Aber es war ja nicht so, dass wir einen Waffenladen betrieben. Die Auswahl an möglichen Waffen war begrenzt. Plötzlich kam mir eine Idee, die bestenfalls auf einer Logik beruhte, die man in Filmen und YouTube-Videos findet. Ich bewegte mich vorsichtig, das Herz klopfte in meinem Ohr, dann richtete ich mein Licht auf jeden der Gänge, an denen ich vorbeikam und blieb in einigen stehen, um zu holen, was ich brauchte. Als ich die Dose mit dem billigen Luftspray in meine Tasche schob, weil ich schon alles andere hatte, was ich brauchte, ertönte von irgendwoher ein gedämpfter Schrei. Chelsea? Matt? rief ich und ging wieder in den hinteren Teil des Ladens. Die Geräusche eines Kampfes von irgendwo in der Nähe ließen mein Ohr aufhorchen. Wo steckst du, du Penner? Ich bemühte mich, selbstbewusst aufzutreten, klang aber eher wütend und ängstlich als alles andere. Aus einem der Gänge neben mir bewegte sich etwas und ein leises Zischen drang durch die Dunkelheit. Es hörte sich nah an. Chelsea? rief ich. Ich fühlte mich wie ein Kind, das im Dunkeln von seinem Zimmer in die Küche läuft und die Welt um mich herum war plötzlich voller unsichtbarer Monster. Es gab nur noch ein paar Gänge. Chelsea und das, was sie in seiner Gewalt hatte, mussten in einem der drei nächsten Gänge sein. Mein Magen drehte sich bei dieser Erkenntnis um und das erstickende Gefühl, dass ich langsam eingeschlossen wurde, machte sich breit. Hey, David! Mein Herz klopfte schmerzhaft und ich fuhr fast aus der Haut, als ich mich umdrehte. Ich merkte erst, dass es Chelsea's Stimme war, nachdem sich der erste Schock gelegt hatte und die Erleichterung darüber, dass ich nicht einer schrecklichen Albtraum-Kreatur gegenüberstand, sofort überwog. Oh mein Gott, du hast mich zur Tode erschreckt, hauchte ich. Als ich das Licht auf das Ende des Ganges richtete, fiel es auf ihr Gesicht, das blass war und in der Schmerze fast spiegelte. Das musste wohl Schweiß sein. Sie lugte um das Ende des Regals herum, nur ihr Kopf war zu sehen, das Haar verfilzt und verknotet. Bist du o... Der Rest meiner Worte blieb mir in der plötzlichen Trockenheit meiner Kehle stecken. Ihr Lächeln war breit, fast karikaturhaft und die Erleichterung verflog, fast so schnell, wie sie gekommen war und wurde durch einen kalten, schweren Knoten des Grauens ersetzt. Ihr Lächeln, es, es stimmte nicht. Weder der Zusammenhang noch das Aussehen, es war ein bisschen zu breit auf ihrem Gesicht. Ihre Augen waren seltsam, Blut unterlaufen. Sie, sie taumelte, augenblicklich nach vorne. Als ob sie spürte, dass ihre Scharade durchbrochen wurde, stieß sie so etwas wie eine höllische Mischung aus dem Heulen einer Frau und dem Heulen eines Hundes aus, völlig unnatürlich. Ich hatte keine Zeit zu verlieren, als es mit blendender Geschwindigkeit den Gang überquerte, die Hände ausgestreckt und den bestialischen Klauen endend. Ich hob die Spraydose an, steckte mein Handy in die Tasche, griff nach dem Feuerzeug, das ich immer bei mir trug und machte es an. In diesen Sekunden war ich in Dunkelheit getaucht. Nur die Geräusche des herannahenden Albtraums begrüßten mich. Lieber Gott, lass das funktionieren. Ich drückte auf den Knopf, als ich spürte, wie die kalten Spitzen seiner Krallen meine Haut streiften. Eine Flamme schoss hervor. Die Hitze war so intensiv, dass ich fast stehen blieb. Ich blieb jedoch nicht stehen, als sein wütender Schrei in ein trockenes Kreischen überging und das Ding zurückwich, wobei es die Hände vor das Gesicht schlug. Sein Kopf stand in Flammen und die Laute, die es von sich gab, wurden immer angestrengter und luftiger, während das Feuer es innerlich zerfraß. Es schüttelte seinen Kopf wie ein verwundetes Tier, so heftig, dass es gegen die Regale auf beiden Seiten knallte, während es sich an seiner glühenden Haut kratzte und kratzte. Ich hätte weitermachen sollen, hätte das Ding von Kopf bis Fuß anzünden sollen, aber der grausige Anblick ließ mich in Ehrfurcht erstarren. Der Geruch, der bereits der von sterbenden Dingen war, wurde scharf und warm und überzog meine Nase und Kehle. Als es zu einer einzigen Flamme verglühte und dann ein schwaches Zischen ertönte, herrschte eine angespannte Stille. Das Licht ging mit einem Knall wieder an und ließ mich zusammenzucken. Das Ding starrte mich an. Eines seiner Augen war ein ruiniertes Durcheinander in seiner hängenden Fassung, während sein Gesicht zu schmelzen und sich zu schälen begann, wie eine Dali-Darstellung eines Menschen, das andere glitzerte vor Schmerz und Hass. Das Gesicht, die schmelzende Verspottung von Chelsea's Gesicht, hing mit einem surrealen, malerischen Effekt herab. Es fällt mir immer noch schwer zu beschreiben, was sich darunter verbarg. Es sah aus wie die realistische Darstellung einer Kinderzeichnung eines menschlichen Gesichts, eine Nase, die nur aus zwei kleinen Löchern bestand, die Augen zwei kleine Punkte in einem geschwollenen, geriffelten Schädel, der an einen Kürbis erinnerte, und doch zog sich ein Lächeln über seine verkohlten Züge zur Hälfte mit seinem eigenen kleinen Mund, zur anderen mit dem, was von seiner Vater Morgana übrig geblieben war. Oh Gott, stotterte ich und sprühte eine weitere Flamme in seine Richtung. Es zischte, machte aber keinen Schritt vorwärts. Ich hörte ein Stöhnen aus dem Gang neben uns. Sein einzelnes Auge huschte zur Seite und er neigte den Kopf nach rechts, um etwas zu hören, was ich nicht hören konnte. Es zitterte und plapperte wütend, bevor es das sagte, was ich für seine letzten Worte an mich hielt. Brauche David, gehe und finde dich, David. Es hatte Mühe, die Worte zusammenzusetzen. Und damit huschte es davon, verschwand durch die Gänge in Richtung Ausgang und ließ mich vor Entsetzen und Unglauben erstarren. Das Geräusch von Dingen, die im Gang neben mir zu Boden fielen, ließ mein Herz höher schlagen und erinnerte mich an Chelsea. Ich eilte hinüber, meinen improvisierten Flammenwerfer immer noch in der Hand, als ich um das Regal herumging. Sie lag auf einem Haufen auf dem Boden, zusammengerollt in einer halbfetalen Position. Die anfängliche Angst in ihren Augen wich der Erkenntnis, als sie mich sah, und sie kam eilig auf die Beine und stürmte vorwärts. Kratzspuren zierten ihr Gesicht und sie zitterte wild, aber ansonsten schien es ihr gut zu gehen. Matt, ich muss Matt suchen, sagte sie und eilte an mir vorbei zur Hintertür bei den Müllcontainern. Ich folgte ihr und wir eilten durch den kleinen Lagerraum und aus dem hinteren Teil des Ladens hinaus. Zuerst sah ich nichts, aber dann schrie Chelsea und eilte zu dem Müllcontainer hinüber, wo ich ein paar Beine sah. Matt, Matt, steh auf! Mein Herz setzte aus, als ich ihn sah. Die Panik in ihrer Stimme und seine völlige Stille, so wie sein Aussehen, ließen mich das Schlimmste vermuten. Sein Gesicht war vernarbt, tiefe Furchen zogen sich durch die Hälfte davon, als wäre er zerfleischt worden. Seltsame Narben zierten seine sichtbare Haut. Mein Herz sank. In der Ferne heulte eine herannahende Sirene. Matthew hustete. Verdammt, er lebt! Chelsea tat ihr Bestes, um sich nicht von der Panik überwältigen zu lassen und hyperventilierte noch immer, als Matt langsam die Augen aufschlug. Dunkles Blut spritzte aus seinem Mund, als er seine Worte lallte. Seine Augen schienen auf mich gerichtet zu sein. Die Sirenen kamen immer näher. Psst, alles in Ordnung, alles in Ordnung, warte einfach auf den Krankenwagen. Er hustete wieder. Da ist ein Mann, ihr müsst, alles in Ordnung, uns geht es gut, er ist weg. Ich hörte leise Gespräche aus dem Laden. Das Martinshorn von vorne kam zum Stillstand. Der Schein der Beleuchtung der Polizeiautos erhellte die Nacht. Der Rest der Nacht verging wie im Fluge. Wir alle sprachen mit der Polizei und schilderten die Ereignisse des Abends, wobei wir trotz der Verrücktheit des Ganzen und der Blicke, die es uns einbrachte, nichts ausließen. Die Überwachungsvideos waren ein Reinfall. Die Kameras und die dazugehörigen Computer waren alle irgendwie kaputt, als der Strom ausfiel. Ein zufälliger Stromstoß, sagt die Polizei. Ich weiß es besser. Matthew verweigerte die medizinische Notversorgung mit der Begründung, dass er nicht versichert sei und Chelsea folgte seinem Beispiel, so, dass nach einigen Stunden der Befragung die Polizei und die Sanitäter das Gelände verlassen hatten. Der Laden war für den Rest der Nacht geschlossen, aber da nach einem dürftigen Telefonat mit dem Manager, in dem er sich für unser Trauma entschuldigte und eine vorübergehende Erhöhung der Sozialleistungen anbot, nicht viel kaputt gegangen war, galt die Angelegenheit als erledigt. Sorgen Sie den anderen beiden auch Bescheid, wenn Sie sie sehen, ich bekomme sie irgendwie nicht ans Telefon, sagte er mir und die stimmte zu, zu müde, um etwas anderes zu tun. Trotz allem kehrte ich am nächsten Tag zur Arbeit zurück. Mit Traumata und rührseligen Geschichten, egal wie vernünftig, lässt sich schließlich keine Miete zahlen und mit Mitarbeiterrabatt auch nicht. Ich wollte versuchen, die Ereignisse der Nacht aus meinem Gedächtnis zu löschen und so zu tun, als ob nichts davon je geschehen wäre, aber die jüngsten Ereignisse haben das unmöglich gemacht. Ich dachte den Rest der Woche nicht mehr an Matthews und Chelseas Abwesenheit. Sicher, ich fand es seltsam, dass keiner meiner Anrufe bei den beiden beantwortet wurde, aber wir alle verarbeiteten Traumata unterschiedlich. Gestern Abend jedoch, fast eine Woche nach der Tortur, erhielt ich einen Anruf, der dazu geführt hat, dass ich mich nicht mehr sicher fühle, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich fühle mich ganz und gar nicht sicher. Mein Vorgesetzter rief mich vor meiner letzten Schicht an und und der Tonfall in seiner Stimme ließ meinen Magen sofort vor einer seltsamen Art von Beklemmung knistern. Die Polizei möchte mit Chelsea sprechen, falls sie etwas von ihr gehört haben. Jemand hat eine Leiche im Sumpf in der Nähe des Ladens gefunden. Es tut mir leid, ich weiß, dass ihr euch nahe gestanden habt, aber es war Mads Leiche. Ich fühlte mich kalt und hohl, als ob jedes Gramm Blut in meinen Adern zu einem eisigen Nebel verdampft war. Sie sagen, er liegt dort seit etwa einer Woche. Ich glaube, sie vermuten, dass sie etwas damit zu tun hat. Sie hat ihn wohl dahin gebracht, ich weiß auch nicht. Wie auch immer, du kannst dir eine Auszeit nehmen, wenn du willst. Als der Anruf endete, saß ich wie erstarrt mit dem Telefon am Ohr und ließ das Freizeichen ertönen, während meine Gedanken rasten und seine Worte in meinem Kopf mit gewaltiger Wirkung wiederhalten. Er war seit etwa einer Woche dort? Ich hatte Matt in dieser Nacht gesehen, wir beide hatten ihn gesehen, ich hatte ihn und Chelsea in jener Nacht wegfahren sehen, ich hatte wie ein Flashback spielte mein Verstand das Bild dieses Dings in Chelseas Gestalt ab, das mich anstarrte. Bei dem Müllcontainer hatte ich nur etwas gesehen, das wie Matt aussah, und zwar eine ziemlich entstellte Version von ihm. Mein Herz pumpte panisch durch mich, als sich schreckliche Verbindungen zu bilden begann. Plötzlich ergab Chelseas und Matthews völlige Funkstille einen schrecklichen Sinn. Und diese Bedrohung hatte ein neues Gesicht. Ich glaube, Chelsea ist inzwischen tot, leider. Matthew auch. Ich glaube nicht, dass ich für eine Weile zur Arbeit zurückkehren werde, wenn überhaupt. Die Paranoia ist überwältigend geworden. Ich sehe Monster in jedem Schatten, höre den nahenden Tod im Knarren jeder Bodendiele. Verdammt! Selbst während ich dies in meinem Zimmer aufnehme, neben dem Fenster, durch das die späte Nachtbrise weht, habe ich das Gefühl, den schwachen, aber zunehmenden Geruch von Fäulnis zu riechen. Gott steh mir bei. Ich arbeite in einem Labor. Wir untersuchen das Böse. Von Autor David Stelzl. Mein Name ist Sarah Morgan. Ich arbeite für ein Labor, das übernatürliche Phänomene auf einer mysteriösen Insel namens Havens Rock untersucht. Dies ist die Geschichte, wie ich einem satanischen Kult begegnet bin. Hallo Albtraumarmee, bevor es losgeht, ganz ganz kurz noch ein kleiner Hinweis von mir. Erstmal danke für die vielen Kommentare und eure Unterstützung. Dann würde ich euch bitten, vielleicht noch ein Like, ein Abo und einen kurzen Kommentar Hätte 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 wissen wissen müssen, dass es kein gewöhnliches wissenschaftliches Labor war. Ich wurde persönlich angesprochen, kurz nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte. Der Job war weder im Internet noch sonst wo ausgeschrieben. Auch das Labor hatte keine Website und niemand, den ich kannte, hatte je davon gehört. Trotzdem musste ich nicht lange überlegen, bevor ich zustimmte. Als Parapsychologin hat man nicht viele Optionen. Meine Familie hatte mich ausgelacht, als ich mich für das Studium des Übernatürlichen anmeldete. Ich würde nie im Leben einen Job finden und meine Zeit verschwenden, hatten sie gesagt. So konnte ich ihnen das Gegenteil beweisen. Ich hatte zwei Tage nach meinem Abschluss einen festen Job. Eine kostenlose Wohnung nahe der Arbeitsstätte und ein mehr als üppiges Gehalt. Als ich nach Havens Rock kam und im Labor anfing, war alles wie im Traum. Meine Kollegen waren nett, die Arbeitszeiten waren angenehm und ich konnte tatsächlich hautnah das Übernatürliche untersuchen, das ich so lange studiert hatte. Schnell freundete ich mich mit Michael, Ranjit und Sabrina an. Doch heute, elf Monate später, arbeitete keiner mehr von ihnen hier im Labor. Alle hätten angeblich kurzfristig gekündigt und die Insel ohne Verabschiedung verlassen. Das Seltsame war, dass keiner von ihnen vorher seinen Spind ausgeräumt hatte. Dort hinterließen sie nicht nur Wertsachen, sondern auch Fotos ihrer Familie oder ähnliches. Doch das war noch nicht alles. Zwei Kollegen, die verheiratet waren, Tina und Jacob, hatten ihre Tochter verloren. Laut Polizeibericht wurde sie von einer unbekannten Frau entführt. Wir wussten es besser. Die Frau war uns nicht unbekannt. Sie war ein wütender Geist namens Mary. Der Spiegel, in welchen sie die Tochter der beiden entführte, steht nun auch bei uns im Labor. Bisher haben wir es jedoch nicht geschafft, sie daraus zu locken. Der Spiegel ist nicht das einzige übernatürliche Objekt bei uns im Labor. Wir haben noch hunderte andere. Ein verfluchtes Gemälde, ein Kinderbuch, das Seelen fängt und ein dämonisches Zigaretten Etui sind nur ein paar davon. Ich wollte das zwar immer, aber jetzt diese ganzen Dinge nicht nur in der Theorie zu studieren, sondern direkt zu beobachten, war anders. Am meisten Angst machte mir das Zigaretten Etui. Es hatte etlichen Serienmördern gehört, die auf Havens Rock gelebt hatten. Soweit wir wussten, wurde es in der Hölle geschmiedet und schenkte einem Glück, solange man mordete. Hörte man jedoch damit auf, verlor man sein Leben und seine Seele an das Etui. Die Werte, die wir mit unseren speziellen Geräten täglich maßen, ergaben keinen Sinn. Dieses Ding war sicher kein Zigaretten Etui. Ich fragte mich auch gelegentlich, wie das Labor sich finanzierte. Wir publizierten schließlich nichts. Niemand wusste, was wir hier taten, also kam auch kein Geld rein. Ich hatte den Verdacht, dass hinter den Kulissen etwas vorging und nahm mir vor, herauszufinden, was es war. Ab und zu trafen wir uns in Jerry's Büro zu Besprechungen. Dort hatte er einen kleinen Aktenschrank, aus dem er sich Notizen holte, bevor er uns Anweisungen gab und uns Fragen stellte. Dort wollte ich als erstes nachsehen. Ich wusste ja, dass sein Büro nicht verschlossen war und huschte hinein, während er beim Mittagstisch in Bailens Fischerhütte saß. Er liebte den Backfisch dort einfach. Bei seinem Aktenschrank hatte ich leider weniger Glück, der war nämlich verschlossen. Da Jerry nicht der kreativste war, gab ich jedoch nicht auf und fand den Schlüssel unter seiner Schreibtischunterlage. Ich öffnete den Aktenschrank und fand nur einige lose Notizen. Da ich nicht Gefahr laufen wollte, erwischt zu werden, überflog ich sie schnell. Mehr war auch nicht nötig, denn es war klar, worum es den anonymen Geldgebern meines Arbeitgebers ging. Waffen und Soldaten. Natürlich, was auch sonst. Wir Menschen mussten einfach ständig Kriege führen. Es war einfach furchtbar. Anscheinend sollten wir rauskriegen, wie man die Artefakte als Waffe nutzen konnte. Doch es ging nicht nur um Artefakte als Waffen, es ging auch um Soldaten, die sich im Abschnitt 6 in der untersten Etage des Labors befanden. Wurde dort wirklich an Menschen experimentiert? Falls ja, musste ich es herausfinden und den Behörden melden. Schnell steckte ich Platz zurück. Dort überlegte ich mir, wie ich weiter vorgehen sollte. Im untersten Stockwerk war ich bisher noch nicht und wusste auch nicht, was mich dort erwartete. Doch das stimmte nicht ganz. Das Gemälde, an dem ich gearbeitet hatte, wurde vor kurzem nach dort unten verlegt. Dann hätte ich schon mal eine Ausrede, was ich dort suchte, falls mich jemand danach fragte. Am nächsten Tag nahm ich ein Tablet und ein EMF-Gerät, stieg in den Aufzug und drückte die Taste U6. Als die Aufzugtüren sich öffneten, fing mein Herz an, schneller zu pochen und die schwitzte ein wenig. Was ich die unterste Etage war viel kleiner als die anderen und außer dem Gemälde konnte ich nur noch zwei weitere Testobjekte erkennen. Zwei Kollegen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, kamen auf mich zu und ich tat so, als würde ich die elektromagnetischen Felder des Gemäldes messen. Der weinende alte Mann auf dem Gemälde schien mich anzuflehen, ihm dieses Gemälde eigentlich war. Die beiden Wissenschaftler grüßten mich, gingen an mir vorbei und blieben vor einer Türe stehen. Erst jetzt sah ich, dass dort ein Tastenfeld angebracht war, wo man einen Code eingeben musste. Natürlich, der wirklich geheime Bereich war abgeriegelt. Ich schielte hinüber und konnte erkennen, dass einer der beiden dreimal auf dieselbe Taste drückte, ungefähr in der Mitte des Tastenfeldes. Also, konnte es nur dreimal die vier, die fünf oder die sechs sein? Die Türe öffnete sich und die beiden verschwanden in einem langen Korridor. Konnte es wirklich so einfach sein? Das ergab doch keinen Sinn. Oder sollte es so sein? Sollten ich und andere diesen Bereich finden und Zugang erlangen? Bevor ich den Gedanken zu Ende führen konnte, stand ich bereits am Tastenfeld und erschrak etwas. Ich wurde von etwas angezogen, was sich hinter dieser Türe verbarg. Dreimal drückte ich auf die sechs und die Türe öffnete sich mit einem Klicken. Ich war drin. In diesem Korridor war es dunkler als in denen, die ich gewohnt war. Und schon kurz nachdem ich eintrat, sollte ich erfahren, wieso. Links und rechts vom Gang gab es kleine Glaszellen, in denen die Testobjekte gefangen waren. Ich hatte mich jedoch geirrt. Wir experimentierten hier unten nicht mit Menschen. Es war noch viel schlimmer. Zu meiner Rechten stand in Großbuchstaben Objekt X001 Vampir auf dem Glas. Ein bleicher Mann mit langen Haaren saß auf einem Stuhl und schaute mich an. Seine Reißzähne ließen keinen Zweifel daran, dass der Begriff Vampir bei ihm nicht zu Unrecht verwendet wurde. Doch er war nur einer von vielen. Ein menschenähnlicher Wolf und eine widerwärtige schleimige Bestie namens Ghoul waren die furchterregendsten der potenziellen Soldaten. Eigentlich hatte ich genug gesehen und konnte wieder gehen. Doch was würde ich jetzt machen? Sollte ich der Polizei sagen, dass wir hier einen Vampir gefangen hielten? Die würden mich doch auslachen. Trotzdem sollte ich nicht länger hierbleiben, sonst würde ich entdeckt werden. Doch irgendwie wollte ich nicht gehen. Oder konnte ich nicht? Denn es gab noch eine letzte Sache hier unten zu entdecken. Eine Sache, die ich unbedingt sehen musste. Am Ende des Korridors war eine Türe zu einem weiteren Raum. Dieser war jedoch nicht aus Glas. Ich öffnete sie und trat hinein in die Dunkelheit. Oder war es Licht? Wo war ich jetzt? War ich noch auf Havens Rock? Langsam konnte ich wieder klar denken und befand mich in einem hellen Raum wieder. Hier gab es nichts außer einem Tisch und einem Stuhl. Auf dem Tisch lag ein Buch. Ein wunderschönes altes Buch. Ohne dass ich mich dagegen wehren konnte, setzte ich mich an den Tisch und nahm das verlockende Buch in die Hand. Der Einband schien aus purem Gold zu sein und war mit roten Diamanten besetzt. Intuitiv schlug ich eine Seite auf, denn es war die Seite, die ich aufschlagen musste. Die Zeichen, die ich dort sah, konnte ich nicht lesen. Sie ergaben keinen Sinn. Sie waren anders als alles, was ich je zuvor gesehen hatte. Was auch immer das für eine Sprache war, meine Augen konnten sie nicht lesen, mein Verstand konnte sie nicht lesen. Tief in mir wusste ich, dass diese Zeichen nicht dafür bestimmt waren, von Menschen gelesen zu werden. Doch etwas anderes in mir wollte sie lesen und konnte es vielleicht auch. War es meine Seele? Irgendwie gelang es mir, mich zu beherrschen. Ich klappte das Buch wieder zu und verließ den Raum. Im Aufzug blickte ich auf mein Smartphone und war verblüfft. Es war bereits 21 Uhr. Anscheinend hatte ich dort unten mehr als sieben Stunden verbracht. Auf dem Weg zur Umkleide wurde ich von einem Vorgesetzten für meine Bereitschaft zu Überstunden gelobt. Wenn der wüsste, was ich eigentlich in der Zeit gemacht hatte. Oder wusste er es schon. Ausgelaugt und hundemüde spazierte ich nach Hause. In dieser Nacht hatte ich seltsame Albträume, an die ich mich jedoch am nächsten Morgen nicht erinnern konnte. Eigentlich hatte ich vorgehabt, mir auf der Arbeit zu überlegen, wie ich die Experimente beweisen und anzeigen konnte, doch das tat ich nicht. Meine Gedanken kreisten einzig und allein um das Buch. Das wundervolle, dunkle Buch. Es brauchte mich. Und ich brauchte es auch. Was wohl darin stand? Das Bimmeln des Aufzugs, als er im Stockwerk U6 ankam, riss mich aus meinen Gedanken. Wie war ich hierher gekommen? Na ja, wenn ich schon mal hier war, könnte ich ja dem Buch noch einen Besuch abstatten. Ich ging zum Tastenfeld an der Tür und gab die 666 ein. Dabei wurde ich von einem Kollegen gegrüßt, den ich bisher auch nicht kannte. Er schien kein Problem damit zu haben, dass ich in den gesperrten Abschnitt ging. Heute beachtete ich weder den Vampir noch die anderen Geschöpfe der Finsternis. Zielstrebig ging ich durch die Türe, wandelte durch die finstere Dimension und setzte mich dann an den Tisch. Endlich war ich wieder da. Erneut schlug ich exakt dieselbe Seite auf wie gestern und meine Seele versuchte mit aller Macht zu verstehen, was dort in einer alten, in einer bösen Sprache geschrieben stand. In meinem Kopf sah ich die Zeichen, aber ich sah auch andere Dinge. Ich sah Feuer, ein unendlich großes, ewig brennendes Feuer. Und auch er war da, in einem Gefängnis aus Licht. Er war wunderschön und abstoßend zugleich. Er musste befreit werden, das wusste ich jetzt. Die Zeichen sagten mir, dass es Siegel waren, die brechen mussten, 66 davon, und auf dieser Seite ging es um das 63. Die Siegel mussten brechen, um ihn zu befreien. Den Teufel! Erschrocken klappte ich das Buch zu und fiel vom Stuhl. Ich war so müde und mein Hals schmerzte, ich brauchte dringend Wasser. Mit dem Aufzug fuhr ich nach oben und trank mindestens einen Liter aus dem Wasserhahn im Bad. Laut meinem Smartphone war es erst 14 Uhr. Ich war also nur eine Stunde weg, aber das konnte doch nicht sein. Es war 14 Uhr am Mittwoch, doch ich war dienstags hinunter zum Buch gegangen. Ich war einen ganzen Tag lang dort unten und hatte gelesen. Als ich aus dem Bad kam, traf ich auf Jerry, der mir nur respektvoll zunickte. Ich war so erschöpft, dass ich direkt nach Hause ging. Dort schlief ich auch umgehend ein und träumte vom Feuer, das ich gesehen hatte. Die Seelen, die dort im Feuer brannten, schrien furchtbar in ihrer ewigen Qual. Auch ihn sah ich wieder in seinem Käfig aus Licht, den Teufel. Ich wollte nur weg von ihm, doch er sprach zu mir. Er sei nicht der Teufel, sagte er, sondern ein Engel. Doch selbst als mächtiger Engel konnte er sich nicht aus dieser Hölle befreien und brauchte dafür meine Hilfe. Es wäre etwas Gutes, einem Engel zu helfen, sagte er. Ja, er hatte Recht. Ein Engel war immerhin ein himmlisches Wesen. Wenn ein solches meine Hilfe brauchte, durfte ich sie nicht ablehnen. Sonst würde ich vielleicht auch an den Ort kommen, an dem die Seelen der Sünder auf ewig brannten. Das durfte nicht sein. Meine Eltern sollten endlich stolz auf mich sein. Wenn ich einem Engel helfen würde, würde das vielleicht ihre Meinung über meinen Beruf ändern. Als ich aus diesem wirren Traum aufwachte, saß ich erneut in dem hellen Raum mit dem alten Buch. Es machte mir gar nichts mehr aus, dass ich nicht wusste, wie ich hierher gekommen war. Das war auch völlig nebensächlich. Einzig und allein das Buch und der arme Engel im Käfig waren wichtig. Ich schlug erneut die Seite auf, die ich schon in den letzten Tagen gelesen hatte und ließ die alten Schriftzeichen in meine Seele eindringen. Inzwischen ging es viel einfacher. Was ich da tat, konnte man jetzt wirklich schon fast als Lesen bezeichnen. Die Zeichen waren klarer und ich spürte ihre Bedeutung in meiner Seele. Das dreihunsächtigste Siegel, wie konnte man es brechen? Es ging um ein Monster. Ich glaube sogar um eines, das ich kannte. Es musste fressen, aber was? Das Monster wurde hier bezeichnet als Leichenfresser. Damit war wohl der Ghul gemeint. Doch was musste er fressen, um das Siegel zu brechen? Ich musste mich anstrengen, musste dem Engel helfen. Und das dreihundsechzigste Siegel wird brechen, wenn der dunkle Leichenfresser einen anderen Leichenfresser frisst und dabei sein eigenes Leben gibt. Das war's. Ich habe es gelesen. Es bedeutete wohl, dass der Ghul einen weiteren, lebenden Ghul fressen musste. Das würde ihn selbst umbringen, denn Ghuls vertrugen es nicht, wenn sie etwas anderes außer Leichen fraßen. Erneut erschrak ich mich über mich selbst. Was hatte ich getan? Ich war dabei, dem Teufel zu helfen, aus seinem Gefängnis zu entkommen. Das konnte ich nicht tun. Und ich konnte auch nicht zulassen, dass jemand anderes es tat. Ich musste das Buch im Meer versenken. Ich wollte mit dem Buch in der Hand aufstehen, doch ich stürzte vom Stuhl. Mir war schwindelig, und mein Hals tat wieder so weh. Ich fasste in meine Hosentasche, die sich irgendwie sehr nass anfühlte, und zog mein Handy heraus. Der Akku war leer, und es stürzte ab, als der Bildschirm anging. Wie lange war ich diesmal an diesem Tisch gesessen? Mehr als ein paar Stunden? Gar mehr als ein Tag? Was war mit mir geschehen? Das Buch und der Teufel hatten völlig Besitz von mir ergriffen. Aber damit war jetzt Schluss. Mit letzter Kraft zog ich mich am Stuhl hoch und traute meinen Augen nicht. Wie lange standen diese Leute schon hier? Um mich herum standen sechs Männer in roten Kapuzen Gewändern, deren Gesichter ich nicht erkennen konnte. Jerry war auch hier. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Sarah. Du hast schneller als alle anderen gelernt, wie man das Buch liest, sagte Jerry. Schneller als alle anderen? Jetzt verstand ich. Ranjit, Sabrina, Michael und all die anderen, sie hatten auch das Buch gelesen. Sie hatten es so lang gelesen, bis sie nicht mehr konnten. Sie hatten es so lang gelesen, bis sie starben. und dann brauchte das Buch einen neuen Leser. Es hatte sich mich ausgesucht. Mach dir keine Gedanken, Sarah. Unsere werten Geldgeber sind begeistert von dir und deiner Arbeit. Sie wissen wirklich zu schätzen, was du für ihr Projekt tust. Hab keine Angst und nutze deine Gabe. Tu, was du für richtig hältst. Hilf dem Engel, aus seinem Käfig Zern kommen und du wirst dafür belohnt werden. Sag uns, was du über das 63. Siegel gelesen hast, Sarah, sagte er. Ja, ja, ich würde belohnt werden. Alles würde gut werden. Ich sagte ihnen, wie man das Siegel brach und dann las ich weiter. Wir sind bald fertig und ich weiß, dass ich dafür im ewigen Feuer brennen werde. Nächster Teil der Havens Rock Geschichten Das verfluchte Gemälde von Autor David Stelzel. Es war so einsam in dem großen Anwesen, dass ich mir endlich wieder Gesellschaft wünschte. Schon bald sollte ich Gesellschaft bekommen, doch es war nicht die Art, die ich mir wünschte. Mein Name ist Theo van Caster Ich bin 81 Jahre alt und wohne schon mein ganzes Leben auf Havens Rock. Dies ist die Geschichte, wie einfach fluchtes Gemälde mein Leben veränderte. Es war jetzt zwei Monate her, dass Eliza von uns gegangen ist. Eliza war für ganze 61 Jahre meine Frau. Wir waren beide über 80 und es war uns natürlich klar, dass keiner von uns ewig leben würde. Doch trotzdem traf mich ihr Tod so unerwartet. Als wir bemerkten, dass ihre linke Gesichtshälfte etwas seltsam aussah und sie nicht mehr richtig sprechen konnte, fuhren wir sofort ins Krankenhaus. Dort sagte man uns schnell, dass sie einen kleinen Schlaganfall hatte, doch dass es ihr dafür gut ginge. Bevor sie irgendwelche Maßnahmen einleiten konnten, kam der zweite Schlaganfall und der war nicht klein. Obwohl wir im Krankenhaus waren und die Ärzte schnell handelten, konnten sie nichts mehr für meine Frau tun. Sie starb noch am selben Tag. Die Frau, mit der ich fast mein ganzes Leben verbracht hatte, war nun fort. Ich wollte ihr noch so viel sagen, noch so viel mit ihr erleben, noch einmal mit ihr frühstücken, doch schon in der Woche nach ihrer Beerdigung ging ich zum Arzt und ließ mich von oben bis unten durch checken. Nicht aus Angst, ich könnte auch einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt bekommen, nein, ich hatte die Hoffnung, dass meine Blutgefäße auch nicht mehr die besten waren und mir schon bald das gleiche drohte. Doch so viel Glück hatte ich nicht. Ich war kerngesund. Meine Gefäße, meine Organe und doch alles andere war in bester Verfassung. Mir blühte noch ein langes, langes Leben, ein Leben in Einsamkeit und Trauer. Ich ging jeden Tag zum Grab meiner lieben Elisa, denn ich wusste anfangs nicht, was ich sonst tun sollte. Wir hatten sonst jeden Tag zusammen verbracht, über ein halbes Jahrhundert lang. Es dauerte viele Wochen, bis ich mich dazu entschied, das Beste draus zu machen. Wenn ich schon ohne sie leben musste, konnte ich zumindest mein Bestes tun, um sie zu ehren. Zwei Dinge hatte genauso sehr geliebt wie mich, ihren Rosengarten und die Kunst. Da wir glücklicherweise über ein großes Vermögen verfügen konnten, hatte sie auch eine beachtliche Sammlung an Gemälden zusammen getragen. Ich kannte mich nicht sonderlich gut aus, doch sie schwärmte ständig von den Künstlern und ihren Werken. Besonders gefielen ihr die alten Werke von lokalen Künstlern. Es gab viele Maler auf Havens besaß meine Elisa mindestens ein Bild. Da ich zu große Rückenschmerzen hatte, um mich um den Garten zu kümmern, beschloss ich, ihre Sammlung an Gemälden zu pflegen und auszuweiten. Ich wünschte, ich hatte gewusst, was ich da für einen furchtbaren Fehler begehe. Der Kunstmarkt in der Stadthalle war die perfekte Gelegenheit, um etwas für die Sammlung meiner Liebsten zu ergattern. Dort präsentierten auch vor allem junge Künstler aus Havens Rock ihre Werke und hofften auf den großen Durchbruch. Als ich Samstag früh dort ankam, war ich mir sicher, dass es eine gute Entscheidung war. Es war ein sonniger Tag und hier wimmelte es nur so von anderen Menschen. Ich war nicht mehr allein. Das war ein schönes Gefühl. Ich sah auch einige bekannte Gesichter. Joe Clark der Antiquitätenhändler, Maurice Gray unseren Bürgermeister und die nette Marie Claire aus der Bibliothek. Sie sprach mir ihr Beileid aus und hielt mir noch einen kurzen Vortrag über Gott und den Himmel. Ich fragte mich, ob sie früher mal eine Nonne war, denn ihr Wissen über die Bibel suchte seines gleichen. Nach dem Gespräch mit ihr konzentrierte ich mich habe viele Porträts, Landschaften und Szenen. Ich kannte mich jedoch nicht gut aus und wusste nicht, wie man die verschiedenen Stile nannte. Ganz am Ende der Halle fand ich ein Gemälde, das sofort meine Aufmerksamkeit erregte. Darauf zu sehen war ein altes Schloss, auf dessen Treppen eine Familie posierte. Sie blickten alle zur Seite, so als wäre dort jemand zu sehen, doch es war zweifelsohne von einer sehr geschickten Hand gezeichnet wurden, doch irgendwie erzeugte es bei mir eine Gänsehaut. Aber vielleicht sollten richtig gute Gemälde ja genau das tun. Sie sollten doch Emotionen erzeugen und Furcht war immerhin eine. Dazu fand ich traurig, dass das Bild ganz alleine am Ende der Halle hing, ohne dass es jemand beachtete. Und so beschloss ich, es für meine Elisa zu kaufen. Der Kurator der Ausstellung freute sich über meine Absicht etwas zu kaufen, war jedoch etwas überfragt, was die Herkunft des Bildes anging. Er war sich sicher, dass es von einem lokalen Künstler stammte, doch er wusste nicht von welchem. Als er den Preis des Bildes in den Unterlagen ermitteln wollte, war er überrascht. Er fand nur einen Zettel auf dem Stand. Er solle das Bild demjenigen überlassen, der sich als erstes dafür interessiert. Das war's. Das Bild würde mich keinen Cent kosten. Das alles war schon etwas seltsam, doch vielleicht war das bei manchen Künstlern so üblich, ich kannte mich immerhin nicht aus. So nahm ich das Bild mit nach Hause und spendete eine Summe von 5000 Dollar an die Initiative für junge Künstler, die hinter der Ausstellung auf dem Kunstmarkt stand. Zuhause angekommen, musste ich gar nicht lange überlegen, wo ich das Gemälde aufhängen würde. Es kam in den Flur im ersten Stock unseres großen Hauses, in dem auch unser Schlafzimmer war. Dort war noch ein wundervoller Platz frei. Vorsichtig, holte ich es aus der sorgfältigen Verpackung und hing es auf. Es sah gut an seinem neuen Platz aus. Elisa wäre stolz auf mich. Aber Moment mal, war es sicher das Gemälde, welches ich in der Halle gesehen hatte? Eigentlich war ich mir sicher, dass die Familie, die auf der Treppe posierte, zur Seite geschaut hatte. Jetzt blickte sie nach vorne, direkt in meine Augen. Wieder bekam ich eine Gänsehaut. Kann es sein, dass irgendetwas mit diesem Gemälde nicht stimmte? Wahrscheinlicher war es, dass meine alten Augen müde waren und mir einen Streich spielten. Ein Gemälde war ja schließlich nicht lebendig. In der Nacht konnte ich nicht schlafen, denn ich grübelte mal wieder. Ich grübelte über den Tod. War es so, wie die Religion uns es sagte? Und es gab einen Himmel und eine Hölle? Oder gab es nichts? War der Tod das Ende der Existenz einer Person? Ich wusste es nicht und ich wusste auch nicht, was mit meiner lieben Elisa geschehen war. War sie nun im Himmel? Existierte sie als eine Form reiner Energie bei den Engeln? Wenn ich ehrlich war, glaubte ich nicht daran. Meiner Meinung nach beendete der Tod die Existenz eines Menschen. Ihr wundervoller Körper verrottete nun sechs Fuß unter der Erde. Immer wieder stellte ich mir vor, wie Würmer und Maden sie langsam auffraßen, nur um mich selbst zu quälen. Die Schritte, die ich plötzlich hörte, beachtete ich nicht weiter. Ich ging davon aus, dass ich mir diese ebenfalls einbildete, um mich zu quälen. Vielleicht sollten sie mir Hoffnung machen, dass meine Elisa weiterhin als Geist existierte und sie mich besuchte. Doch dann knarrten ein paar Dielen. Langsam wurden die Geräusche intensiver und rissen mich aus meiner Depression. Es war immerhin möglich, dass die Schritte und das Knarren von einem Einbrecher kamen oder etwas Schlimmeren. Mit einem unguten Gefühl in der Magengegend setzte ich mich auf, zog meine Hausschuhe an und schaute vorsichtig aus dem Schlafzimmer in den Flur. Dort war niemand und die Geräusche hörten augenblicklich auf. Zur Sicherheit ging ich ein paar Schritte hinaus und blickte in einige der anderen Zimmer, doch diese waren leer. Vielleicht hatte ich mir doch nur alles eingebildet. Als die Schlafzimmertür zugeschmettert wurde, bekam mich fast den Herzinfarkt, nachdem ich mich so sehnte. Was war das? Wind gab es nicht, alle Fenster waren geschlossen. Langsam schlich ich in Richtung der Türe, obwohl ich vor Angst zitterte, öffnete ich sie und konnte nicht glauben, was ich dort sah. Das Zimmer war leer. Nicht nur, dass niemand anwesend war, alle Möbel und auch mein Teppich waren verschwunden. Mein Schlafzimmer war vollkommen leer geräumt. Doch das war nicht möglich. Es gab keine Hintertür. Wo sollte all das Zeug in der Kürze der Zeit hin sein? Mein Bett, unsere Nachttische, der Schrank und sogar die Fotos an den Wänden fehlten. Ich wollte hineingehen und sie suchen. Da sah ich es. Eine Szenerie, die mein Verstand nicht verarbeiten konnte, mein Bett, inklusive Bettdecke und Kissen, mein Schrank und all das andere Zeug hing an der Decke. Gerade noch konnte ich mich retten, als alles herunterfiel. Ich hämmerte die Türe zu und fiel auf den Hintern. Was hatte ich da erlebt? Das war nicht möglich. Wie waren die Sachen an die Decke gelangt und wer war dafür verantwortlich? Um einen klaren Kopf zu kriegen, machte ich mir einen Kaffee. Dann wollte ich die Polizei rufen, ließ es aber bleiben. Was sollte ich denen sagen? Dass jemand mein Schlafzimmer umdekoriert hatte? Ich nahm all meinen Mut zusammen und ging zurück zum Schlafzimmer, um alles wieder dahin zu räumen, wo es hingehörte. Als ich die Türe öffnete, stand jedoch alles wieder an seinem Platz, so als wäre nichts gewesen. Zur Sicherheit schlief ich in dieser Nacht im Wohnzimmer. Am nächsten Morgen wollte ich nachsehen, wie es in meinem Schlafzimmer aussah, doch auf dem Weg dahin blieb ich stehen. Irgendetwas stimmte nicht. Ich nahm mir Zeit und sah mir das Gemälde an, welches ich gestern gekauft hatte. Die Familie auf der Treppe, sie grinste mich an. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass sie gelacht hatten. Wieso taten sie es plötzlich? Entweder meine Augen oder mein Verstand gab langsam den Geist auf. In den nächsten Tagen wurde es schlimmer. Gegenstände fielen nachts einfach um. Ich hörte weiter Schritte und Stimmen. Der einzige Ausweg schien mir ein Gebet zu sein. Dabei kam ich mir wie ein Heuchler vor. Sonst glaubte ich nicht an ihn und nun, wo ich Angst hatte und Gott brauchte, wandte ich mich an ihn. Ein paar Tage später besuchte ich Elisa auf dem Friedhof und erzählte ihr von den Geschehnissen. Ich erzählte ihr auch, wie einsam ich war und wie sehr ich mir Gesellschaft gewünscht hatte. Doch von Gesellschaft da fiel mir etwas ein, so als ob sie mich darauf aufmerksam machen wollte. Das Haus war groß und ich hatte genug Geld. Wieso besorgte ich mir nicht einfach etwas Gesellschaft? Wenn ich nicht mehr allein im Haus war, wäre die Atmosphäre dort sicher direkt weniger gruselig. Ich gab eine Annonce in der Havens Rock Times auf, in der ich eine Haushälterin oder einen Haushälter suchte. Es gab eine gute Bezahlung sowie Kost und Logis, also Verpflegung und Unterkunft. Kurz darauf bekam ich ein paar Bewerbungen nach Hause. Der Lebenslauf eines jungen Mannes imponierte mir besonders. Er war nicht nur gelernter Koch, sondern hatte auch vier Jahre lang als Gärtner auf dem Festland gejobbt. Dann konnte er sich auch um Elizas Rosengarten kümmern. Perfekt! Das Gespräch mit ihm verlief hervorragend und er nahm den Job an. Der Mann hatte nicht nur Talent in der Küche, sondern war auch sehr fleißig. Gleich an seinem ersten Tag kochte uns einen hervorragenden Eintopf und staubte alle Gemälde im Haus ab. Er war ein einfacher Kerl und verstand nicht viel von Kunst, aber das musste er auch nicht. Besonders das Gemälde, was ich auf dem Kunstmarkt gekauft hatte, hatte es ihm angetan. Als ich ihm erzählte, wie ich es erstanden hatte, starrte er einige Sekunden darauf, ohne mir zu antworten. Fast so, als wäre er hypnotisiert. Dann schüttelte er sich und sah irgendwie besorgt aus. Trotzdem setzte er ein Lächeln auf und arbeitete weiter. Was für ein Glücksgriff. Ich fühlte mich wirklich besser mit ihm im Haus und konnte am späten Abend sogar wunderbar einschlafen. Das hatte ich seit dem Tod von Elisa nicht mehr geschafft. Vielleicht lag es daran, dass mein Magen so voll war. Der Eintopf war wirklich gut. Einschlafen konnte ich zwar gut, durchschlafen jedoch nicht. Ich wachte auf, weil ich wieder die üblichen Geräusche hörte. Schritte, Knarren und ein leises Flüstern. Es hatte sich also nichts geändert. Vorsichtig und langsam ging ich zur Toilette. Mein Plan war es, Kramer, so hieß mein neuer Haushälter, mit der Spülung zu wecken, damit er auch die seltsamen Geräusche hörte. Ich wollte damit nicht mehr allein sein. Ich betätigte also die Spülung und wuhig mir schön lange die Hände, so wie es sich gehörte. Als ich danach wieder auf den Flur trat, war ich überrascht. Kramer war wach und stand auch auf dem Flur. Um genauer zu sein, stand er vor dem seltsamen Gemälde. Ich sprach ihn an, doch er reagierte nicht. Er stand nur da und starrte dem Gemälde direkt in dessen Seele. Irgendwie machte mir das Angst und ich ließ ihn allein. Vielleicht war er ein Schlafwandler. Ich hatte gehört, es war besser, sie nicht zu wecken. Am nächsten Tag ging ich relativ spät herunter ins Esszimmer, um mein Frühstück einzunehmen. Schlecht war nur, dass es kein Frühstück gab. Kramer lag wohl noch in seinem Bett. Naja, vielleicht war er übermüdet vom Schlafwandeln. So machte ich mir selbst Frühstück, wurde aber etwas unruhig, als es schon elf Uhr vormittags war. Ich ging hinauf in den ersten Stock und klopfte an seiner Zimmertür, doch niemand gab eine Antwort. Da ich mir langsam Sorgen um ihn machte, trat ich ein. Sein Bett war gemacht und niemand lag darin. Sein Koffer stand noch neben dem Schrank und war nicht ausgeräumt. Kramer war nirgends zu sehen. Er war auch nicht im Bad, nirgendwo sonst im Haus und auch nicht im Garten. Es war, als wäre er vom Erdboden verschluckt oder von etwas anderem. Am nächsten Tag meldete ich sein Verschwinden der Polizei. Zwei Beamten kamen daraufhin vorbei und fragten mich, ob mir etwas gestohlen wurde. Außer meinem Haushälter und Gärtner fehlte mir nichts, sagte ich. Sie nahmen seine Sachen mit aufs Revier und sagten mir, ich solle mir keine Hoffnung machen. Manchmal würden Leute einfach abhauen. Kleine Insel können eben sehr erdrückend sein. Ich wusste, dass Havens Rock eine mysteriöse kleine Insel war, aber wieso sollte er plötzlich von hier verschwinden? Noch dazu ohne all sein Hab und Gut. Ich ging den Flur entlang in Richtung meines Schlafzimmers, als mir wieder etwas auffiel. Mit dem Gemälde stimmte wieder etwas nicht. Etwas war anders. Die Personen auf dem Bild grinsten immer noch und blickten nach vorne. Doch da war noch etwas Neues. Eine weitere Person war auf dem Gemälde, die mir vorher noch nie aufgefallen war. Es war ein Mann in einer Latzhose. Er stand vor den Treppen und schnitt mit einer Heckenschere die Büsche. In seinen Augen konnte man das blanke Entsetzen erkennen. Wie war das plötzlich dort hingekommen? Hatte Kramer sich selbst in das Gemälde gemalt, das ihn so fasziniert hatte? Ich ging weiter und wollte nur weg von dem Bild. Was war, wenn es Kramer verschluckt hatte? Vielleicht dachte man, man konnte es seiner Sammlung hinzufügen. Doch eigentlich war das Gemälde das jenige, was sammelte. Es sammelte Seelen. In den folgenden Nächten wurde die Heimsuchung meines Hauses noch schlimmer. Die Geräusche wurden lauter und noch mehr Dinge flogen durch die Gegend. Ich wollte das nicht mehr. All diese Geister sollten verschwinden. Doch mir kam eine Idee. Eigentlich hatte ich ja nun den festen Beweis dafür, dass es Geister gab. Und bei genauerer Betrachtung war das doch etwas Gutes. Denn wenn diese Geister existierten, existierte vielleicht auch meine Elisa als Geist. Ich fasste einen Entschluss. Ich würde versuchen, mit dem Gemälde zu kommunizieren. Offensichtlich war es die Quelle der Geister. Vielleicht konnte es mir auch meine Elisa bringen. Es war zwar mitten in der Nacht, aber trotzdem setzte ich mich auf und ging zum Gemälde in den Flur. Falls du mich hörst, dann habe ich einen Vorschlag für dich. Du weißt, dass ich einen sehnlichen Wunsch habe. Bitte erfülle mir diesen. Dann tue ich alles, was du verlangst. Ich werde dir helfen. Versprochen. Bitte, erfüll mir meinen sehnlichsten Wunsch, sagte ich. Und direkt kam ich mir albern vor. Das Gemälde tat nichts. Natürlich nicht. Keine der Figuren darauf bewegte sich. Oder tat sonst irgendwas. Was für ein verrückter alter Narr ich doch war. Ich wünschte mir, ich da höre dich eine finstere Stimme in meinen Gedanken. Ich erfülle dir deinen sehnlichsten Wunsch und bekomme dafür, was ich verlange. Gut, mein Meister wird sich freuen. Wir haben einen Deal, sagte das Geschöpf. Ich sah mich um und fragte mich, ob Elisa nun einfach vor mir auftauchen würde oder ob ich ihre Stimme hören würde. Da bemerkte ich plötzlich einen stechenden Schmerz in meiner Brust und im Rücken. Irgendwas stimmte mit mir nicht. Ich sagte zusammen und fasste mir ans Herz. Nein, das konnte doch nicht sein. Ich hatte einen Herzinfarkt. Aber der Doktor sagte doch, oh nein, mein sehnlichster Wunsch, nein. Langsam wurde mir schwarz vor Augen. Das letzte, was ich sah, war das Gemälde. Die Personen auf der Treppe blickten jetzt wieder zur Seite. So wie ganz am Anfang. Und dann sah ich, auf was sie blickten. Neben der Treppe auf dem Bild lag nun ein alter Mann, der sich an die Brust fasste und weinte, weil er einen riesigen Fehler begangen hatte. Hallo Horrorfans, hat's euch gefallen? Dann klickt hier für die nächste Creepypasta. Denkt auch daran, mich mit einem kurzen Kommentar, einem Abo, einem Like und vielleicht auch bei Patreon zu unterstützen. Dies findet ihr in der Beschreibung. Danke und viel Spaß beim Weiterhören.